Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hess, sehr geehrte Damen und Herren von der Presse und liebe Piraten, Freibeuter und Gäste, herzlich willkommen zu unserem zweiten Parteitag in diesem Jahr. Ich darf euch als jüngstes Mitglied des KVs hier begrüßen und gleichzeitig als ältestes und ich hoffe, die Vorbereitungen der Verpflegung werden euch helfen, dieses Wochenende gut zu überstehen. Für die organisatorischen Fragen gibt es ein paar Leute, die so gekennzeichnet sind, an die könnt ihr euch wenden, die werden euch weiterhelfen und ich denke, mit etwas gegenseitiger Rücksichtnahme und Geduld werden wir dieses Wochenende gemeinsam meistern. Und nun starten wir dann jetzt in diese arbeitsintensive Diskussion. Eine Menge Leute haben hier vorbereitet, die Kandidaten haben schon Fragen beantwortet und Interviews über sich ergehen lassen, aber eigentlich geht es ja an diesem Wochenende nicht nur um Wahlen, sondern auch um unser Programm, von dem viele behaupten, wir haben keins. Und es geht um die Ausrichtung für die Wahlen im nächsten Jahr. Und da es in erster Linie um Inhalte geht, stehen eigentlich die programmatischen Vorschläge und Diskussionen im Mittelpunkt. Diese dann verabschiedeten Inhalte müssen dann an unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen weitergetragen werden. Denn viele wissen nicht, dass wir wirklich auch für Inhalte stehen. Und hier trägt jeder Pirat die Verantwortung, dass das passiert. Und da das Thema Köpfe oder Inhalte genauso nebensächlich ist, wie die wöchentlichen Wasserstandsmeldungen von Prozenten. Und unter Umständen ist das eher ein Merkmal für einen guten Whisky als für die Maßeinheit politischer Arbeit. Und wenn es um Popularität und Bekanntheitsgrad in der Politik ankäme, dann würden vermutlich Donald Duck, Onkel Dagobert und die Muppets-Show längst im Bundestag sitzen. Also lasst uns intelligente Lösungen für die Problemfelder in unserer Gesellschaft erarbeiten, beschließen und für deren Umsetzung mit vollem Elan vorangehen. In diesem Sinne Segelhissen, volle Fahrt voraus und immer eine Handbreit Wasser unserem Kiel. Ich darf nun Bürgermeister Hess bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier in der Kulturhalle in Frankenberg-Eder. So hat es halt mit der Technik Ihre Tücken. Und wenn ich sehe, Sie haben überall natürlich Ihre elektronischen Geräte auf dem Tisch. Ich hätte vorhin schon mal, habe das auch schon mal bei der Presse gesagt, wir haben hier ein Bataillon für elektronische Aufklärung, für elektronische Kampfführung. Vielleicht wäre das die Möglichkeit gewesen. Die haben nämlich Störsender. Darf das vielleicht mal einflechten. Das heißt, wenn die zurzeit auch heute Morgen wieder im Bereich Kabul mit entsprechenden Konvois unterwegs sind, besteht ja die Gefahr, dass dort am Rande Minen explodieren, die teilweise auch über GSM funktionieren oder auch über andere Sender. Und dann hat man mittlerweile einen Störsender mit dabei, der in einer gewissen Breite dieses Ganze so steuert, dass dort nichts geschehen kann. Aber trotzdem passiert immer noch was in Afghanistan. Und deshalb sind wir froh, dass wir diese Soldaten hier haben. Froh, dass sie in Afghanistan sind, das sage ich persönlich, bin ich nicht. Denn wir in Frankenberg waren der erste Standort, der vier Todessoldaten in Afghanistan zu beklagen hatten. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben Frankenberg als Standort für den Landesparteitag ausgewählt. Ich freue mich, das kann ich dazu sagen. Und als Sascha Brandhoff zu mir kam und fragte, ob ich denn auch ein Grußwort sprechen möchte, dann habe ich sofort gesagt und spontan ja. Und so bin ich heute Morgen hier. Wenn ich nachher nicht länger da bleibe, liegt es daran, dass jetzt der Präsident des internationalen Komitees auf dem Weg von Antwerpen nach Frankenberg ist und wir dann anschließend von Frankenberg weiter nach Gotha fahren. Denn dort ist heute Nachmittag noch eine Veranstaltung. Wer nachher mal googeln möchte, einfach europiade.eu eingeben, dann sehen Sie, was wir machen. Da geht es nicht um Laptops, da geht es nicht um iPhones, da geht es einfach um Regionen in Europa. Dort geht es einfach darum, dass wir Europa gestalten wollen. Das machen wir mit ein paar Menschen aus Europa und feiern jedes Jahr in einer anderen Stadt ein tolles Event mit circa 5000 Menschen. Letztes Jahr waren wir in Tatou in Estland, dieses Jahr in Padua, Italien. Nächstes Jahr die 50. Europiate ist dann in Gotha, Thüringen und natürlich hier bei uns in dem schönen Deutschland. Frankenberg hat Sie vorhin mit Sonne begrüßt. Das sage ich bewusst, weil wir nämlich gestern Abend noch strömten Regen hatten. Das war nicht ganz so schön, aber heute Morgen sind Sie hier. Frankenberg hat circa 18.500 Einwohner verteilt auf zwölf Stadtteile. Die Kernstadt circa 11.500 Einwohner. Und wenn Sie so Frankenberg sehen, dann sind wir vom Burgwald auf dieser Seite bis fast Sauerland auf dieser Seite in einer Entfernung von knapp 20 Kilometer auseinander. So ist das in Nordhessen. Das kennen die Menschen in Südhessen kaum. Da ist alles gewalter zusammen. Wir haben hier viel Fläche. Frankenberg selbst hat circa 11.500 Einwohner. Wir sind eine sehr stolze Stadt. Das kann ich Ihnen dazu sagen. Und wir haben eine sehr gute Industrie. Arbeitslosigkeit, die letzten Zahlen bei 4,1 Prozent. Das heißt, wir suchen dringend Facharbeitskräfte. Ich komme darauf nochmal zurück. Frankenberg ist gegründet worden. 1244. Das heißt, etwas über 750, genau 768 Jahre alt. Die urkundliche Erwähnung muss man natürlich immer wieder dazu sagen. Denn es gab schon Wüstungen. Und wenn Sie hier umliegende Gemeinden sehen, die auch zu Frankenberg gehören, die sind deutlich älter von der urkundlichen Erwähnung wie Frankenberg selbst. Frankenberg hat, und Sie bleiben ja bis morgen, natürlich auch eine sehr schöne Altstadt, eine sehr schöne Innenstadt. Sascha Brandhoff kann Ihnen da sicherlich Tipps geben. Ihn trifft man meistens bei Aldo im Goldenen Engel. Dort bekommt er auch sein Spezialgetränk. Das ist natürlich so. Er hat es vorhin auch schon angeboten. Das kann man sich sicherlich dort mal anschauen. Wir haben natürlich auch ein schönes altes Rathaus, etwas über 500 Jahre alt, sodass Sie dort auch natürlich einiges erleben. Wir haben dort für kreative Menschen zurzeit einen Wettbewerb laufen. Wenn Sie an dem Rathaus schauen, zum Obermarkt, zum Untermarkt, sind dort sogenannte Knacken. Dort sind Figuren, die aufeinander sich abstützen. Nach dem Motto vielleicht, aber vielleicht kommt auch was ganz anderes raus. Einer trage das andere nass, wie in einer Partei, wie Sie das als Piraten ja auch tun. Aber wir hoffen, dass wir dort auch marketingmäßig noch etwas mehr machen können. Wir haben einen Burgberg, meine Damen und Herren. Den will ich auch ans Herz legen. Dort hat man einen schönen Blick. Wie das halt früher so war, wurden Städte natürlich an Handelswegen gegründet. Dort wurde dann auch eine Burg gebaut. Wir haben auch in Frankenberg eine Burg. Aber diese Burg ist unter dem Erdreich. Die ist versunken. Die ist dort mal geschliffen worden. Aber unten drunter haben wir mindestens zwei Burgreste, die man einmal festgestellt hat. Also auch das kann man sich anschauen. Aber nur eine grüne Fläche. Die Burg sehen Sie nicht und die lassen wir auch schön im Erdreich drin. Das ist manchmal viel besser, als wenn wir sie dort nach oben holen. Ich sprach schon über Industrie. Natürlich sind wir touristisch relativ gut aufgestellt. Überwiegend Frankenberg im Bereich des Tagestourismus. Dann natürlich im Waldeckerland oder im Sauerland. Mehr in dem Bereich des Sommertourismus, Wintertourismus, Sauerland dann. Sodass Sie natürlich auch hier einiges erleben können. Industriell in Frankenberg. Zu Frankenberg gehört nicht die Firma Fissmann. Die kennen die meisten. Aber ich weiß, ich bin schon häufig unterwegs gewesen und wurde dann auch gefragt, wo stammen Sie denn her? Dann habe ich gesagt, aus Frankenberg, Eder. Und dann wurde ich gefragt, ja wo liegt denn das? Und dann haben wir uns ein bisschen weiter unterhalten. Und dann habe ich gesagt, da gibt es auch die Firma Tonnet. Und da wussten selbst Stuttgarter, wo Frankenberg liegt. Die wussten zwar immer nicht, wo Frankenberg jetzt geografisch liegt, aber sie wussten, die Firma Tonnet hat etwas damit zu tun. Denn die Firma Tonnet hat vor vielen Jahren aus Wien kommend mal diesen Bereich ausgesucht, um dort die Wiener, ja, um Kaffeehausstühle entsprechend herzustellen, die ja gebogen werden aus Buchenholz, sodass sie schön entsprechend rund werden können. Und das ist sicherlich ein Aushängeschild. Wir haben die Firma Fingerhaus. Wer ein vernünftiges Fertighaus, will sie alle nennen, ganz gerne möchte, Fingerhaus ist sicherlich zu empfehlen. Aber wir haben auch ausgehend von einer bestimmten Firma, die Firma Hettig, die eigentlich den Ursprung in Nordrhein-Westfalen hatte, hier viele Unternehmen bekommen. Sie haben ja viele elektronische Geräte auf dem Tisch stehen, wo auch viel Kunststoff verarbeitet worden ist. Wenn Sie vor Jahren, vor circa zehn Jahren mal ein Nokia-Handy hatten, dann sind die Maschinen, die dafür hergestellt wurden, hier in Frankenberg hergestellt worden. Wenn Sie Lego zu Hause haben, wir haben ja auch ein paar Kinder hier, habe ich gesehen, Lego wird teilweise mit Maschinen hergestellt, die hier aus Frankenberg kommen. Das heißt, das ist der Bereich der Heißkanaltechnik. Über die Firma Hettig haben sich viele Firmen gegründet, die hier in Frankenberg Werkzeugmaschinen herstellen für den Bereich der Heißkanaltechnik. Und das sage ich, wer dort Arbeitsstellen sucht, ist in Frankenberg herzlich willkommen. Da brauchen wir noch etwas. Aber heute haben Sie ein ganz anderes Thema. Ich wollte in Frankenberg natürlich etwas darstellen, als sehr schöne Stadt. Aber Sie haben ja den Bereich Parteitag. Da will ich inhaltlich natürlich nicht darauf eingehen. Aber ich denke, es liegen interessante Jahre hinter uns, noch interessantere Jahre vor uns. Wie sieht es aus mit der Finanzkrise? Was kommt auf uns zu? Wir Kommunen nagen, das kann ich ruhig dazu sagen, schon seit längerem am Hungertuch. Vor Jahren haben wir uns Bürgermeister mal hergestellt und haben gesagt, Mensch, wir müssten uns ins Wasser stellen und sagen, das Wasser steht uns bis zum Hals. Heute würde ich sagen, wir müssten uns ins Wasser stellen und müssten sagen, das Wasser steht uns bis zur Nase, sodass wir kaum noch Luft haben, entsprechend uns zu erholen. Das wird sicherlich ein Thema sein, wo auch sich die großen politischen Parteien mit auseinandersetzen müssen. Auch da ist die Frage, brauchen wir die ganzen Gliederungen? Ich sage immer, wir brauchen eine starke Kommune. Das erwarten Sie sicherlich auch von dem Bürgermeister. Wir brauchen ein starkes Land und wir brauchen natürlich auch etwas in der Mitte. Wie das ausgestaltet sein muss? Das ist sicherlich die Frage, die die politischen Parteien auch mitgestalten müssen. Aber auch programmatisch, wie geht man mit der Finanzkrise um? Wie wollen die Wirtschaftskraft aufrechterhalten? Wie wollen wir dem demografischen Wandel entgegenwirken? Da haben Sie natürlich etliche Themen vor sich, die sicherlich sehr interessant sind, wo die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger natürlich auch Antworten erwarten und erwarten dürfen. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass etablierte Parteien in ihren Parteienaussagen das relativ butterweich machen. Wir brauchen mal konkrete Ansätze. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für heute und für morgen viel Erfolg, alles Gute und fassen Sie gute Beschlüsse für unsere schöne Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne die Vorstände, die noch Vorstände gerne dabei, weil das Protokoll sagt, war eigentlich irgendwie der Vorsitzende eröffnet, aber irgendwie wir sind hier ein Team und nicht nur irgendwie eine Person. Okay. Schlecht eingestellt. Ja, also ich hoffe, alle haben es hier halbwegs ohne Blitzer überstanden herzukommen. Nicht? Wer wurde alles erwischt? Mal die Hände hoch. Wer wurde alles erwischt? Oh. Vielleicht könnt ihr das von den Steuern absetzen oder so. Okay. Also dann nochmal, also ahoi und herzlich willkommen zum zweiten Landesparteitag in Hessen oder des Hessischen Landesverband. Und auch wenn wir gute Beschlüsse fassen wollen, dann werden wir die erstmal wahrscheinlich für Hessen fassen und nicht so ganz für die Bundesrepublik. Ja. Uns steht ein spannendes Wochenende bevor. Neben der Wahl eines neuen Vorstandes wollen wir programmatisch auch neue Pfähle in den Bodenramm. Und darüber hinaus stellt sich mir die Frage, warum, also gibt es noch weitere Ziele, warum wir eigentlich hier sind? Also aktuell wird unser Erfolg an Umfrageergebnissen gemessen. Nur geht es einem darüber nicht oder darum nicht. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept. Das hört ihr vielleicht auch am wirren Reden. Nee, aber also es geht darum nicht und die Frage ist, geht es jetzt um Strategien, um irgendwie in der Wählergrund zu steigen oder eben nicht? Oder geht es einfach um Themen? Ja. Wenn man den Blick mal von den Zahlen weg zu den konkreten Themen lenkt, stellt man fest, wir sind die größte und wichtigste außerparlamentarische Opposition in Deutschland. Unsere Themen sind in aller Munde und wir treiben die Etablierten vor uns her. Das sieht man konkret an dem Urheberrecht, was im Moment überall diskutiert wird. Die GEMA, die kommt auch unter Druck, die müssen sich rechtfertigen. In Hamburg haben wir gerade ein piratiges Informationsfreiheitsgesetz am Start und die Grünen greifen ihr ursprüngliches Ideal von Basisdemokratie mit der Urwahl wieder auf. Die nächsten Themen, die nur darauf warten, von den Piraten angegriffen oder aufgegriffen zu werden, stehen schon vor der Tür. Und in dem Zuge würde ich gerne halt jetzt mal die Kollegen bitten, vielleicht auch noch mal kurz zu erzählen, was es eigentlich für Themen gibt, die so auf uns warten. Ja, guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen in Frankenberg. Thuma hat es ja schon so schön gesagt, wir werden größtenteils an den Umfragewerten gemessen, aber es gibt viele Themen, die auch beweisen, dass wir auch außerparlamentarisch schon viel erreicht haben. Das beste Beispiel im letzten Jahr war letztendlich ACTA. Wir haben es geschafft, durch viele, viele tausende Menschen auf die Straße das Thema endlich auch in die Öffentlichkeit zu tragen und dadurch haben wir auch geschafft, es zu verhindern letztendlich. Deshalb auch an dieser Stelle ein großes Dank von mir an alle Piraten, die sich im Januar und im Februar an den Protesten beteiligt haben und dort auch mitgewirkt haben, damit das Thema auch im Europaparlament letztendlich vom Tisch fällt. Leider ist es halt so wie immer in der Politik, dass sich die Leute was anderes ausdenken, sodass wir jetzt erstmal wieder mit neuen Themen zu kämpfen haben, wie zum Beispiel IP-Red oder CETA, was ja der Nachfolger von ACTA sein wird, wo auch fast im Wortlaut Passagen übernommen worden sind. Und das nächste große Thema ist natürlich auch Clean IT, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir mit der gleichen Energie und mit dem gleichen Elan auch an diese Themen rangehen werden, sodass wir auch solche Dinge in Zukunft verhindern werden. Ja, ich möchte zum Thema kommen, das schon etwas älter ist, aber in der Zukunft, in der näheren Zukunft wieder sehr aktuell werden wird. Es geht um ein Thema, das bereits 2005 in Deutschland im Bundestag war, da hat es keine Mehrheit gefunden, aber manche Leute in der Regierung sind da erfinderisch und haben sich das beliebte Spiel über die Bande ausgedacht. Die Bande hat auch wunderbar die Kugel zurückgespielt und so wurde im Dezember 2005 durch Sozialdemokraten und Christdemokraten die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet. In 2008 trat dann das Gesetz in Deutschland in Kraft. Da gab es eine ganz nette Anekdote dabei. Es wurden von 26 Abgeordneten der SPD eine Erklärung veröffentlicht. Die muss man sich dann wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Zustimmung ist auch deshalb vertretbar, weil davon auszugehen ist, dass in absehbarer Zeit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts möglicherweise verfassungswidrige Bestandteile für unwirksam erklären wird. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Im März 2010 gab es dann auch einen entsprechenden großen Donnerschlag. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Umsetzung der Richtlinie für verfassungswidrig und nichtig erklärt und ging sogar so weit, dass die Provider damit beauftragt wurden, sämtlich in dem Zuge gesammelten Sammeldaten unverzüglich zu löschen. Ich würde mir jetzt sehr gerne wünschen, ich würde mir jetzt sehr gerne wünschen, dass diese Ohrfeige, die die Parlamentarier da bekommen haben, heute noch schmerzen würde. Leider ist das nicht der Fall. Das Thema ist wieder aktuell. Es wird versucht, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Wir haben in unserem Programm, gerade auch hier in Hessen, da eine ganz eindeutige Aussage dazu. Keine Vorratsdatenspeicherung. Dafür stehen wir, dafür treten wir ein und es wird in der nächsten Woche auch eine Gelegenheit geben, wie jeder von uns da wieder mitwirken kann. Es wird einen Aktionstag geben, den der AK Vorrat, ist dem gerufen, zeigt der Vorratsdatenspeicherung die rote Karte. Ich hoffe, dass möglichst viele von uns dann in einer Woche an den Infoständen, an den Mahnwachen teilnehmen werden und zeigen, wir sind gegen Vorratsdatenspeicherung. Mit uns ist das nicht zu machen. Ja, ich möchte auch nochmal an Index erinnern. Index ist noch nicht vom Tisch und je öfter ich mit Personen rede, die jetzt nicht unbedingt in unserem Kreis liegen, niemand hat immer noch von Index gehört. Es ist sehr unbekannt, wir müssen es bekannter machen. Das Forschungsprojekt neigt sich also langsam seinem Ende zu und nichts Genaues weiß man nicht. Dementiert wird überall. Trotzdem sollten wir auch Index nicht vergessen, nie vergessen und neben allen spannenden Themen, die es sonst noch so gibt, dran denken. Ja, zu Ende gibt es ja dann auch einen Tag. Jetzt habe ich das Datum vergessen, aber du hilfst mir sicherlich. Es gibt doch den Index-Tag. Ah, 20.10. Ja, da haben wir dann die nächste Möglichkeit, was zu tun. Der Herr Lothar hat die Vorratsdatenspeicherung schon angesprochen. Da haben wir gesehen, wie schnell das geht, Richtlinien umzusetzen, wenn es sein muss. Es gibt eine andere Richtlinie, beziehungsweise eine Konvention, die wir unterschrieben haben. Da geht es mit der Umsetzung nicht ganz so schnell voran. Das dauert jetzt erst neun Jahre, aber es ist ja auch schwierig, so eine Bestechung und so weiter, Korruption abzuschaffen. Das muss wohl überlegt sein. Das darf man nicht einfach so schnell über die Kante brechen. Und da haben alle Parteien samt und sonders, wie sie da sitzen, haben sie versagt. Jetzt haben wir das Thema schon seit geraumer Zeit auf dem Schirm und auch immer wieder angesprochen. Glücklicherweise wurde es jetzt vom Netzpolitik.org auch nochmal aufgerufen. Und wir haben wieder die Möglichkeit, hier aktiv vorzugehen und die anderen Parteien vor uns herzutreiben, wie wir es seit 2006, 2007 tun. Und das sollten wir weiter beibehalten. Es gibt aber viele Bereiche, die werden wir nur wirklich abdecken können, wenn wir sie der Bevölkerung vermitteln können. Damit wir es auch teilweise wirklich komplexe Vorgänge der Bevölkerung vermitteln können, müssen wir dafür Sorge tragen, dass Bildung für die Bevölkerung möglich ist, kostenfrei möglich ist und umfassend ist. Dass keine Gruppen ausgegrenzt werden. Und ich bin sehr froh, dass wir so hart an dem Bildungsprogramm arbeiten und auch weiter arbeiten werden, weil das der Grund einer der wesentlichen Grundpfeiler ist, wie wir unsere Ziele umsetzen können und die auch notwendig sind für eine Basisdemokratie, für einen demokratischen Staat. Wenn wir zulassen, dass Bildung ein Teil für Eliten wird, werden wir die Demokratie verlieren. Ich gucke jetzt nicht mal auf mein Skript, weil ich glaube, da stammle ich mir zu sehr hin ab. Ja, der Jürgen hat das so schön gesagt mit der Demokratie. Jeder hat das mitbekommen. Im Laufe dieses Jahres hat das Bundesverfassungsgericht unser Bundeswahlgesetz einkassiert, weil es nicht so ganz sauber gelaufen ist mit Überhangsmandaten und so weiter. Das war der Grund, warum wir auch ausgehend von Hessen eine Gruppe ins Leben gerufen haben, die sich genau damit jetzt befasst. Die werden eine auf mehr Demokratie basierende Empfehlung, unter anderem neues Bundeswahlgesetz erarbeiten beziehungsweise einen Programmantrag stellen, jetzt auch für den Bundesparteitag, wo wir sagen, wir sind frei von irgendwelchen, sagen wir mal, machtpolitischen Taktierereien und Bestrebungen. Und deswegen, danke, zu Flöse, deswegen werden wir dagegen halt auch ganz klar was dem entgegensetzen. Ja, gut, ich hatte ja ganz vorhin nochmal die Frage im Raum gestellt, um was es hier eigentlich geht, um diese Veranstaltung oder geht es noch weiter um weitere Ziele. Also mein Verständnis davon ist, dass wir hier sind, um nicht Nabelschau zu betreiben. Wir sind hier, um Politik zu machen, nicht darüber nur zu labern. Und wir sind hier, weil wir die Gesellschaft für die Zukunft gesellschaftsfähig machen wollen oder vorbereiten wollen und wir wollen die Gesellschaft verändern. Und deswegen fände ich es super, wenn wir das Ganze hier, diesen Landesparteitag auch in diesem Sinne gestalten und eben nicht uns eben mit anderen Dingen befassen, die vielleicht nicht so uns als Gemeinschaft voranbringen. Gut, dann will ich jetzt dabei auch bewenden lassen und würde damit dann auch zur Wahl des Versammlungsleiters übergehen wollen und übergebe jetzt wem? Nee, nee. Nicht? Das mache ich? Okay, Entschuldigung. Ich bin nicht so satzungsfest. Okay. Ist so. Ja, dann würde ich erst mal Freiwillige darum bitten, sich hier zu melden, die Versammlungsleitungen machen würden. Es gab im Wiki ein paar Leute, die sich da aufgestellt haben. Es war der Püt, die Julia, der Volker, der Christian. Okay, genau. Einzel oder als Team? Ist das für die anderen auch okay? Okay, also für die, die es jetzt nicht so gehört haben, vielleicht da hinten. Die vier Leute, die hier vorne stehen, würden gerne das als Team machen, die Versammlungsleitung. Der Püt oder Jan Läutert, der rote Taliban. Ja, wir sind in Frankenberg und wir sind ganz nah an Afghanistan. Okay, also der Püt würde die Versammlungsleitung beantragen oder sich als Versammlungsleiter bewerben und er würde die anderen drei dann als Beauftragte oder Unterstützung dann mit berufen. Wir machen Wahl durch Zustimmung mit der Karte. Wer ist dafür, dass der Püt das macht? Achso, die Namen, Entschuldigung. Jan Läutert rechts, vielleicht wollt ihr euch selber vorstellen. Julia Räder. Jan Kleistner. Ich bin Volker Berthau. Okay. Gut, also dann bitte ich um Abstimmung. Okay, das sieht nach einer sehr großen Zustimmung aus und damit übergebe ich dann dem Jan die Versammlungsleitung. Dann wünsche ich uns allen einen guten Verlauf und viel Spaß dabei. So, nee, ist immer noch komisch. So, der Tim macht das schon. Da habe ich größtes Vertrauen, hoffentlich. Ja, wir fangen an mit Formalien. Wir brauchen noch eine Geschäftsordnung. Es gibt einen ausgearbeiteten Geschäftsordnungsvorschlag. Ach, scheiße. Christian, kannst du mal hoch auf die Empore gehen? Kai, in dem Raum, wo du gerade reingehst, da liegt ein Netzteil. Bring mir das mal bitte. Danke. Es gibt einen Geschäftsordnungsvorschlag, der wurde über die PPH und in der Telco ausgearbeitet. Der steht im Wiki. Es gibt ein paar Änderungen zu den üblichen Geschäftsordnungen. Und zwar fällt der GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste weg. In dem Sinne, wie wir ihn kennen. Die Rednerliste wird nach 15 Redebeiträgen zu einem Antrag geschlossen. Den Text haben wir jetzt nicht da, gut. Wird dann geschlossen und kann dann aber mit GO-Antrag wieder geöffnet werden. Dann ist noch ein Hauptpunkt. Was war noch unterschiedlich? Ach genau, zu jedem Antrag, der kommt, gibt es nach der Antragsvorstellung ein automatisches Meinungsbild, was abgefragt wird. Da können wir dann schon mal die Zustimmung zu dem Antrag feststellen. Und ansonsten, ja, es ist wie üblich. Da gibt es einen Redebeitrag zu der Geschäftsordnung. Nur eine Verständnisfrage, wenn nach 15 Redebeiträgen die Rednerliste automatisch geschlossen wird. Bis jetzt war es ja immer so, dass sie, wenn sie einmal geschlossen ist, nur einmal wieder öffnet werden. Nein, es gibt einen GO-Antrag auf Wiedereröffnung der Rednerliste und der kann immer gestellt werden. Also der kann dann immer wieder gestellt werden. Also, ja, wenn die Versammlung der Meinung ist, wir müssen noch diskutieren, dann können wir die jederzeit wieder öffnen. Das ist kein Problem. Gibt es denn weitere Geschäftsordnungsvorschläge? Ich sehe, dass es nicht... Ja, du hast... Haben wir hier eigentlich Strom? Ja, danke. Da hinten. Ich meine, es wäre in der neuen Geschäftsordnung, oder in dem Vorschlag zur neuen Geschäftsordnung auch so, dass die Änderung der Zusammensetzung des Versammlungsleiterteams, insbesondere auch die Abwahl des Versammlungsleiters, nur noch vor einem Tagesordnungspunkt und nicht nur vor einem Tagesordnungspunkt geht. Das heißt also zum Beispiel, wenn der Tagesordnungspunkt heißt, Wahl des Vorstandes, dann haben wir für die gesamte Zeit, und das kann ja bei uns schon mal länger dauern, im Zweifelsfall durchgängig eine die gleiche Versammlungsleitung. Ist das so gewollt, oder ist das einfach nur ein Typo, dass dort es nicht heißen sollte, Tagesordnungspunkt, sondern Tagesordnungsunterpunkt? Gut. Tagesordnungspunkte definieren sich, jeder einzelne auf der Tagesordnung aufgeführte Punkt ist ein Tagesordnungspunkt. Wir haben aber noch keine verabschiedete Tagesordnung. Ja, das ist dann... Also, wenn der Antrag kommt, dann sehen wir ja auch, dass wir von der Versammlung nicht weiter gewünscht sind, und dann werden wir das auch verhandeln, das ist gar keine Frage, weil was nützt es uns, wenn eine Mehrheit der Versammlung uns nicht mehr möchte, und wir müssen hier gegen Windmühlen kämpfen? Ich glaube, da gehe ich d'accord mit dem restlichen Team. Der Antrag kann ja nicht kommen, weil er dann nicht geschäftsordnungsgemäß wäre. Deswegen kann der Antrag, der nicht kommen kann, auch nicht abgestimmt werden, weswegen du nicht wissen könntest, ob du noch gewollt bist oder nicht. Wenn auf der Tagesordnung Wahl des Vorsitzenden steht, ist das ein Tagesordnungspunkt. Jetzt sind sie so durchnummeriert, dass dort steht Wahl des Vorstandes, und danach sind Unterpunkte für die einzelnen Ämter aufgeführt. Wenn du Fragen da noch hast, wie gesagt, es sind Unterpunkte, aber auch ein Unterpunkt ist ein Tagesordnungspunkt. Gut, dann denkt hinter der Verständnisklarstellung, warum wird dann in der GO an anderer Stelle zwischen dem Tagesordnungspunkt und dem Tagesordnungsunterpunkt explizit unterschieden? An welcher Stelle? Sagen wir gerade mal einen Paragrafen bitte ganz kurz, dass ich nachschauen kann. Wir haben leider den Text nicht da, deswegen kann ich ihn dir jetzt nicht nennen. Ich habe ihn gleich, ja. 30.1. Ernst? Ja, unterscheiden wir? Dann ändern wir das einfach. Dann ändern wir an dem Punkt einfach Tagesordnungspunkt. Danke. Das hatte ich eigentlich auch gedacht, dass wir das so gemacht haben, weil wir hatten ja gesagt, dass wir das extra jedes Mal machen. Nee, mach du mal. Also, dann mit der Änderung, Abwahl des Versammlungs- und Wahlleiters auch bei Tagesordnungsunterpunkten ist der GO-Antrag möglich. Gibt es weitere Anmerkungen oder Vorschläge zu der Geschäftsordnung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung der Geschäftsordnung. Wer dafür ist, hebt die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote. Bitte. Vielen Dank, damit ist die Geschäftsordnung angenommen. Gemäß Geschäftsordnung berufe ich Julia Reda, Volker Berghaut und Christian Fleißer als Versammlungsleiterhelfer mit dem Beauftragten, die ich euch schon gesagt habe, was sie dürfen. Sie dürfen mich dann komplett auch vertreten. Wir haben dann noch Markus Brechtl, Protter, da weiß ich gerade den richtigen Namen nicht, Bernd Knob und Peter Löwenstein als weitere Versammlungsleiterhelfer im Antragsbüro. Das ist im Übrigen hier links. Wenn ihr Fragen zur Geschäftsordnung habt oder irgendwelche Anträge zur Geschäftsordnung, die schriftlich eingereicht werden müssen, einbringen möchtet, die helfen euch. Die helfen euch bei allen Fragen rund um die Versammlung. Wir bitten auch darum, dass wir hier keine Bühnengespräche führen müssen, während irgendwelche Diskussionen laufen, weil das stört dann die Diskutanten, sondern geht einfach hier rüber. Die haben auch alle Möglichkeiten nachzuschauen, die haben auch besseres Internet und die können dann auch euch eure Fragen beantworten und euch bei euren Anliegen behilflich sein. Ja, Netzneutralität, wir haben Orgalan. Das ist ganz neutral. Gut, dann kommen wir zur Wahl des Wahlleiters. Da gibt es laut Wiki einen Kandidaten, das ist der Ernst. Gibt es weitere Kandidaten? Achso, nee, ich wollte gerade sagen. Achso, kein Kandidat. Gut, Ernst, ganz kurz. Ja, hallo, ich bin der Ernst, mein Taunuskreis, habe das schon letztes Mal gemacht. Ich glaube nicht ganz schlecht, würde das gerne wieder machen. Auch diesmal, wie bei der Versammlungsleitung, würde ich gerne Helfer benennen, die dann auch stellvertretende Wahlleiter machen würden, weil wir haben diesmal ziemlich viel. Das kann vielleicht für einen etwas zu viel werden. Deswegen habe ich den André Wolski in meinem Team. Und theoretisch hatte sich noch im Wiki der Michael Rath eingetragen. Ist der noch hier? Oder schon hier? Dann würde ich die beiden bitte noch nach vorne bitten. Also das heißt, ich wäre der offizielle Wahlleiter, aber das wäre mein Team und ihr stimmt über uns drei ab. Gut, gibt es weitere Fragen? Weitere Vorschläge oder das ist nicht der Fall? Dann bitte ich um das Handzeichen. Blaue Karte für Ja und Rote für Nein. Vielen Dank, damit bist du Wahlleiter Ernst. Noch eine kurze Anmerkung. Die Karten unterscheiden sich farblich. Ich zeige euch da gerade mal was. Wenn ihr mir die Karte so zeigt, kann ich die Farbe eurer Karte sehen. So ist das sehr schwierig. Ich bitte euch, die Karte mit der Front zu mir zu zeigen, damit ich das dann unterscheiden kann. Das ist dann einfacher. Ja genau, das ist dann die Enthaltung. Gut. Gehen wir weiter im Text. Wir brauchen eine Tagesordnung. Achso, Protokollanten. Protokollanten haben sich breit erklärt. Nicole Seiler und... Bitte? Gunnar Lange. Lange. Und Günter Lange. Ah, Gunnar Lange, Entschuldigung. Das Schöne ist, die schreiben dann meinen Sprachfehler schon richtig. Gibt es weitere Kandidaten für den Protokollanten? Ja? War das eine Meldung? Nee. Dann bitte ich um Hand... Oh, die anderen Mikrofone funktionieren gleich wieder. Dann bitte ich um Handzeichen, wer für die beiden als Protokollant ist. Ja, die blaue Karte für ja, die rote für nein. Vielen Dank. Dann bitte ich den Christian Fleißner schon mal ein bisschen auf die Bühne. Dass du ein bisschen mitgucken kannst, dass du das Gefühl dafür kriegst. So, dann machen wir jetzt weiter mit der Tagesordnung. Es gibt zwei Tagesordnungsvorschläge, so wie ich das sehe. Es gibt einmal die Tagesordnung, die ihr gerade auf dem Beamer seht. Es gibt einmal den Tagesordnungsvorschlag. Nee, ich will den Tagesordnung. Ich brauche mal eine Beamersteuerung. So, das ist der erste Tagesordnungsvorschlag wie in der Einladung. Der sieht vor, dass Programmanträge... Und der einzige Unterschied zwischen den zwei Tagesordnungsvorschlägen ist, dass nach diesen die Satzungsänderungsanträge erst kommen und die Programmanträge und die sonstigen Anträge und wir dann erst danach mit der Wahl des Landesvorstandes beginnen. Die alternative Tagesordnung oder der zweite Vorschlag ist, dass wir Satzungsänderungsanträge 1, das sind Satzungsänderungsanträge, den Vorstand betreffen, die Zusammenstellung des Vorstands betreffen, dann Entlassung des Vorstands, die Satzungsänderungsanträge, Vorstand betreffen, Wiedervorlage und Verlängerung des TOR-Servers, Bestätigung der V&Bs, Wahl des Landesvorstandes und dann die restlichen Satzungsänderungsanträge, Programmanträge und sonstigen Anträge. Gibt es weitere Vorschläge? Dann probieren wir das doch. Ja. So. Eins, zwei, drei. Aha. Gott sei Dank. Gibt es weitere Tagesordnungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Wir machen... Gibt es Fragen dazu? Irgendwelche Verständnisfragen? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Wenn wir für den ersten Tagesordnungsvorschlag stimmen, sind die Vorstandswahlen höchstwahrscheinlich morgen am Sonntag und wenn wir für den zweiten Tagesordnungsvorschlag stimmen, sind die Vorstandswahlen höchstwahrscheinlich heute. Richtig? Das ist richtig. Und nicht höchstwahrscheinlich, sondern ziemlich definitiv, weil wir dann morgen die Ersatzungsprogramme und sonstigen Anträge unterbrechen müssen, um den Vorstand zu wählen. Gut. Gibt es weitere Fragen und Anmerkungen zur Tagesordnung? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann noch einmal zur Verständnis. Also der einzige Unterschied zwischen den zwei Tagesordnungsvorschlägen ist entweder die Wahl des Vorstandes morgen oder heute. Das ist der einzige große Unterschied in den Tagesordnungen. Tagesordnungsvorschlag 1, das ist der, der am Beamer ist. Das ist der mit der Wahl des Vorstandes am Sonntag. Der Tagesordnungsvorschlag 2, das ist der, der gerade nicht am Beamer steht. Der ist Wahl des Landesvorstandes heute. Ich werde die Anträge jetzt gegeneinander aufrufen. Ihr könnt eure Zustimmung mit der Ja-Karte zeigen. Die Nein-Karten sind jetzt gerade noch nicht gefragt. Und der Antrag mit der meisten Zustimmung wird danach abgestimmt. Jetzt werde ich fotografiert, obwohl meine Haare komisch sind. Dann Tagesordnungsvorschlag 1, wer stimmt dem zu? Ja, vielen Dank. Tagesordnungsvorschlag 2, wer stimmt dem zu? Das ist mehr. Dann stimmen wir den Tagesordnungsvorschlag 2 ab. Wer dafür ist, hebt bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Vielen Dank. Damit ist der Tagesordnungsvorschlag angenommen. So, machen wir weiter. In der Tagesordnung. Ne, Quatsch. In den Geschäftsordnungsanträgen. Wir haben Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung. Legt ihr mir den ersten gerade mal auf den Beamer? Weil, da ist er. Ja, mach. Hier. Ernst. Ja, ja. Ja, die ursprüngliche Geschäftsordnung, die wir jetzt schon verabschiedet haben, die war 100%ig konsensfähig in dem Gremium, was das erarbeitet hat. Jetzt kommen so ein paar Änderungsanträge, die nicht so ganz 100%ig konsensfähig waren. Deswegen legen wir sie der Versammlung vor. Bei diesem Antrag geht es darum, dass wir quasi zwei Saalschlangen bilden. Einmal für Verständnisfragen und einmal für... Wir haben zwar nur ein Mikro, aber man kann trotzdem zwei Schlangen bilden für Verständnisfragen und für Wortbeiträge. Also damit wollen wir quasi unterscheiden, ob Leute an einen Antragsteller eine Frage richten. Daraufhin kann der Antragsteller zum Beispiel auch antworten. Oder ob sie einfach nur ein Statement abgeben möchten. Der Gedanke war natürlich ursprünglich, wir haben zwei Saalmikros. Das eine ist in Richtung des Plenums, das andere ist in Richtung des Podiums gerichtet. Die, die fragen, gucken Richtung Podium, die anderen gucken Richtung Plenum. Aber im Prinzip könnten wir das natürlich auch mit einem Mikro immer noch irgendwie simulieren. Dass die Leute, die eine Verständnisfrage haben, das vorher zum Beispiel klar und deutlich machen. Das ist eigentlich der ganze Vorschlag. Gibt es zu dem Vorschlag Fragen? Wortbeiträge? Ja, noch eine kleine Anmerkung. Wenn ihr Wortbeiträge habt, dann könnt ihr euch auch schon während der Vorstellung nach vorne begeben. Dann bitte. Ich habe nur eine Frage, welche Idee steckt dahinter? Also was soll damit verbessert werden? Welche Idee steckt dahinter? Was soll damit verbessert werden? Verbessert werden soll damit, dass bisher immer nur allgemeine Wortbeiträge existieren. Vieles von dem mündete dann bei einigen Landesparteitagen in rhetorischen oder Suggestivfragen. Die dann mehr oder weniger so nach dem Motto, das ist doch so und so und kann man das nicht so und so machen. Und wir wollen da eine saubere Trennung zwischen Verständnisfragen, die dann aber auch als Fragen gestellt werden müssen. Und wenn der Fragesteller nicht in der Lage ist, innerhalb von zehn Sekunden eine Frage daraus zu fabrizieren, dann wird er einfach gnadenlos abgewürgt. Und das andere sind eindeutige Statements, die einfach nur sagen, ich finde den Antrag scheiße oder irgendwie sowas. Damit ist von vornherein klar, mit was man es zu tun hat. Außerdem käme noch dazu, Verständnisfragen können beliebig viele gestellt werden und Wortbeiträge sind eben von der Redeliste betroffen. Also wenn die geschlossen wird, dann sind keine Wortbeiträge mehr möglich. Verständnisfragen aber unter Umständen eben doch noch. Ich hätte die Frage, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, ob es sinnvoll wäre, vielleicht eine Prohe und eine Kontraschlange zu machen? Nein. Weil ich denke, dass das auch viele Wortbeiträge minimieren würde, wenn die Leute abschätzen können, wie viele Wortbeiträge gibt es denn noch für Pro und Kontra? Das gibt es in der GO eigentlich schon. Das ist das automatische Meinungsbild nach Vorstellung des Antrags. Genau genommen ist das ja eine Art Pro und Kontra-Vorauswahl. Womit mit dem Antrag auch vorgebeugt werden soll, ist, dass hier vorne Antragsteller Redebeiträge bringen, die teilweise den Antrag gar nicht richtig verstanden haben. Also da steht ja unter anderem mit drin, dass diese Verständnisfragen generell vorgezogen werden. Das heißt, es sollten erstmal alle Fragen erstmal geklärt sein, bevor die eigentliche Diskussion dann weitergeht. Also solchen Missverständnissen beugt dieses System einfach auch vor. So, gibt es weitere Wortbeiträge, Fragen zu dem Antrag? Ja. Ich habe doch den Eindruck, dass manchmal Leute, die eine Frage, also es gibt Leute, die verstehen Fragen nicht richtig oder die verstehen Anträge nicht richtig. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das so unbedingt trennen kann. Achso, also ich persönlich finde das zwar eine lobenswerte Idee, aber ich finde die wenig praktikabel, weil üblicherweise, wenn Leute Anträge nicht richtig verstehen, kann man das damit nicht ausschließen. Also man stellt ja nur eine Frage auf seinen eigenen Bewusstseinshintergrund. Und das ist sozusagen durchaus meiner Ansicht nach schwierig, ob man tatsächlich ein Erfolgserlebnis damit hat. Aber ja, ich halte es für überflüssig. Gibt es weitere Wortbeiträge oder Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung des Geschäftsordnungsänderungsantrags. Wer dafür ist, hebt mir die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Damit ist der Antrag angenommen. Genau. Also die Schlangen bauen wir einfach, machen wir ganz einfach. Von mir aus gesehen hier nach links wird die Frageschlange. Wir machen dann auch noch hier Zettel hin. Das macht ihr ja. Und die Wortbeiträge Schlange machen wir hier rechts. Wir machen gleich noch hier Schilder ran. Das macht der Peter gleich. Dann gibt es noch einen weiteren Geschäftsordnungsänderungsantrag. So, der nächste Geschäftsordnungsänderungsantrag. Da geht es darum, dass wir den Antragstellern die Möglichkeit geben wollen, während der Antragsdiskussion auch nochmal Selbststellungnahmen vorzunehmen. Die Idee ist, dass pro 15 Wortbeiträge, die auf der Wortbeitragsschlange erfolgen, der Antragsteller oder die Antragsteller ein Statement an einem beliebigen Zeitpunkt abgeben können. Also auch zum Beispiel am Ende der Redeschlange. Das war letztes Mal auf dem Landesparteitag immer mal wieder ein Problem, dass Antragsteller eigentlich gerne etwas gesagt hätten, dass das aber eigentlich nicht ging. Dann hätten sie sich in der Redeschlange einordnen müssen und solche Sachen. Und das wollen wir damit eigentlich ein bisschen entschärfen. Und wie gesagt, auf Fragen können sie immer antworten. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand was behauptet hat in seinem Wortbeitrag, was der Antragsteller als sachlich falsch empfindet, dann gab es bisher nicht die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und in dem Fall könnte jetzt ein Antragsteller sagen, ich möchte darauf sofort eine Art Gegenrede oder sowas machen. Und solange er noch seine Wortbeiträge frei hat, also diese einen pro 15, kann er das halt machen. Oder sie natürlich auch. Ja, das war eigentlich schon dann zu dem Antrag. Gut, gibt es dazu Fragen oder Wortbeiträge? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung des Antrags. Wer für den Antrag ist, hebt bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Vielen Dank. Damit ist der Antrag angenommen. Ich bitte euch, die noch in die Geschäftsordnung in Wiki einzufliegen, Markus. Ja, danke. Und Bert, könntest du mal Stifte und Zettel organisieren für hier oben? Danke. Gut, dann gehen wir weiter. Dann sind wir am Ende der, vorläufig am Ende der GO-Änderungsanträge und machen weiter mit der Entlastung des Landesforsch. Stimmt. Ja, das, ja, okay. Dann kommen wir zur Abstimmung über Streaming, Zulassung Gäste, Presse und sonstige nicht-hessische Piraten. Wer dafür ist, hebt die blaue Karte. Oder möchte jemand was dazu sagen? Gut, wer dafür ist, hebt die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Vielen Dank. Damit ist das alles zugelassen. Wo steht das eigentlich? Ach, das steht hier oben. Naja, das ist aber okay. Dann nimmst du das und dann Papier ist immer gut. Dann kommen wir zur Entlastung. Möchtest du deine Wahlhälferung? Ne, das möchtest du das nachher machen, ne? Okay. Aber eine kurze Durchsage schon mal. Wir brauchen nachher Wahlhelfer. Macht euch schon mal grundsätzlich Gedanken, ob ihr Wahlhelfer machen möchtet. Ist nicht schwer. Man muss noch ein bisschen zählen können. Ansonsten ist das alles kein Hexenwerk, kein Rocket Science. Kommen wir. Genau. Wir brauchen vier, vier Wahl, also acht Wahlhelfer nachher noch, dass euch schon mal Ideen macht. Dann kommen wir jetzt aber zum Punkt Entlastung des Landesvorstandes. Dann bitte ich den Vorstand zur Ablieferung seines Tätigkeitsberichtes. Wo ist denn der Vorstand hin? Wo ist denn unser Landesvorstand? Oder unser noch Landesvorstand? Bitte darüber. Ihr habt eine Präsentation vorbereitet, die ich hier habe. Sehr schön. Ja, du darfst. Knopf drücken. Da ist nicht nur einer, da sind fünf. Ja, wir haben als Vorstand zum einen einen Gesamtrechenschafts- oder Tätigkeitsbericht gemacht. Wobei der Tätigkeitsbericht nicht nur die Arbeiten des Vorstandes widerspiegelt, sondern die des Landesverbands, weil wir gesagt haben, wir sind Verwalter und ihr habt eigentlich die Arbeit gemacht und wir präsentieren im Grunde genommen euch das, was ihr gemacht habt. Wir haben darüber hinaus natürlich auch Einzeltätigkeitsberichte, die auf Wunsch gerne auch nochmal vorgestellt werden können oder bei Bedarf im Wiki entsprechend sich angeschaut werden können. Ja, also was haben wir gemacht? Ich weiß nicht, ob wir das vortragen sollen oder ob ihr euch das mal kurz anschauen wollt. Okay, weil ich habe gerade gelesen gehabt, dass die Leute im Stream nicht das Beamer-Bild sehen, deswegen werde ich vielleicht doch was dazu sagen. Also wir haben, ich habe jetzt einen kleinen... Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Für die Leute im Stream, ihr könnt das Beamer-Bild auch sehen. Die Adresse dazu ist beamer.piraten-bpt.de und da seht ihr das aktuelle Beamer-Bild, das gilt übrigens auch für hier im Saal. Da könnt ihr euch das aktuelle Beamer-Bild ganz einfach in eurem Browser holen. Das ist beamer.piraten-bpt.de Okay, also wir haben Anreize geschaffen zu mitmachen über verschiedene Veranstaltungen. Wir haben Workshops, wir haben Barcamps, besonders erwähnt wären da Hessen-Campus. Wir haben die PGs, wir haben die AKs, also Arbeitskreise, Projektgruppen und Arbeitsgruppen. Wir haben eine ganze Reihe an Meinungsbildern gemacht, insbesondere über VMBs, also virtuelle Meinungsbilder. Man sieht auch da, also wir haben das mehr als verdoppelt. Und in Summe wir alle, Landesverband immer. Wir haben darüber hinaus für alle Kreise Instanzen von dem virtuellen Meinungsbild angesetzt oder erstellt. Davon sind auch in sehr vielen Kreisen auch die virtuellen Meinungsbilder schon am Laufen. Wir haben noch vernetzt. Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir uns abwechseln, dann ist es nicht so. Ja, okay. Ach, Kai ist jetzt. Guten Appetit. Okay. Ja, soviel zum Thema Zusammenarbeit. Okay. Wir haben vernetzt, wir haben natürlich alles immer mit der Hilfe der ganzen aktiven Piraten das geschaffen. Wir haben auch da wieder die Hessen-Campi, wir haben Neujahrsempfang gemacht, wir haben den Help 1, wir haben jetzt den Help 2, Selbstfindungsgrillen, das Sommerfest. Das heißt, die Vorbereitungen, die jetzt zur Hessen-Marina laufen. Gut, und dann haben wir noch Bezirksmitgliederversammlung und auch Nordhessen-Konferenz. Dann bitte nochmal die nächste Folie. Ja, darüber hinaus haben wir Strukturen geschaffen, weil das war auch etwas, was ganz wichtig war. Ihr habt das jetzt gerade zuletzt mitbekommen mit den Beauftragungen der Vertrauenspiraten. Aber wir haben eine ganze Reihe von Leuten im Hintergrund, die man so vielleicht gar nicht immer bemerkt. Aber ohne die würde im Grunde genommen der ganze Landesverband eigentlich gar nicht wirklich funktionieren. Da sei besonders genannt unser gesamtes IT-Kernteam. Also an der Stelle auch nochmal danke. Vielleicht können die Leute sich da mal aufstehen, damit man einfach mal ein Gesicht zu den Leuten sieht, weil so IT-Team oder Core-Team, das ist so sehr abstrakt. Die sind wieder am Arbeiten, ja wie immer. Aber einer ist hier der Prauscher, der hier immer... Vielleicht Kai, willst du nochmal kurz die Leute nennen? Du kennst die am besten. Ja, also ich möchte mich auch ganz herzlich bei der IT bedanken, mit der ich ja in enger Zusammenarbeit auch seit Jahren hinweg die IT mache. Das ist zum einen, wie schon erwähnt, der Patrick Rauscher. Dann haben wir noch in der Mitte sitzen den Florian Staschek. Dann haben wir noch den André Wolski. Und den Jan Leuthard. Und da wir halt auch viele Support-Anfragen zu beantworten haben, haben wir uns noch ein bisschen Hilfe mit reingeholt, die jetzt aber nicht im IT-Kernthemen anzusiedeln sind, sondern im Helpdesk. Und das ist der Steven Zeiss. Ich weiß nicht, ob er da ist. Jedenfalls, ich bedanke mich recht herzlich bei den ganzen Menschen. Und wir haben auch nächstes Jahr wieder ganz viel zu tun. Wir haben einen neuen Server angeschafft und bereiten uns dann auch IT-technisch für den Wahlkampf vor. Ja, dann haben wir darüber hinaus die Mitgliederverwaltung, vielleicht Judith. Ja, ich möchte hier gerne den Christoph Zerbe und den Sascha Neugebauer mal hier vorbitten. Dich brauche ich gerade. Dort vorne bitte. Dass euch alle sehen können, da wo euch am meisten Leute sehen können. Christoph Zerbe, Sascha Neugebauer, Mitgliederverwaltung. Und also ohne diese beiden würde hier in der Mitgliederverwaltung gar nichts laufen. Ich möchte euch herzlich danken, dass ihr das macht. Und das ist dieses Jahr zum ersten Mal, dass wir sowas haben. Und es ist grandios. Ich möchte gerne einen großen Applaus. Ja, aber da sind wir noch lange nicht am Ende. Ja, wir haben nämlich noch den Datenschutz. Ja, wir sind Piraten. Da gibt es Schätze. Nein, also Datenschutzbeauftragten. Und die Materialverwaltung, da sage ich einfach mal den Jürgen, der hat sich jetzt da auch immer als Schnittstelle zu auserkoren. Ja, ja, Daten sind tatsächlich Schätze. Das merken wir schon daran, dass wir es auch alle haben wollen. Ist der Sven da? Sven Steinecke. Das ist nämlich unser Datenschutzbeauftragten. Den haben wir auch eingerichtet in diesem Jahr. Und wer ist der Uwe da? Leider auch nicht. Das wäre dann nämlich unser Materialbeauftragter gewesen. Aber den Knut darf ich bitten, mal kurz aufzustehen, der ihm da eine große Hilfe gewesen war. Auch bei den Dings. Ja, was der Thuma ein bisschen unterschlagen hat, wir haben ja noch zwei weitere Personen, nämlich unsere Vertrauenspiraten. Und die sollen bitte auch mal aufstehen und hier vorkommen. Und zwar beide. Ja, da sind sie. Also wenn es Probleme gibt, wenn es irgendwo kneift, wenn ihr irgendwo Kommunikationshemmnisse habt, was auch immer. Das sind die beiden, an die ihr euch wenden könnt. Die haben wir jetzt halt eben ebenfalls. Bald halt auch auf der Webseite. Stellt euch kurz noch vor. Komm, heute noch. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Schaffert. Ich bin Basispirat in der Wetterau. Bin dort auch auf verschiedenen Stammtischen aktiv. Und in der Bundespartei ist mein Thema Gesundheit, wo ich aktiv mitarbeite. Ich habe eine Qualifikation als Mediator, also Konfliktbearbeitung, ja, habe ich eine Qualifikation durchgemacht und stehe deswegen gerne zur Verfügung, um Konflikte zu bearbeiten. Und wenn es irgendwelche Probleme innerhalb der Partei gibt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Ja, Christian Fleißner, ich bin Basispirat im KV Gießen. Ich bin auch Mediator und ja, ansonsten, es wird demnächst eine Wiki-Seite für uns geben, wo wir auch mit Telefonnummern und sowas unmittelbar erreichbar sind. Und wenn jemand mit uns sprechen will, gilt für uns ein Vertraulichkeitsgebot. Das heißt, Gespräche mit uns bleiben unter der Person, die uns anspricht und uns, sofern wir nicht jetzt irgendwie... Ganz kurz, Tontechnik. Könntest du das automatische Mikrofon abschalten, wieder ausschalten? Danke. Ja, danke euch beiden, dass ihr euch dafür zur Verfügung gestellt habt und ich hoffe, dass ihr keine Arbeit haben werdet. Gut, darüber hinaus haben wir natürlich auch noch unser Piraten-Streaming, was jetzt auch gerade wieder läuft und dankenswerterweise von dem Sepp gemanagt wird. Der sitzt da oben auf der Empore, vielleicht kannst du mal kurz aufstehen, für diejenigen, die dich nicht sehen, oder ich kenne... Vielen Dank nochmal dafür. Wir haben natürlich auch noch jemanden für die Webseiten. Ich glaube, Kai vielleicht nochmal. Na ja, das fällt ja auch so ein bisschen in die IT rein. Da haben wir zum einen den Ralf Braschack, der sich hauptverantwortlich um die Webseiten in Hessen kümmert. Das ist nicht nur die Hessen-Webseite, sondern auch alle Kreis-Webseiten, die wir betreiben. Er pflegt die Systeme, spielt Updates ein, ist eher weniger für den Content verantwortlich, aber für das Technische dahinter. Deshalb auch ein großes Dankeschön an den Ralf. Und seit kurzem ist auch der Michael Palm dabei und unterstützt den Ralf dabei. Auch gerade mal bitte aufstehen. Und da ich ja schon gemeinte, also der Content auf der Webseite wird nicht von den beiden unbedingt gepflegt. Die meisten gehen immer davon aus, ist aber nicht so. Ich nutze einfach mal die Gelegenheit, um auch hier einen kleinen Aufruf zu starten. Also wer sich berufen fühlt, irgendwelche Inhalte zu pflegen auf der Webseite, möge sich doch einfach bei der IT melden oder hier den Ralf oder den Michael einfach mal ansprechen. Ihr kennt ja jetzt die Gesichter dazu. Gerade im Wahlkampf, denke ich, sollten wir unsere Seiten halt noch aktueller halten, als die ohnehin schon sind. Und ja, einfach melden bitte. Danke. Ja. Ja, jetzt haben wir natürlich noch die Presse. Das sind zwei Leute zu nennen. Das ist der Christian Hufgat und die Katrin Hilger. Danke. Ja, so ist das mit den Daten und den Schätzen, die man so vergisst. Ja gut, die beiden sitzen jetzt leider im Backoffice oder Gott sei Dank für uns, weil die hier parallel noch Pressemitteilung schreiben und für die Presseansprechpartner sind. Also ich sage jetzt mal, stellvertretend kann man ja trotzdem mal hier denen auch nochmal Dankeschön sagen. Und kannst du nochmal kurz einen Schritt zur Seite gehen? Danke. Ja, ich will das Ganze jetzt nicht allzu lange weiter ausdehnen. Also nur ganz kurz nochmal, wir haben jetzt über 140 Artikel auf der Webseite, habe ich jetzt gesehen, stehen in diesem einen Jahr, was wir jetzt hatten. Und hatten vorher, glaube ich, war es um die 40. Also auch nochmal, um Ausdruck darüber zu geben oder einen Eindruck darüber zu geben, wie aktiv wir oder ihr als Landesverband hier seid und auch kräftig hier unsere Themen kommuniziert. Und ja, noch abschließend, wir hatten noch, ich glaube, vier oder fünf Kreisverbände in diese Zeit gegründet oder wurden gegründet. Jetzt nochmal die nächste Folie, bitte. Und ja, ansonsten hat man eine ganze Reihe noch an Repräsentanz nach außen. Wir haben Interviews gegeben im Fernsehen, wir haben die Presse jetzt auch als Zeitung, wir hatten Radio gehabt. Und ja, ansonsten Podiumsdiskussionen, auch da hatten sich dankenswerterweise Leute auch immer wieder gemeldet, um dort auch unsere Themen voranzubringen oder auch zu präsentieren. Wir hatten Pressekonferenzen. Ja, und ansonsten würde ich das jetzt hier an der Stelle damit auf sich bewenden lassen. Einzeltätigkeitsberichte, wie gesagt, sind auch auf der Webseite. Ich habe noch zwei Folien. Oh, wir haben noch mehr gemacht, okay. Entschuldigung, stimmt, wir haben noch Demos gemacht, okay. Ganz viele Demos, kannst du nochmal bitte auf die vier zurückgehen? Genau, wir haben gerade jetzt aktuell, gestern auch wieder, dankenswerterweise die Kasseler, haben gegen Fracking eine Demo gestemmt mit ganz tollen, kreativen Motiven. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auf der Webseite, die durchgegangen ist, oder auf der Flickr oder was auf dieser Seite, wo die Bilder halt dargestellt wurden. Sehr schön. Wir hatten, der Kai sagt es, Akta Anfang des Jahres. Wir hatten ein Tanzverbot gehabt, wir haben die Cannabis-Legalisierung indekt gegen Staatstrojaner, die Freilassung von Bradley Manning, das Leistungsschutzrecht für die Presseverleger, oder dagegen vielmehr, ja, GEMA-Tarifreform, Opt-out-Day. Ohne diese ganzen Menschen, wie sie hier sitzen und noch viele zu Hause sind, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und an der Stelle, ich kürze es jetzt ab, ich will jetzt nicht jeden einzelnen Punkt vorlesen, weil das einfach jetzt zu viel wird. Ist auf der Webseite oder auf der Wiki-Seite vielmehr zu Rechenschafts- oder Tätigkeitsberichte nachzulesen. Und darüber hinaus, okay, wir hatten 32 Landesvorstandssitzungen noch gehabt, das ist vielleicht noch, und haben über 200 Beschlüsse in der Zeit gefasst. Also das Ganze soll einfach mal einen Ausdruck davon, oder Eindruck euch geben, wir waren als Vorstand vielleicht nicht unbedingt immer so im Vordergrund wahrzunehmen, aber im Hintergrund habt ihr und wir, dank euch, unheimlich viel gerissen. Und da auch nochmal von uns an euch unser ganz herzliches Dankeschön. Dankeschön. Gut, übrigens keine Panik, das Internet geht kurzzeitig nicht, der Brausche arbeitet gerade dran. Gut, vielen Dank, du musst auf den Knopf drücken. Vielen Dank. Das ist auch erstmal unerheblich. Übrigens, wenn ihr nicht entlastet werdet, müsst ihr die Geschenke zurückgeben. Die sind dann für die Versammlungsleitung. So, aber weil ja Rechenschaftsberichte so toll sind, hören wir jetzt noch einen, den wir nämlich auch hören müssen, das ist der des Schatzmeisters. Nein, ich glaube, ich habe was vergessen, ich muss gerade was prüfen. Ich gebe an den Schatzmeister zum Rechenschaftsbericht. Vor einem Jahr in Rüsselsheim stand der Michael Stark in seiner Funktion als Kassenprüfer vor der Versammlung und hat sich so ein bisschen darüber beschwert, dass der Rechenschaftsbericht vom Vorjahr noch nicht fertig war, mit dem Hintergrund, dass die Kreisverbände noch nicht alle Daten geliefert haben. Ich muss sagen, ich muss jetzt den Kreisverbänden sehr danken, weil wir haben dann Ende letzten Jahres sozusagen galopp noch die letzten Daten fertig gemacht und auch in diesem Jahr waren wir sogar in der regulären Frist, 30. Mai, sind alle Berichte vom Landesverband inklusiv aller Kreisverbände zur zentralen Buchhaltung gegangen. Und so etwas geht wirklich nicht ohne die Kreis Schatzmeister, das muss man da auch dazu sagen und deshalb möchte ich hier nochmal einen Dank an die einzelnen Personen richten, nämlich den Maximilian von Wusso, den Gerhard Kollmann, den Carsten Schlote, den Nadja Haas, den Nicole Staubus, den Tobias Elsenmüller, Alexandros Zachos und sein Vorgänger Sebastian Kreiner, Michael Stark und sein Vorgänger Christoph Lessmann, die Franziska Lux und ihr Vorgänger Jochen Schmidt, die Stefanie Götze und ihr Vorgänger Fabrice Schindler, die Uwe Löfflath und der Vorgänger Christoph Hampe, die Lore Ress und ihr Vorgänger Peter Schmidt und schon mal im Vorgriff darauf, weil die im nächsten Rechenschaftsbericht auch die entsprechende Arbeit leisten müssen, den Thomas Schock, den Frank Schäfer, den Volker Gläser, den Slobodan Mussolin und den Josef Unger. Ich danke euch. Hier zeigt sich, dass die Zusammenarbeit zwischen Kreisverbanden und Landesverband wirklich sehr gut funktionieren kann. Zu den einzelnen Zahlen. In der Wiki-Seite vom Rechenschaftsbericht sind die veröffentlicht. Dazu so ein bisschen Erläuterungen. Wir haben durch den Mitgliederzuwachs einen natürlich enormen Zuwachs an Mitgliedsbeiträgen. Die haben sich in diesem Jahr fast verdoppelt. Ne, mehr als verdoppelt sogar. Die Geldspenden gingen auch entsprechend im gleichen Verhältnis nach oben. Ansonsten hatten wir natürlich auch einiges an Ausgaben, wobei wir versucht haben, im letzten Jahr möglichst sparsam zu haushalten. Einfach mit dem Hintergrund. Wir müssen Rücklagen bilden für das nächste Jahr, wo wir das richtig angreifen müssen. Und auf diese Weise haben wir momentan einen Überschuss in diesem Jahr erwirtschaftet von etwa 30.000 Euro. Und das, obwohl wir fast nichts mehr aus der Parteienfinanzierung bekommen haben, mit dem Hintergrund, dass die Landesverbände die Wahlergebnisse hatten, bevor sie das in den Topf bedient werden und für uns damit nichts übrig blieb. Aber trotzdem haben wir es geschafft, entsprechend Rücklagen zu bilden, sodass ich denke, dass wir einen entsprechend guten Wahlkampf auch reißen können. Wie gesagt, die Zahlen stehen auch im Wiki. Wenn da zu Fragen sind, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Dann, bevor Fragen kommen, bitte ich den Rechnungsprüfer auf die Bühne für seinen Rechenschaftsbericht. Ist der anwesend? Rechnungsprüfer? Gut, hast du einen Bericht? Dann komm hoch. Wenn du ihn mündlich vorträgst und danach irgendwann im Laufe des Tages verschriftlichst und dem Protokoll gibst, dann ist die Nicole und der Gyni, sind die dann, glaube ich, super dankbar. Weil da müssen sie nämlich nicht mittippen. Es sagt doch noch gar keiner was. Ganz kurz. Der Alexander Schnapper und ich haben am letzten Freitag, also nicht gestern, sondern den Freitag zuvor, die gesamten Unterlagen des Landesverbandes geprüft und haben nichts zu beanstanden. Das ist die Kurzversion. Und wir empfehlen eine uneingeschränkte Entlastung. Der Prüfbericht selber, den hat der Lothar, den werde ich gleich verlesen. Sekunde. Anwesend bei der Prüfung war ich, der Alexander Schnapper und der Lothar Kraus. Die Unterlagen waren die Ordner mit Kontoauszügen, Rechnungen, Belegen. Wir haben die Barkasse geprüft und die Protokolle der Vorstandsetzungen und die Zusammenfassung der Beschlüsse gehabt und haben das miteinander abgeglichen. Der geprüfte Zeitraum war vom 01.01. dieses Jahres bis zum 28.09. dieses Jahres und die genauen Tätigkeiten sahen wie folgt aus. Abgleichen der Ausgabenseite und Einnahmenseite der Kassenbelege, das heißt Barkasse. Abgleichen der Belege mit dem Bankkonto, das heißt die Belege, die für Ausgaben da waren, haben das auch mit den entsprechenden Beschlüssen verglichen. Das allerdings nur stichprobenweise. Dann haben wir, das ist ein ganz großes Ding, die Budgetierung, weil es sind Budgets aufgestellt worden, auch mit entsprechenden Beschlüssen und Ausgaben verglichen, ob das eingehalten worden ist. Und außerdem haben wir auch noch die Spenden, die entstanden sind durch Forderungsverzichte natürlich auch noch abgeglichen. Der Kontostand lag bei 63.672,39 Euro. Die Barkasse war mit 153,14 Euro. Da ging relativ wenig. Nach gründlicher Überprüfung der aufgeführten Unterlagen empfehlen wir, das heißt der Alexander Schnabber und ich, den Vorstand für eine ordnungsgemäße Finanzverwaltung zu entlasten. Dankeschön, das war's. So, vielen Dank. Gibt es zum Rechenschaftsbericht oder Rechnungsprüferbericht des Vorstandes Fragen oder Wortbeiträge? Erst aufkauen, dann Wortbeitrag. In der Reihenfolge ist das gut. Knopf drücken. Ja, schönen guten Abend. Mir ist aufgefallen, der Lothar hat als Schatzmeister vergessen zu erwähnen, dass der Landesverband Hessen nach meiner Kenntnis der Landesverband ist, der die zahlungswilligsten Mitglieder in Deutschland hat. Was nicht zuletzt, glaube ich, dem Landesschaftsmeister mit zu verdanken ist. Ich habe eine Frage an den Landesvorstand, der beschlossen hat, zwei Server bei Hetzner anzumieten. Und zwar jahrelang sind wir gesponsert worden, das passiert auch jetzt noch, von einem Herrn, der uns zwei Server und freien Traffic zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt, wo wir noch ein bisschen brauchen, sind von einer anderen Firma, ich sag mal, Server angemietet worden und diese andere Firma macht dann jetzt das Geld. Und andere Leute geben uns das umsonst. Ich finde das irgendwo nicht in Ordnung. Und ich möchte deshalb ganz konkret fragen, ob dieser jemand, der ein Rechenzentrum betreibt, ob der nicht konkret angefragt worden ist und wenn ja, ob denn eine schriftliche feste Absage vorliegt oder ob man sich nicht einfach nur nicht genug bemüht hat. Danke. Ja, dazu kann ich Stellung nehmen. Und zwar zu aller Ernst, weil du sagtest, jetzt macht eine andere Firma ihr Geld, sag ich mal. Wir als Piratenpartei haben uns eigentlich doch auch dafür eingesetzt, nicht Vetternwirtschaft zu betreiben oder darauf zu achten, bei wem wir unsere Dienstleistungen einzuholen haben. So, das erstmal vorweg. Dann haben wir die Kosten abgewogen zwischen einer Neuanschaffung von Servern und einer Miet- und Miet-Servern. Dabei ist herausgekommen, dass wir auf der Fünfjahressicht natürlich besser fahren, wenn wir unsere eigene Radwehr anschaffen. Aber erstens sind wir im Moment nicht liquide genug, um jetzt die Anschaffungskosten tragen zu können. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Server zu mieten. Natürlich haben wir den bisherigen Dienstleister angefragt und haben ein Angebot eingeholt. Die Vergleichshardware, die wir gemietet haben, haben wir eingeholt und angefragt, was es kostet. Die Kosten beliefen sich auf 15.000 oder 16.000 Euro. Das war nicht zu stemmen mit den Finanzen, die wir haben. Zumal wir sehr viel flexibler sind, wenn wir die Server mieten, weil wir sie nach einem Jahr wieder zurückgeben können und neue Hardware bekommen. Das heißt, wir haben nicht die Fünfjahresfrist, in der wir die Kosten abschreiben müssen. Das heißt, wir sind flexibler, wenn es tatsächlich zu mehr Last kommen sollte, als wir geplant haben. All diese Gründe haben einfach nur dafür gesprochen, jetzt im Moment die Server zu mieten. Was definitiv im Moment günstiger ist und das wir uns überhaupt leisten können. Die zwei alten Server, die bereitgestellt werden von der Firma, bleiben weiterhin in unserem Besitz und dienen zur Erweiterung der Server-Infrastruktur. Es war einfach notwendig, weil wir den Wahlkampf im Prinzip gefährdet gesehen haben, weil jeder hat es mitbekommen, vor einem Monat war der Mail-Server für sechseinhalb Stunden weg. Wir waren nicht arbeitsfähig und dem müssten wir vorbeugen und deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Server-Hardware zu mieten. Einfach aus flexiblen Gründen und aus Finanzgründen. Danke. Mir sei ganz kurz als Teil der IT, der auch die Empfehlung dazu ausgesprochen hat, das so zu verfahren, gesagt. Wir haben natürlich auch bei der Firma, die uns da schon länger sponsert, angefragt, sie vermieten aber einfach keine Server. Also das ist ein reines Rechenzentrum, wo ich eigenes Server einstellen kann. Die Option, dass wir da die Server mieten, ist dort nicht gegeben. Haben wir abgeklärt mit denen. Genau und das Angebot, was wir eingeholt haben, war halt wirklich zum Eigentumsübertragung gedacht. Das heißt, wir wären Eigentümer dieser Hardware gewesen. Dazu kommt übrigens noch, dass wir bei Hardware-Ausfällen die Kosten selber tragen müssen. Das heißt, wir müssen festplatten, wir müssen alle Verschleißteile im Prinzip vorrätig halten, um im Fehlerfalle direkt reagieren zu können. Wir haben bei dem neuen Dienstleister eine Reaktionszeit von zwei Stunden, sodass im Falle eines Fehlers der einspringt und neue Hardware dahinstellt. Dankeschön. Gut. Gibt es weitere Wortbeiträge oder Fragen zum Rechenschaftsbericht der Kassenprüfer oder des Vorstandes? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Entlastung des Landesvorstandes. Gibt es Anträge zur Entlastung des Landesvorstandes? Möchte jemand den Antrag stellen, den Vorstand zu entlasten? Der ist noch nicht gestellt. Ja, es gibt den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Dann stimmen wir den Antrag ab. Wer für die Entlastung des Vorstandes ist, hält mit die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Vielen Dank, damit ist der Vorstand entlastet. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für eure Amtszeit. Dann kommen wir zum nächsten. Dann kommen wir zu einer Orga-Durchsage. Im Foyer gibt es einen Stand mit Infomaterial für Infostände und Stammtische. Bei Interesse bitte innerhalb der nächsten Stunde das Material abholen. Hier vorne im Foyer. Damit ist das auch gemacht. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich bitte schon mal Julia auf die Bühne. Ich gebe das Wort an den Vorsitzenden Richter des Landesschiedsgerichts zur Berichterstattung. Tada! So, und während ich nämlich meinen Bericht abgebe, kann Julia schon sich hier oben aufbauen. Ja, das Landesschiedsgericht ist in diesem Jahr sehr gefragt gewesen. Wir haben insgesamt, wir haben unsere Amtszeit ziemlich schnell mit vier Ordnungsmaßnahmen gestartet, die wir allerdings aus formellen Gründen alle ablehnen mussten. Wir hatten dann noch eine weitere Ordnungsmaßnahme, die sich erledigt hatte. Aber wir haben auch tatsächlich ein Verfahren ordnungsgemäß zu Ende geführt und zum richtigen Urteil gekommen. Das war die Anfechtung einer Aufstellungsversammlung, wo wir ein paar Punkte auch festgelegt haben. Ansonsten hat sich das Landesschiedsgericht in diesem Jahr auch sehr viel mit Beratung befasst. Zum Schluss haben wir bis jetzt noch letzte Woche haben wir den Kreisverband Kassel noch beraten, weil sie fusionieren möchten. Dasselbe haben wir auch in einigen Gesprächen für die Landell, Gießen und noch irgendwas anderes, Limburg-Weilburg, gemacht. Und haben dann unsere Expertise denen zur Verfügung gestellt. Es gab da ja mal vor zwei Jahren, letztes Jahr gab es da ja ein Urteil zur Verschmelzung Darmstadt-Darmstadt-Dieburg. Ansonsten möchte ich zu den ersten vier Ordnungsmaßnahmen, die beantragt wurden, kurz was sagen. In diesen Ordnungsmaßnahmen kam die neue Schiedsgerichtsordnung erstmalig zur Anwendung. Und es wurden Schlichtungen durchgeführt durch diese Schlichtungen, wo das Schiedsgericht einen Schlichter bestimmt hat, weil sich die Streitparteien nicht auf einen Schlichter einigen konnten. Konnten zwei der vier Ordnungsmaßnahmen geschlichtet werden und wurden zurückgenommen. In den restlichen zwei Verfahren mussten wir dann allerdings entscheiden, dass die Anträge zu den Ordnungsmaßnahmen nicht formgerecht gestellt wurden, da der Antragsteller kein Vorstand war und kein Vorstandsbeschluss vorlag. Es gab dann auch die Anfechtung einer Aufstellungsversammlung, zu der wir dann auch ein Urteil gefällt haben, in dem wir uns allerdings sehr knapp gehalten haben. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt, überwiegend aus formellen Gründen. Da die Antragsteller nicht klageberechtigt gewesen sind und dann gab es eine ordnungsgemäße Einleitung eines Ordnungsmaßnahmenverfahrens. Das hat sich dann allerdings auch relativ schnell durch den Antragsgegner erledigt gehabt. Ansonsten haben wir den Landesvorstand in Satzungsfragen beraten, wenn sie irgendwelche Auslegungen brauchten. Wir haben Kreisverbände beraten, ich habe da auch etliche Mails drin. Ich möchte mich bei meinen Schiedsrichterkollegen, den Ruben Bridgewater sowie Gregory Engels, die heute beide nicht hier sind, möchte ich mich herzlich bedanken. Ich möchte mich auch bei den Ersatzrichtern bedanken. Mein Internet funktioniert gerade nicht. Ich möchte mich auch bei meinen Ersatzschiedsrichtern bedanken, wo ich mich auch ganz herzlich entschuldige, dass ich gerade die Namen vergessen habe. Das tut mir echt leid. Es war einmal Ralf Donath und, ich weiß jetzt nicht, wer der zweite, Ralf, wer war denn der zweite Ersatzrichter? Ah, genau, der Peter Dambier. Genau. Ich habe jetzt, stimmt, wir waren jetzt zwei Jahre lang zusammen. Ja, genau, bei Peter Dambier und Ralf Donath bedanken, die die Ersatzrichter gemacht haben. Und ich freue mich, also was ich persönlich als Schiedsrichter, also als Vorsitzender Richter mittlerweile sehr schade finde, ich mache das jetzt im zweiten Jahr gemacht, wir haben in diesem Jahr sechs Fälle gehabt, im Jahr davor hatten wir einen, im Jahr davor gab es null, man sieht da eine leichte Steigerung. Sie ist schwer erkennbar, aber erkennbar. Ich hoffe doch, dass wir im nächsten Jahr dann wieder zu null Schiedsgerichtsfällen kommen und unsere Streitigkeiten wieder beilegen. Und zumindest nochmal zu den ersten vier Ordnungsmaßnahmen, ich möchte dazu sagen, das Landesschiedsgericht ist nicht dazu da, um persönliche Anomisitäten und Streitereien, die zwischen Einzelpersonen, nur weil alle zufällig Mitglied der Partei sind, auszutragen. Wir sind da nicht dazu da, wir sind nicht die Mutter der Piraten und wir sind auch nicht dazu da, dass ihr euch dann gegenseitig bezichtigt, wer hat eben das Förmchen weggenommen. Das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Wir gehen natürlich klar, wenn irgendwo Satzungsverstöße oder sowas sind, werden die vom Landesschiedsgericht nach Antrag geahndet, aber nicht für irgendwelche persönlichen Streitereien. Damit möchte ich es auch belassen. Ich möchte mich dann nochmal bedanken und wünsche dem zukünftigen Landesschiedsgericht, dem ich ja aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr angehören werde, viel Erfolg für Ihre Amtszeit und ein möglichst fallfreies Jahr. Vielen Dank. Gut, Dankeschön Jan. Ich übernehme an dieser Stelle die Versammlungsleitung. Bevor wir zur Wahl des Vorstands kommen, ist der nächste Punkt erstmal Satzungsänderungsanträge, die die Zusammensetzung des Vorstands betreffen. Ich bitte schon mal Ralf Praschak, Stefan Schimanowski und Christian Bethke, die zu dem Thema Anträge gestellt haben, sich bereit zu halten, damit die die gleiche vorne vorstellen können. Ich erkläre der Wahl kurz das Prozedere. So, also es gibt vier konkurrierende Anträge zu diesem Thema. Das sind die Setzungsänderungsanträge 6, 6a, b und c. Diese Anträge geben alle dem Landesparteitag die Möglichkeit, die Anzahl der Vorstandsmitglieder zu vergrößern, unterscheiden sich aber darin, wie genau das geschehen soll. Also ein Antrag sieht eine variable Anzahl von zusätzlichen Beisitzern vor. Der zweite Antrag, der Antrag 6a, sieht vor, dass bis zu vier Beisitzer in den Landesvorstand gewählt werden können. Der 6b sieht vor, dass zusätzliche stellvertretende Vorsitzende zu dem einen, der bisher im Vorstand gewählt werden können, auch in variabler Anzahl. Und der 6c, schließlich sieht vor, dass maximal fünf stellvertretende Vorsitzende zusätzlich in den Vorstand gewählt werden können. Wir fangen an mit der Vorstellung des Satzungsänderungsantrags 6 von Stefan Schimanowski und Christian Bethke. Nachdem alle vier diese Anträge einmal kurz vorgestellt haben, machen wir ein Meinungsbild darüber, wie viele Leute diesen Anträgen jeweils zustimmen könnten und kommen dann zur Diskussion. Stefan und Christian, bitte. Hallo. Also die danken für die Vorstellung der Anträge, Julia. Da brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Ich bin der Meinung, dass wir den Vorstand erweitern müssen, weil wir nächstes Jahr zwei Wahlen haben und wir haben unheimlich viel zu tun. Der jetzige Vorstand hat es nicht geschafft, alle Aufgaben zu erfüllen. Und man hört halt so oft, ja, wir machen das nur ehrenamtlich und hier und da und dort. Und das hätten wir gerne noch gemacht und das hätten wir noch gerne gemacht. Nächstes Jahr wird es wesentlich mehr Arbeit und deswegen bin ich dafür, den Vorstand zu erweitern. Welchen dieser Anträge wir annehmen, ist mir völlig egal. Wir stellen erst alle vier Anträge vor, damit man auch weiß, was die Alternativen sind und kommen dann zu den Meinungsbildern über die vier einzelnen Anträge. Jetzt stellt Ralf den Satzungsänderungsantrag 6a vor. Ja, mein Änderungsantrag ist basierend auf dem von Stefan, dass es auch Beisitzer im Landesvorstand gibt, aber im Unterschied zum Stefan maximal auf vier begrenzt, wie es wir auch in sehr vielen Kreisverbandssatzungen auch haben. Und eben keine Unlimitierung, wie sie im ersten Antrag möglich wäre, wo wir dann hier vor Ort bestimmen müssten, wie viele es gibt. Gut, Dankeschön. Dann Stefan den Satzungsänderungsantrag 6b. Da geht es darum, dass wir mehrere Stellvertreter nehmen anstelle von Beisitzern. Das ist im Grunde völlig wurscht, wie wir es erweitern. Da geht es nur darum, im Grunde die Presse zu trollen. Wenn ein Stellvertreter irgendwie was sagt, dann ist die Chance wesentlich höher, dass das Zitat auch in der Presse übernommen wird, weil sich von Beisitzer nicht wirklich jemand interessiert. Willst du den 6c gerade auch noch vorstellen? Der 6c ist analog zu seinem. Das ist die Begrenzung auf maximal fünf stellvertretende Vorsitzende. Gut, vielen Dank. Also nochmal, um zu rekapitulieren, der Satzungsänderungsantrag 6, über den wir jetzt das erste Meinungsbild machen, ist der Satzungsänderungsantrag, wo der Vorstand um eine beliebige Zahl von Beisitzern erweitert werden kann. Wenn ihr diesem Satzungsänderungsantrag grundsätzlich zustimmen könntet, hebt bitte die blaue Karte, sonst die rote Karte. Dies ist noch nicht die abschließende Abstimmung, sondern nur ein Meinungsbild. Ich teile dem Antragsteller mit, das Meinungsbild ist gemischt, aber von einer Zweidrittelmehrheit weit entfernt. Dann machen wir das Meinungsbild zu dem Satzungsänderungsantrag 6a, der vorsieht, dass der Vorstand um maximal vier Beisitzer erweitert werden kann. Ich bitte um das Meinungsbild. Dankeschön. Ich teile dem Antragsteller mit, das Meinungsbild fällt positiv aus. Wir kommen zu dem Satzungsänderungsantrag 6b. Das ist der Antrag, der eine beliebige Anzahl von stellvertretenden Vorsitzenden als Erweiterung des Landesvorstands vorsieht. Bitte hebt die Karten dafür. Dankeschön. Ich teile dem Antragsteller mit, das Meinungsbild fällt negativ aus. Und wir kommen zu dem 6c, der vorsieht, dass der Landesvorstand um maximal fünf stellvertretende Vorsitzende erweitert werden kann. Bitte das Handzeichen. Dankeschön. Das Meinungsbild fällt gemischt aus, aber erreicht keine Zweidrittelmehrheit. Die Anträge 6, 6b und 6c wurden zurückgezogen. Das heißt, wir diskutieren jetzt nur über den Satzungsänderungsantrag 6a. Das ist dieser, der jetzt auch am BIMA ist, den mache ich gleich noch klein. Also es geht um die Erweiterung des Landesvorstands um maximal vier Beisitzer. Ah, das habe ich vergessen. Möchte jemand einen der drei zurückgezogenen Anträge 6, 6b oder 6c übernehmen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Gut, dann bitte ich Personen, die sich zu dem Satzungsänderungsantrag 6a äußern möchten, sich zum Mikro zu begeben. Hallo zusammen. Ich habe es eben versäumt, mich vorzustellen. Ganz kurz deswegen nochmal hier Michael Starr, Kreisverband Hochtaunus. Dieser Satzungsänderungsantrag, so wie ihn der Ralf formuliert hat, ist beispielsweise Bestandteil unserer Kreisverbandssatzung. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben in den Jahren unseres Bestehens jetzt schon wechselnde Anzahlen von Vorstandsmitgliedern gehabt. Je nachdem, was eben halt zu tun ist und welche Menge an Bewerbern es gibt, ist das ein probates Mittel. Und ich halte auch den Titel des Beisitzers nicht für abwertend für einen Vorstandsmitglied, wenn man sich überlegt, wie oft der Kollege Schrade in der Presse zu lesen ist. Und er ist im Bundesvorstand auch nur Beisitzer. Das schadet offensichtlich nicht in der Außenwahrnehmung. Deswegen werbe ich sehr dafür, den Antrag anzunehmen. Für mich stellt sich hier die Frage, was erwarten wir eigentlich vom Vorstand? Soll der Vorstand so ein Rund- und Sorglos-Paket sein, wo möglichst viel innerhalb vom Vorstand gemacht wird? Oder soll der Vorstand eigentlich mehr dafür da sein, dass die Mitglieder etwas machen? Wenn es wirklich ein Rund- und Sorglos-Paket sein soll, dann ist eine Erhöhung der Mitgliedszahl der Vorstandsgröße durchaus das Richtige. Aber wenn man jetzt eher möchte, dass es der Vorstand, die Mitglieder animiert, alle Mitglieder animiert, etwas zu machen, dann ist er dadurch gezwungen, wenn der Vorstand klein ist. Und ich weiß, man sollte jetzt nicht so sehr gegen andere Gliederungen was sagen, aber ich denke mal, der Bundesvorstand ist momentan sehr groß. Wirklich gut laufen tut es dort meines Erachtens durch die Größe nicht unbedingt. Also ich muss mal sagen, dass die meisten Kreisverbände haben Beisitzer. Die meisten Kreisverbände sind in einer Größenordnung, wenn sie groß sind, 200 Mitglieder, 100 Mitglieder. Der Landesverband hat 2000 irgendwas Mitglieder, hat keine Beisitzer. Wir haben eine ganze Menge Arbeit zu machen. Wir haben im nächsten Jahr drei Wahlen oder ab nächstem Jahr drei Wahlen zu stemmen. Da brauchen wir auf alle Fälle im Vorstand eine ganze Menge mehr Unterstützung. Das heißt, ich stimme dafür, lasst uns bloß Bleisitzer wählen. Wir haben eine Menge Arbeit zu machen. Bitte. Ich finde eine Sache ein bisschen schwierig gerade. Und zwar, wenn man sich mal überlegt, wie der aktuelle Vorstand mit der Arbeit umgegangen ist. Ich meine, ich habe vorhin gehört, der ist nicht allen Erwartungen gerecht geworden. Hätte ich das schön gefunden, wenn ich es erfahren hätte, damit man da auch was machen kann. Wir sind dazu übergegangen, mit Beauftragung zu arbeiten. Wir sind übergegangen, Ausschreibungen zu machen, die nicht nach Beliebigkeit oder Sympathie oder wen kenne ich oder solchen Sachen, also persönlichen Kriterien geht, sondern wir sind vorgegangen, nach möglichst offen für alle und auch alle zu integrieren. Ihr habt das vorhin gesehen, der Vorstand ist nie nur der Vorstand, der da irgendwie gewählt wurde und da steht, sondern der Vorstand seid ihr alle inklusive uns. Wir sind die Verwaltung für euch. Wenn die Anträge kommen, dann werden die bearbeitet. Und ich bin jemand, der eigentlich froh ist, dass der Vorstand Arbeit rausdelegiert, dass die Leute integriert werden, weil ich der Meinung bin, dass die Integration der Leute eine viel wichtigere und viel Leuchtturmcharakter hat für alle anderen, die mitmachen wollen. Wenn der Vorstand nur macht und immer nur sich, ich sage jetzt mal, ein bisschen den Hintern aufreißt für alle anderen, dann habt ihr es eigentlich schön gemütlich und setzt euch zurück und guckt mal, was der Vorstand macht und am Ende war es der Vorstand. Ich finde, wir Piraten sind dafür angetreten, als Mitmachpartei zu arbeiten und zum Mitmachen gehört jeder und nicht nur der Vorstand. Deswegen bin ich ganz klar dagegen. Komm bitte zum Ende. Ja, mein letzter Satz. Also ich bin gegen Erweiterung des Vorstands. Ich bin für Erweiterung der aktiven Basis. Niemand hat was gegen eine aktive Basis, aber der Vorstand muss auch dafür sorgen, dass die Basis die Arbeit machen kann und manchmal etwas anleiern. Der letzte Landesparteitag hat den Vorstand beauftragt, eine Aufstellungsversammlung durchzuführen. Bis heute gibt es keine Ausschreibung dafür. Es gibt viele, viele Termine, die wir immer mal im Blick haben sollten, die ganz überraschend kommen. Weihnachtsfeier ist auch wieder nicht geplant und hier und dann dort. Das sind alles Sachen, die bleiben liegen und es wird sich kurzfristig darum gekümmert und dann eventuell läuft es auch mal nicht. Nächstes Jahr haben wir wesentlich mehr Arbeit und wenn Leute sagen, sie gehen in den Vorstand, um dafür zu sorgen, irgendwas zu organisieren, damit die Gesamtpartei das erarbeiten kann, finde ich das äußerst positiv. Ansonsten wird Arbeit liegen bleiben und das wird uns im Wahlkampf auf die Füße fallen. Lothar und Thumoy haben eben zwei interessante Aspekte angebracht. Das eine war die Frage, was wünschen wir uns eigentlich und das andere ist die Schlussfolgerung daraus, wer macht denn die Arbeit, wenn die Wünsche Wirklichkeit werden. Ich bin nach wie vor für diesen Antrag, weil nichts wäre schöner für einen Vorstand, als festzustellen, die Basis hat schon alles erledigt. Dann sehen wir uns in einem Jahr wieder, haben einen relativ kurzen Rechenschaftsbericht und das war es dann. Aber wir kommen im nächsten Jahr auf Punkte, die wir nicht durchliegen lassen, erledigen können. Keine Aufstellungsversammlung, keine Wahlteilnahme. Und es gibt einfach eine Menge Dinge, die jetzt nicht mehr auf Freiwilligkeit hoffen dürfen, sondern sie sind zu erledigen. Und ich glaube, wenn jemand sich bereit erklärt, für ein Vorstandsamt zu kandidieren, ist das auch die Bereitschaft, das ein Jahr lang zu tun. Und die Bereitschaft kann heute eingefordert und abgefragt werden. Ob wir in drei Monaten einen Beauftragten, einen Freiwilligen finden, der die Arbeit macht, das ist ein Risiko. Ich halte die Vorstandserweiterung, wenn wir sie denn jetzt beschließen, eindeutig für eine Risikopräsentationsmaßnahme. Und ich denke, wir haben noch genug Dinge, über die wir stolpern könnten. Wir sollten nicht selbst über eventuell uns selbst gelegte Fußangeln im organisatorischen Bereich stolpern. Wenn sich vier Freiwillige finden, lasst uns vier Beisitzer wählen. Wenn sich nur zwei finden, werden wir am Ende des Tages nur zwei Beisitzer haben. Aber lasst uns wenigstens in der Satzung die Voraussetzungen dafür schaffen. Leider hat mein Vorredner schon alle meine Argumente gebracht. Ich schließe mich den zu 100 Prozent an. Es haben sich ja jetzt schon zwei aus dem eben entlasteten Vorstand dazu zu Wort gemeldet. Ich wollte einfach fragen, ob sich die anderen auch noch mal dazu zu Wort melden könnten, weil ich denke, gerade die können am ehesten jetzt einschätzen und uns was dazu erzählen, was das denn für einen Vorstand eigentlich bedeutet. Danke. Ja, im Prinzip stehe ich genau deshalb hier. Also ich bin jemand, der auch für den Antrag ist. Selbst wenn wir jetzt im Moment noch keine Kandidaten dafür haben. Ich denke auch, das hat damit zu tun, dass der Antrag im Vorfeld nicht ordentlich kommuniziert worden ist. Er stand zwar im Wiki und wurde ordentlich eingereicht, aber im Wiki ist es auch ein bisschen untergegangen, dass es überhaupt Beisitzerkandidaten gibt. Im Vorstand ist definitiv genügend Arbeit vorhanden, um auch die Beisitzer zu beschäftigen. Ich würde mich da auch gerne dem Michael Stark anschließen. Das ist einfach auch ein Wegweiser im Prinzip für die Zukunft. Selbst wenn wir dieses Jahr keine Beisitzer wählen sollten, haben wir dann aber die Möglichkeit in Zukunft auf jedem Parteitag darüber abzustimmen, ob wir 0, 1, 2, 3 oder 4 Beisitzer haben möchten. Deshalb bitte ich euch, den Antrag anzunehmen. Dankeschön. Ja, hallo. Ich bin der Alios aus NRW und bin auch im Bufo. Der wurde ja eben auch angesprochen. Ich bin der Meinung, also ich bin auch dafür, sich das offen zu halten, den Vorstand zu vergrößern, weil ich glaube, dass es wichtig ist, einen diversen Vorstand zu haben. Es wird immer noch ein ehrenamtlicher Vorstand, denke ich mal, bei euch bleiben. Und deswegen ist es dann schon wichtig, dass man die Leute findet, die dann auch oder einen möglichst breiten Vorstand hat, um möglichst breite Meinungen drin zu haben und auch Fähigkeiten und Qualifikationen, die verschiedene Bereiche abdecken können. Wichtig dabei ist natürlich, dass diese Leute miteinander reden können. Ja, natürlich erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht es zu Kommunikationsproblemen kommt, wenn ich mehr Leute drin habe. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch eine größere Diversität an Meinungen und mehr Leute, die sich Themenbereiche rauspicken können und die verantworten können aus dem Vorstand heraus. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, den Antrag anzunehmen. Ihr wählt ja dann, denke ich, am Ende sowieso mit Approval Voting. Das heißt, wenn sich da Leute bewerben, von denen ihr glaubt, die gehen nicht, dann wählt sie nicht, aber wählt die Leute, die sich bereit erklären, von denen ihr glaubt, dass sie das gut machen können. Und am Ende kommt dann raus, wer 50 Prozent der Zustimmung hat. Und dann ist das doch gut, wenn man Leute hat, die es wirklich machen wollen und die von der Basis auch zum Großteil gewünscht sind. Wir haben eine Verständnisfrage, wenn ich das richtig sehe. Die ziehen wir gerade kurz vor. Vielen Dank. Meine Verständnisfrage lautet ganz einfach. Ist der Hintergrund der Antragsteller für diesen Antrag vielleicht auch der, dass Sie dann eben für Landes- und Bundesliste kandidieren und sowieso von Ihrem Vorstandsamt zurücktreten und wir dann gleichzeitig einen Nachfolger gewählt haben schon damit? Ralf, möchtest du das gleich beantworten? Also ich kandidiere für kein Amt in diesem Landesvorstand und bin da, glaube ich, frei, weil ich einfach sehe, dass wir diese Arbeit brauchen, gerade die ganzen Direktwahlaufstellungsversammlungen, die wir machen müssen, wenn wir uns dann entscheiden, an der Wahl teilzunehmen und so weiter und so fort. Und es wurde ja auch schon gesagt, es gibt genug Arbeit zu tun. Wir müssen sie halt nur endlich mal erledigen, dass wir vorwärtskommen. Danke. Danke. Ja, der Ernst bat mich nochmal auf den Umstand hinzuweisen, dass diese Formulierung bis zu vier Beisitzer, es wurde ja vom Michael und vom Kai schon gesagt, es können auch null sein. Da wir das nicht klar formuliert haben in diesem Satzungsänderungsantrag, sind wir als Versammlung frei zu entscheiden, wie wir dies ausgestalten wollen. Der Alios hat gesagt, zum Beispiel Approval Voting. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, dass wir als Versammlung vor der Wahl der Beisitzer darüber beschließen, wie viele Beisitzer wir überhaupt haben wollen. Und dann kann die Versammlung auch ganz klar sagen, wir wollen keinen, womit es bei der alten Regelung bleibt. Aber wie von Michael schon ausgeführt, wir haben als Versammlung die Hoheit darüber, um zu sagen, wie viel wir im Vorstand haben wollen. Und genau diese Flexibilität zeichnet uns Piraten in der Regel eigentlich aus. Deswegen würde ich euch bitten, diesen Antrag anzunehmen. Danke. Okay, wir haben noch eine Verständnisfrage. Bitte schön. Ja, ich habe tatsächlich eine Verständnisfrage gesetzt. Den Fall der Antrag würde angenommen. Wie wäre dann das Verfahren? Würde der Parteitag zuerst die Anzahl der Beisitzer festlegen und anschließend die Kandidaturen prüfen? Oder, weil es eben so rauskam, legt der Parteitag das Inabhängigkeit von der Anzahl der verfügbaren Kandidaten fest? Ja, wie gesagt, da es in der Satzung nicht explizit ausgeführt wird mit diesem Antrag, sind wir als Versammlung frei. Dieses Prozedere selbst uns durch die Geschäftsordnung oder durch Beschlüsse, das könnten wir machen. Also wir könnten gucken, wie viele Kandidaten gibt es. Weil wenn es ein Kandidat gibt, macht es wenig Sinn, vier Beisitzer wählen zu wollen. Genauso, wenn es irgendwie umgekehrt wäre. Das heißt, wir können es gucken aufgrund der Verhältnisse, die da sind. Gibt es Kandidaten? Gibt es keine? Wollen wir es vorher limitieren? Wollen wir es nicht vorher limitieren? Also wir sind ja völlig frei, das zu gestalten, wie es gerade kommt. Also wir sind ja ungefähr 2000 Piraten in Hessen und wir haben in diesen 2000 Piraten verschiedenste Strömungen. Diese verschiedensten Strömungen sollten sich auch im Vorstand widerspiegeln. Haben wir nur einen Vorstand von fünf Leuten, die sich im Moment auf die Wahl ausrichten, ist es ziemlich schwierig, andere Strömungen in diesem Vorstand auch noch vertreten zu haben. Das heißt, wenn wir mehr Leute haben, dann fühlen sich auch mehr Leute von der Basis verstanden und werden hoffentlich den Vorstand auch mehr unterstützen. Dankeschön. So, wir hatten jetzt 15 Redebeiträge. Das heißt, an dieser Stelle wird die Redeliste geschlossen. Ich bitte alle Rednerinnen und Redner, die noch was sagen möchten, sich gut sichtbar, also zum Beispiel, indem man die Hand hebt, sich hier zum Mikro zu begeben. Gut, da scheint niemand mehr zu sein. Dann ist Tumay der Letzte auf der Rednerliste. Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr sehr, sehr viele Anfragen an den Vorstand kommen werden, insbesondere von der Presse, die ganz klar auch immer sagen wird, wir wollen einen Vorstandsmitglied. Daher wäre ich dafür, die Anzahl der Beisitzer enorm zu beschränken, aus dem ganz einfachen Grund, wenn niemand zur Verfügung steht für die Presse, als Vorstandsmitglied zu sprechen, dann wird diese Tradition, die wir bisher haben, nämlich, dass Beauftragungen vergeben werden an den Richtigen, an die Richtige, die wird stärker beibehalten, als wenn gesagt wird, oh, wir haben ja einen Vorstandsmitglied, das schicken wir. Wir haben in Kassel auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, viele Beisitzer zu haben. Insofern ist das auch aus der Erfahrung herausgesprochen. Lieber ein kleiner Vorstand mit der Option sicher auch, den zu erweitern, aber lieber so klein als möglich und dann sagen, Beauftragung für alles, was nicht unbedingt einen Vorstand bedarf und nein, Pressearbeit bedarf keines Vorstandsmitgliedes. Kleine Anmerkung zum Kai, der Antrag oder alle Anträge wurden auf der PPH angekündigt. Die liest zwar kein Mensch mehr, aber wir haben die Anträge auch im Liquid Feedback eingestellt. Der Antrag vom Ralf wurde damit 87 Prozent angenommen. Es gab im Vorfeld sehr, sehr wenig negative Kritik. Und was ihr euch fragen müsst, ist, warum habt ihr Angst davor, dass Leute bereit sind, ein Jahr lang Verantwortung zu übernehmen? Toll, wir haben jetzt festgestellt, im nächsten Jahr gibt es viel Arbeit. Das, denke ich, ist mir aufgefallen, dass das der Konsens ist. Was ich aber aus Erfahrung weiß, ist, dass wenn Leute keinen Bock mehr haben, aus welchem Grund noch immer, ob sie im Vorstand sind oder nicht, werden sie nicht weiter arbeiten. Und das ist der Punkt, wo ich sage, kleiner Vorstand, ganz viele Beauftragte, ja, das hat den Vorteil, wenn einer nicht mehr will, nicht mehr kann oder, ich sage mal, Mist baut, kann man diesen Beauftragten austauschen, abwählen oder Ähnliches. Ich denke mir, wir als Piraten sollten hierarchische Strukturen klein und flach halten und insofern lasst den Vorstand bei den fünf Leuten und Arbeit gibt es genug. Wenn einer sich einen bringen möchte, dann soll er das tun. Es gibt genug zu tun. Danke. Michael hat vorhin das Argument des Risikos dargelegt. Das Risiko, dass sich niemand findet, eine Arbeit zu machen und dass ein Vorstandsmitglied sich entsprechend mehr verpflichtet fühlt. Nun, das Risiko haben wir auch bei Vorstandsmitgliedern. Wenn ich mir jetzt mal so die Kandidatenliste im Wiki anschaue, wir haben nicht viele Kandidaten, die bereit sind, sich wirklich für ein komplettes Jahr zu verpflichten. Wenn wir das im Vorstand machen, müssen wir als Basis, als Mitglieder, aber jemanden dazu wählen. Das heißt, wir haben eine geringe Auswahl. Diejenigen, die sich dort eingetragen haben, die sich kandidieren, die möchten es vielleicht nicht unbedingt, sondern machen es, weil es jemand machen muss. Das kann schief gehen. Wenn das über Beauftragung geschieht, dann ist es so, jemand, der nicht mehr machen will, der sagt das einfach. Es findet sich dann jemand anders, der es eventuell wieder, nicht für ein ganzes Jahr, aber vielleicht für ein paar Monate macht. Das heißt, hier ist das Risiko im Endeffekt geringer. Ein weiterer Punkt, der angesprochen worden ist, war die Arbeitsbelastung. Ich war im Kreisverband Frankfurt auch schon mal im Vorstand mit Beisitzern. Die Arbeitsbelastung für den Einzelnen ist gegebenenfalls sogar höher, wenn der Vorstand größer ist. Einfach aus dem Grund, es besteht Kommunikationsbedarf der einzelnen Vorstandsmitglieder. Man muss auf dem Laufenden bleiben, wer gerade was macht. Diese Arbeit nimmt extrem viel Zeit in Anspruch, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Von daher ist ein kleinerer Vorstand wesentlich handlungsfähiger als ein größerer. Und die Basis wird besser eingebunden. Ich werde es kurz machen. Ihr im Moment als Basis, solange jetzt der Vorstand da ist, habt nicht nur die Erwartungshaltung an den Vorstand alles zu organisieren, oder dass der es organisiert oder dafür sorgt, dass es läuft, sondern ihr habt auch ein Stück weit in meinen Augen die Pflicht, euch um den Vorstand zu sorgen und den auch dafür zu sorgen, dass der sich nicht verbrennt. Es geht in die Richtung von dem Lothar. Und an der Stelle, klar, großer Vorstand, kann man sagen, wunderbar. Arbeit wird gemacht, scheinbar. Die Leute hängen sich rein, verbrennen, leben kurz, aber dafür brennen sie hell. Und alle sind am Ende zufrieden, wenn nächstes Jahr dann wieder die Vorstände neu gewählt werden, weil sie halt fertig sind. Und ich kann nur sagen, aus Erfahrung jetzt von diesem Jahr mit den Beauftragungen habe ich den Eindruck gehabt, wir haben hier die Basis viel besser integriert. Wir haben auch im Rahmen der Vorstandssitzung viel mehr auch Informationsaustausch gehabt. Jeder hat mitbekommen von dem anderen, was da läuft. Und ich glaube, dass so ein größerer Vorstand, der vielleicht auch in sich inhärent ist und sich im Grunde genommen seine Aufgaben aufteilt, jeder macht was, dass der Informationsaustausch eher dazu neigt zu versiegen oder zumindest nur grob Informationen zu geben. Und eben, man ist nicht so gezwungen, auch der Basis jetzt irgendwas mitzuteilen, weil es läuft doch alles im Vorstand. Und deswegen, ich verstehe das Anliegen, ich finde es prinzipiell gut, aber ich halte es für den falschen Ansatz. Dankeschön. Abschließend hat der Antragsteller nochmal die Möglichkeit, ein Statement abzugeben und dann kommen wir zur Abstimmung. Ja, Beauftragungen sind super, machen wir auch sehr gut. Teilweise haben wir aber auch Beauftragungen gesehen, die nach ein paar Wochen wieder zurückgegeben worden sind. Also wir sind nirgends vor Ausfall von Leuten gefeit, egal ob sie im Vorstand sind oder in der Beauftragung. Und wir haben halt nächstes Jahr mit den Wahlen Dinge, die erledigt werden müssen. Und da können wir uns eben nicht leisten, dass eine Beauftragung für eine Aufstellungsversammlung oder sowas wieder zurückgegeben wird. Da brauchen wir Leute, die diese Verantwortung wirklich auch tragen wollen. Und dieser Satzungsendungsantrag sagt ja nicht sofort, wir werden einen 20-Mann-Vorstand, sondern wir können nur bis zu vier Beisitzer bestimmen. Das heißt, wir könnten auch sagen, wir bleiben bei fünf Leuten. Wir könnten vielleicht mit zwei starten als Beisitzer oder halt je nachdem, was die Versammlung möchte. Also das Ding ist kein automatisches Ticket, dass wir einen Riesenvorstand bekommen. Wir können immer noch bei der gleichen Option bleiben und uns nur ein bisschen mehr Flexibilität einholen. Und wir würden nicht jedes Jahr an jedem Landespartei diese Sache wieder diskutieren müssen. Danke. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag 6a. Da es ein Satzungsänderungsantrag ist, ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Ich bitte euch, die Stimmkarten sehr gut sichtbar, also mit der breiten Seite nach vorne uns zu zeigen, damit wir hier uns einen guten Eindruck verschaffen können. Bitte auch oben halten. Der Antrag ist angenommen. Wir haben noch einen weiteren Antrag, der sich zwar nicht mit der Zusammensetzung des Vorstands, aber mit den Aufgaben des Vorstands beschäftigt. Das ist der Satzungsänderungsantrag 14 von Frank Scholz. Ist der da? Wir haben einen GO-Antrag. GO-Antrag auf Auszählung muss von mindestens fünf Leuten unterstützt werden. Ich sehe, fünf Leute oder mehr unterstützen den Antrag auf Auszählung. Das heißt, wir kommen noch mal zu der Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag 6a, Erweiterung des Vorstands um bis zu vier Beisitzer. Bitte, ich übergebe für die Auszählung an den Wahlleiter. Ja, wie immer dasselbe. Erste Abstimmung, erste Auszählung. Wir brauchen jetzt bitte Wahlhelfer. Ich möchte gerne für jede Reihe zwei Personen haben. Diese Personen sitzen normalerweise an den Wahlurnen, aber vielleicht finden Sie sich auch andere. Also bitte Freiwillige vor. Haben Sie sich da hinten? Ihr beide, die die Arme heben, sind Wahlhelfer? Okay, also für die Reihe. Da haben wir einen. Bitte stellt euch an die Wahlurnen eurer entsprechenden Reihe. Das wäre echt ganz hilfreich. Hier, die Reihe 3, ist die Wahlurne vorne. Hier sind auch die Wahlurnen vorne. Und dort sind die Wahlurnen hinten in Reihe 1 und 4. Ich möchte gerne zwei Wahlhelfer an jeder Wahlurne sehen. Hier sehe ich zwei. Hier kommen zwei nach vorne. So, da hinten fehlt noch einer, wenn wir nicht alles durch. Bitte noch einen Wahlhelfer. Das ist nicht so schwer. Dann haben wir jetzt Wahlhelfer. Gut. Ernst? Ja? Ich würde dich bitten, der Versammlung deine Wahlhelfer noch mal kurz zu zeigen, dass sie den GO-Antrag jedenfalls stellen können. Ja, ist schon klar. Also, bitte noch mal alle Wahlhelfer Hände hoch. Es gäbe die Möglichkeit, wenn euch das nicht passt, könnt ihr den GO-Antrag auf Abwahl der, oder auf Ablehnung der Wahlhelfer stellen. Das ist offenbar nicht der Fall. Achso, ja, Entschuldigung, Wahlhelfer dürfen nicht kandidieren. Also, wir seid ja jetzt für den Verlauf der Versammlung, seid ihr Wahlhelfer. Ihr dürft dann später bei den Vorstandswahlen nicht kandidieren. Darf ich dich korrigieren? Ernst? Ernst, darf ich dich kurz korrigieren? Sie dürfen nur nicht für den Wahl, wo Sie kandidieren, Wahlhelfer sein. Okay, das stimmt tatsächlich. Ich weiß. Korinthenkackerei, aber du hast recht. Und denkst du bitte auch daran, die Empore zu zählen? Ja. Gut. Wie viel Rat gibt es das denn? Das muss mir die Akkreditierung mitteilen. Das spielt aber für die Auszählung nicht wirklich eine Rolle. Weil es waren nur die Ja- und Nein-Stimmen gezählt. Also wer das Kärtchen hebt. Wir haben 161 akkreditierte Piraten. Mal so als Nebeninformation. Während der Auszählung, bitte setzt euch in die entsprechenden Reihen und bewegt euch nicht. Wer nicht sitzt, wird nicht gezählt. Das als Ansage für die Wahlhelfer. Ihr zählt nur die Leute in eurer Reihe, die sitzen und eindeutig ihre Karten hochheben. Eure Stimmen zählt ihr natürlich auch, obwohl ihr nicht setzt. Das ist klar. Wir müssen aber auch trotzdem eure Zettel in die Wuft halten. Also wenn ihr die noch nicht habt, dann bitte holen. Gut. Wie gesagt, bitte alle setzen, damit auch die Unruhe bei der Auszählung nicht so groß ist. Ich denke, dann beginnen wir jetzt mit der Auszählung. Bitte die Ja- und Nein-Karten nach oben. Die Auszählung ist beendet. Wenn ich wieder um eure Aufmerksamkeit bitten darf. Es gab 97 Stimmen für den Antrag, 37 Stimmen dagegen. Damit ist der Antrag mit 72,4 Prozent angenommen. Es gibt einen weiteren Satzungsänderungsantrag, der die Arbeit des Vorstands betrifft. Das ist der Satzungsänderungsantrag 14 von Frank Scholz. Ist der Frank da? Frank, möchtest du deinen Antrag kurz vorstellen? Ist er das? Ich hoffe. Nicht? Bei diesem Antrag geht es um die Finanzplanung, wenn mich nicht alles täuscht. Also nur noch mal zum Verständnis. Wir behandeln jetzt alle Satzungsänderungsanträge, die die Arbeit des Vorstandes betreffen. Und dieser Antrag betrifft nicht die Zusammensetzung des Vorstandes, sondern die Arbeit des Vorstandes. Und damit die Kandidatinnen und Kandidaten für den Vorstand später wissen, worauf sie sich einlassen, behandeln wir diesen Satzungsänderungsantrag jetzt schon. Und Frank stellt ihn jetzt vor. Ich bitte um etwas Ruhe. Dankeschön. Hallo erst mal. Der Satzungsänderungsantrag berücksichtigt folgenden Punkt, dass nämlich eine Finanzplanung vom zukünftigen Vorstand den Mitgliedern vorgelegt werden soll. Und dass auch die Basis aktiv mit einbezogen wird, wenn es um Investitionen im Einzelnen gilt, vielleicht darüber zu befinden, inwieweit das jetzt sinnvoll ist oder ob vielleicht an das eine oder andere gedacht werden muss, wo der Vorstand vielleicht noch nicht das mit ins Kalkül gezogen hat. Also insgesamt eine Finanzplanung, wo eine Mitwirkung der Basis auf jeden Fall da ist, aber die Entscheidung dennoch dem Vorstand obliegt. Und ich denke mal, das müssten wir auch den Vorstand ins Stammbuch mit reinschreiben. Wir sind jetzt etwas größer geworden ja nun insgesamt, dass sie das auch wirklich machen müssen und zwar innerhalb von einer Frist, wo ich der Meinung war, sechs Wochen, da müsste das Thema eigentlich über die Bühne sein. Danke. Okay, also es geht um den Satzungsänderungsantrag, der einen neuen Absatz einfügt bezüglich Finanzplanung. Bevor wir zur Diskussionsrunde kommen, bitte ich kurz um ein Meinungsbild, wer sich vorstellen könnte, diesem Antrag zuzustimmen bzw. ihn abzuleben. Bitte hebt dafür die Karten. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild negativ ausfällt. Ich ziehe dann den Antrag zurück. Möchte jemand den Antrag übernehmen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit haben wir alle Satzungsänderungsanträge abgehandelt, die den Vorstand betreffen und kommen zur Vorstandswahl und zwar zuerst zur Wahl des Vorsitzes. Okay, ich übergebe für die Durchführung der Wahl zum Vorsitz an den Wahlleiter. So, kommen wir zur ersten Wahl. Alles bisher war ja nur Vorgeplänke, deswegen sind wir ja doch hier. Ich eröffne hiermit offiziell die Kandidatenliste zum Vorsitzenden des Landesverbandes und bitte die Kandidaten nach vorne oder um weitere Wortmeldungen, um Vorschläge für weitere Kandidaten. Kandidatenliste ist eröffnet. Laut Wiki haben wir vier Kandidaten, die sich schon vorher eingetragen hatten. Das sind Jürgen Erkmann, Tumay Kabbalay-Assad, Matthias Geining und Stefan Schimanowski. Herr Stefan Schimanowski, bitte an die Bühne. Wo ist er denn? Herr Schimanowski. Na gut, noch ist die Liste eröffnet. Ja, ja, weitere Vorschläge oder jemand, der sich selbst benennen möchte, weitere Kandidaten. Ah, der Herr Schimanowski. So, ein Aufruf, weitere Kandidaten für das Vorsitzendenamt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Letzter Aufruf für Kandidaturen für das Amt des Vorsitzenden des Landesverbandes. Wer jetzt sich nicht meldet, wird nicht mehr berücksichtigt. Die Kandidatenliste für das Amt des Vorsitzenden ist hiermit offiziell geschlossen für diesen Wahlgang. Damit übergebe ich jetzt erstmal wieder an die Versammlungsleitung für die Befragung und die Vorstellung. Gut, vielen Dank. Laut Geschäftsordnung entscheidet die Versammlung darüber, wie lange die Kandidaten Zeit haben, um sich vorzustellen. Sie können eine Zeit zwischen 5 und 10 Minuten vorschlagen. Also jede mögliche Zeit zwischen 5 und 10 Minuten ist möglich. Ich bitte um Vorschläge, wie lange die Kandidaten reden sollen. Da hinten ist ein Vorschlag auf 5 Minuten, hier ist ein Vorschlag auf 10 Minuten. Gibt es noch andere Vorschläge? 3 Minuten geht nicht, da die Zeit zwischen 5 und 10 Minuten liegen muss. Okay, wir haben einen Vorschlag auf 8 Minuten. Wie ich sehe, gibt es keine weiteren Vorschläge. Es gibt den Vorschlag, dass jeder Kandidat 5 Minuten Vorstellungszeit hat, 8 oder 10 Minuten. Wir machen jetzt eine Abstimmung, wo ihr jeweils... Okay, die 4 Kandidaten möchten übrigens alle maximal 5 Minuten Vorstellungszeit. Ich bitte euch, das bei eurer Abstimmung zu berücksichtigen. Ich bitte um das Handzeichen, wer wäre mit 5 Minuten Redezeit einverstanden? Die blaue Karte bitte, nur die blaue Karte. Dankeschön. Wer bevorzugt 8 Minuten Redezeit? Dankeschön. Und wer möchte 10 Minuten Redezeit? Dankeschön. Die Versammlung hat also beschlossen, dass jedem Kandidaten 5 Minuten Redezeit zur Vorstellung zur Verfügung stehen. Alle Kandidaten stellen sich erstmal einmal vor und danach kommen wir zur Befragung der Kandidaten. Die Befragung erfolgt alphabetisch. Ihr habt euch auch schon super aufgestellt da. Ich glaube, man war sich nicht sicher, welcher Teil des Nachnamens zählt. Wir haben einfach mal das, was hat gezählt. Okay, Tumai, bitte. Okay, danke für die 8 Minuten und 10 Minuten, die mir wahrscheinlich golten. Aber ich versuche es mich kurz zu halten. Also ich bin Tumai Kavala-Assad, 37 Jahre alt, komme aus Marburg. Ja, habe jetzt die letzte Amtszeit, also die aktuelle, als Landesvorsitzender für den LV Hessen machen dürfen. Hat mir alles sehr Spaß gemacht. Auch das Team war super. Mit mir wählt ihr jemanden, der vielleicht nicht unbedingt derjenige ist, der sagt, ich muss alles machen. Also ich bin eher jemand, der gerne delegiert und auch gerne Leute integriert. Für mich ist wichtig, das fiel vorhin im Rahmen der Diskussion, dass wir flache Hierarchien haben, dass wir nicht den Vorstand, den alle anhimmeln, haben, sondern ich sage mal, für mich ist eher, ich bin eher ein bescheidener Typ und eher vielleicht besonnen. Manche sagen, ich wäre vielleicht, ich könnte nicht irgendwie mich wehren oder ich sei zu lieb. Ich kann sehr wohl anders und auch modulieren. Also ich glaube, Schwalm-Eder-Kreis, beziehungsweise, nee, Vogelsberg war es, Entschuldigung, haben das auch schon mal mitbekommen. Aber es gehört nicht unbedingt zu meinen normalen Umgangsformen, dass ich jetzt hier, ja, sagen wir mal, unbedingt hier den tollen Hecht raushängen lassen muss. Ja, ansonsten will ich die fünf Minuten jetzt auch nicht ausschöpfen. Fragen, fragt mich einfach, wenn euch was interessiert und ja, ich stehe gerne Rede und Antwort. Danke. Danke schön, tu mal. Wir kommen zur Vorstellung von Jürgen Erkmann. Ja, moin, ihr solltet mich ja auch kennen. Jürgen Erkmann, zurzeit politischer Geschäftsführer, dass ich das nicht wieder werden will, habe ich ja schon deutlich gemacht, indem ich mein Amt abschaffen wollte. Das hat dann nicht so ganz geklappt, aber ist ja auch gut so. Ich habe Vorstandsarbeit schon gemacht. Ich habe auch Vorstandsvorsitzender bereits gemacht. Das war 2009. Ich weiß also, wie das geht. Ich weiß, wie ich es führen möchte. Ihr habt das im letzten Jahr erleben können, wie ich mir Vorstandsarbeit vorstelle, was ein Vorstand zu tun hat, was ein Vorstand zu lassen hat. Ich möchte im Wesentlichen dazu beitragen, dass wir weiterhin einen organisierenden Vorstand haben, dass wir das System mit den Beauftragten weiter ausbauen, dass wir keine Gesichter aufbauen, sondern dass wir Themen aufbauen und Leute aufbauen, die zu diesen Themen sprechen können. Es ist nicht der Vorstand, der in irgendwelche Talkshows gehen muss oder der auf Podiumsdiskussionen sprechen muss, vor allen Dingen nicht, wenn er zu dem Thema überhaupt keine Ahnung hat. Und wenn tatsächlich irgendwann eine Presse kommt und sagt, nein, wir wollen aber mit dem Vorsitzenden sprechen zum Thema Kühe melken in der Großstadt, und ich habe keine Ahnung von Kühe melken in der Großstadt, und Sie sagen, du oder keiner, dann wird es keiner sein. Ich habe das schon in einem Video gesagt und ich wiederhole es gerne nochmal für die, die es nicht gesehen haben. Das ist irritiert. Das habe ich zwar nicht im Video gesagt, aber es ist nicht schlimm, wenn mal ein Interview ausfällt, wenn wir ein Interview nicht geben. Darin wird keiner sterben, maximal der Redakteur, der es nicht bekommen hat. Aber es wäre katastrophal, ein Interview zu geben, wo deutlich wird, dass wir nicht wissen, wovon wir reden. Und das möchte ich nicht. Danke schön. Wir kommen zur Vorstellung von Matthias Geining. Ja, hallo. Mein Name ist Matthias Geining. Ich stehe hier als Bewerber für den Landesvorsitzenden. Ich bin 45 Jahre alt, ich bin verheiratet, bin seit 2009 Pirat. Und ich bin zwei Jahre Vorsitzender Wetterau gewesen, bis Februar diesen Jahres. Warum stehe ich hier? Wir haben 2013, 2014 ein super Wahljahr. Wir haben zehn Monate mit drei Wahlen, wo eine ganze Menge Arbeit, Organisation, aber auch politische Arbeit auf uns drauf zukommt. Das heißt, wir müssen Entscheidungen treffen und nicht die Entscheidung auf die lange Bank schieben. Wir müssen schneller Entscheidungen treffen. Wir haben gesehen, dass wir in der Vergangenheit für Entscheidungen zum Teil sehr lange gebraucht haben. Das kann nicht sein, wenn wir in der Wahl stehen, wenn wir drei Wahlen haben, muss es fixer gehen. Wir müssen uns da optimieren. Wir müssen Entscheidungen, ich habe es gesagt, zeitnah machen, müssen vorausschauend planen. Das wurde schon anderweitig erwähnt. Es gibt gewisse Dinge, die sind fest im Jahresplan. Eine Weihnachtsfeier, ein Sommerfest, der nächste LPT. Das ist alles fest geplant wird, damit drei, sechs, drei Monate vor ist schon ziemlich gut. Also wir müssten besser werden im Plan. Wir müssen viel, viel mehr tun in der Richtung. Ja, wir müssen auch Sachen mehr vorantreiben. Wir müssen auch, Piraten wollen ein bisschen angetrieben werden. Wir brauchen mehr Programm, aber ehrlicherweise haben wir viel zu wenig Leute, die Programm machen. Das heißt, wir müssen ein bisschen forcieren. Ich sehe den Vorstand, den Landesvorstand in der Aufgabe, da einen gewissen Druck aufzubauen, damit wir mehr Programm bekommen. Nicht auf Däuble komm raus, aber wir brauchen mehr. Wenn wir das jetzt hier sehen, wir haben zwei Gruppen von Kandidaten. Ich sage mal einmal, meines Erachtens den eher passiven Teil. Das ist aus dem alten Vorstand. Er hat gute Arbeit in der Vergangenheit geleistet. Das war ein Vorstand, den wir gebraucht haben. Zukünftig denke ich, wir brauchen den aktiveren Teil. Ich sehe da Stefan und mich, die mehr, sagen wir mal, das Ganze nach vorne bringen wollen. Wir müssen uns besser positionieren. Die Ausrichtung auf den Wahlen ist sehr, sehr wichtig. Warum ich? Ich denke, ich bin ein guter Planer. Ich kann frühzeitig Entscheidungen machen. Ich versuche, den Vorstand mit dem Schritt, etwas das Schritttempo zu erhöhen. Die Leute aus der Wetterau können Sie gerne befragen. Die einen oder anderen haben sich beschwert, dass ich ein relativ hohes Schritttempo vorgegeben habe. Aber ich versuche auch, niemanden zu verlieren. Ich bin ein erfahrener Macher. Meines Erachtens qualifiziert. Bundestagswahl 2009, Kommunalwahl 2011. Die Bundesbürgermeisterkandidatur in Bad Nauheim wurde alles von mir mit organisiert. Ich bin relativ konstruktiv. Ich diskutiere gerne, aber ich mache das auf Entscheidungen bezogen. Ich mag diese Vorstandssitzung überhaupt nicht, wo man stundenlang über eine heiße Breitung herumredet, um sie dann noch das nächste Mal zu verschieben. Dürfte es bei mir hoffentlich nicht geben. Bewiesen habe ich, dass ich das kann. Ich habe die PGA-Wahlen aufgebaut. Ich habe den Hessen-Campus mit dem Christoph Hamper aus der Taufe gehoben. Kommunalwahl hatte ich schon erwähnt. Dass ich Sachen vorantreiben kann. Abgeordneten-Kodex ist dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff. Das war auch mein Baby, was ich versucht habe voranzubringen. Was mache ich, wenn ich Vorstand werde? Also ein Punkt, den ich mir vorstelle, gemacht werden soll, ist eine aktivere Nachwuchsförderung. Und zwar meine ich jetzt nicht die jungen Piraten ab 18, sondern ich meine Nachwuchs für aktive Positionen. Also, dass wir Piraten haben, die sich trauen, Aufgaben zu übernehmen. Das sieht immer so aus, wir haben häufiger Beschwerden über Seilschaften, Kungeleien und sowas. Wenn wir neue Piraten da reinkriegen, vermeiden wir solche Vorwürfe viel eher. Beauftragen wurde heute schon häufig erwähnt. Ich finde, das ist ein viel zu wenig genutztes Instrument. Wir brauchen viel mehr Beauftragung. Wir haben keinen Wahlkampfbeauftragten, obwohl wir die PGA-Wahlen haben, die das quasi so als Hobby nebenbei macht. Wir bräuchten dringend einen Wahlkampfbeauftragten. Wir bräuchten jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben einen Pressebeauftragten, Öffentlichkeitsarbeit haben wir nicht, bräuchten wir eigentlich auch. Und noch eine ganze Menge andere Dinge. Parteitagsbeauftragter zum Beispiel. Jemand, der sich nur um den Parteitag kümmert oder um die Parteitage kümmert. Nicht, dass er sich organisiert, aber dass er im Auge behält, dass es gemacht werden muss und dass er nicht plötzlich da steht, wie jetzt bei dem Aufruf zum Beispiel für Butzbach, wo es hieß, wir machen nicht Butzbach, weil sich keiner gemeldet hat. Aber das hätte man auch schon viel, viel früher aufrufen können. Ja, Vernetzung ist ein anderes großes Thema, habe ich die fünf Minuten schon rum. Vernetzung ist ein anderes großes Thema innerhalb und außer des Landesvorstands. Bei Hessen hat man manchmal das Gefühl, dass wir, Hessen, Piratenpartei, Deutschland ist eins. Aber wir haben noch eine Piratenpartei Deutschland, wo wir uns unterordnen. Wir haben andere Landesverbände, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Für mich macht es den einen oder anderen Opfer relativ schlecht vernetzt bringen. Wir müssen Aktionen gemeinsam machen. Wir haben die Nacktscanner-Demo gesehen, die in ganz Deutschland gemacht wurde. Wir haben die Demos gesehen, die wir letzte Woche oder vorletzte Woche gemacht haben, die in ganz Deutschland gemacht wurden. So etwas muss viel häufiger passieren. Also Schlussstatement. Wenn ihr Veränderungen wollt, wählt mich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Wir kommen zur Vorstellung von Stefan Schimanowski. Hallo, ich bin der Stefan. Der Matthias hat meine komplette Rede vorweggenommen. Ich gucke mal, wie ich fünf Minuten noch ausfüllen kann. Ich finde, wir sollten aufhören, den Vorstand als rein verwaltend anzusehen. Der Vorstand hat wesentlich mehr Möglichkeiten. Ihr kennt das ganz oft. Ihr seht zwar auch den Vorstand als verwaltend an, aber viele, viele Piraten haben oft Ideen und wenden sich zuerst an den Vorstand und sagen, hör mal, du bist im Vorstand, was hältst du denn von der Idee, was hältst du von der Idee. Dadurch hat der Vorstand einen Wissensvorsprung und kann die ganzen Ideen, die ihr alle habt, verknüpfen. Wenn ich weiß, da hinten hat einer eine Idee und aus dem KV hat einer, dann kann ich sagen, Kenas, hier, ihr lest zwar keine Mailinglisten oder sonst was, aber da gibt es Leute, die interessieren sich für dasselbe wie ihr. Hockt euch mal zusammen. Und so ist der Vorstand dafür da, Leute miteinander zu verknüpfen, damit Arbeit geleistet wird. Wir brauchen einen Vorstand, der auch diese Aktivität und diese Leidenschaft ein bisschen vorlebt, so wie es Matthias und ich es wohl machen würden. Und der auch aktiv auf die Leute zugeht. Der Jürgen hat vor ein paar Wochen eine Mail rumgeschickt, Beteiligung bei den Vorstands-Telkos, wie oft die AKs, die AGs und so weiter dabei waren. Und er fand es ein wenig traurig. Ich fand es traurig, dass alle zwei Wochen erwartet wird, dass Bericht abgeliefert wird. Ich sehe das genau gegenteilig. Der Vorstand holt sich die Informationen, der geht auf die AKs, auf die AGs zu, sagt, hört mal Leute, wir haben von euch ein langes mehr gehört. Wie sieht es bei euch aus? Braucht ihr Hilfe? Können wir euch irgendwie unterstützen? Und wir sehen das ganz oft, ich nehme mal den AK Bildung vom Sepp. Der Sepp schreibt zehn Mails am Tag, was es Neues gibt. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen viel, aber es wird alles kommuniziert. Wir haben unglaublich viele AGs, die kommunizieren nichts. Ich weiß nicht warum, da geht es darum, wir müssen aktiv auf diese Leute zugehen, wir müssen die unterstützen, wir müssen denen helfen. Das ist genau wie, wenn wir von der Mitmachpartei reden, wir wollen den Bürger mit ins Boot holen und zum Mitmachen annehmen, wir müssen die Leute mitnehmen, außerhalb, als auch innerhalb dieser Partei. Und da sind, glaube ich, Matthias und ich die Leute, die ein Jahr lang hin und her rennen werden und hier die Leute zur Arbeit animieren, motivieren und überall helfen, wo wir nur können. Ja, deswegen bitte ich euch um eure Stimmen für mich oder Matthias oder uns beide. Dankeschön. Vielen Dank. Es haben sich jetzt alle Kandidaten vorgestellt und wir kommen zur Fragerunde. Wenn ihr eine Frage habt, stellt euch bitte hier jetzt auf dieser Seite auf. Ich denke, Verständnisfragen sind jetzt hier nicht so akut. Nochmal kurz zum Prozedere. Bitte, wenn ihr eure Frage stellt, sagt vorher bitte kurz, ob ihr die Frage an alle stellt oder an einen bestimmten Kandidaten oder zwei. Und diese Personen bekommen dann direkt im Anschluss auf die Frage das Rederecht. Frage an die Technik. Das Mikro hier oben, funktioniert das? Gut, dann würde ich die Kandidaten bitten, nach hier oben zu kommen. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Dann können Sie dort direkt die Fragen beantworten. Und Knut hat das Wort. Hallo Matthias. Habe ich dich da so richtig verstanden? Du möchtest, dass der Vorstand Themen vorgibt und die Basis dann vor sich her treibt und siehst, dass der Vorstand, sprich du, ich sag mal dann in der Presse steht und dich repräsentierst und halt eben nicht die Basis die Arbeit machen lässt und die Basis auch entscheiden lässt, in welche Richtung es gehen soll. Habe ich das so richtig verstanden? Nein, das ist falsch. Ich meinte, ein Thema, das uns ereilen wird, wo wir gar nicht darüber diskutieren brauchen, das sind die Wahlen. Wir müssen uns auf die Wahlen vorbereiten. Und das ist etwas, wo ich denke, wo der Vorstand die Basis ein bisschen vor sich her treiben kann, indem er einen gewissen Druck aufbaut, die Leute motiviert, ranholt, dass da mehr passiert. Das habe ich bisher nicht so gesehen. Politisch, die Basis macht die Arbeit. Ihr habt wahrscheinlich alle meinen Bewerbungstext gelesen, da steht das auch irgendwo drin. Die Basis soll die politische Richtung vorgeben. Der Vorstand setzt nur um. Ich sehe mich also auch als Organisationsvorstand. Ich bitte um ein bisschen mehr Ruhe. Es schließe ich euer aller Vorstand, der hier gewählt wird. Wenn ihr euch unterhalten möchtet, geht bitte raus. Die nächste Frage. Ja, meine Frage wäre, du hast gesagt, Matthias, du versuchst, niemanden zu verlieren. Erstens, wie möchtest du das denn sicherstellen? Und zweitens, der Aspekt, dass sich Vorstände immer wieder verbrennen, wenn du das Schritttempo erhöhst, ist das ja noch eher der Fall. Und wenn wir im nächsten Jahr Vorstände verlieren, wäre das ja worst case. Ich meinte mit verlieren die Basis. Ich glaube nicht, dass wir einen Vorstand verlieren. Wenn wir zum Beispiel jemanden wie Stefan noch im Vorstand dazubekommen würden, dann denke ich, dann haben wir ein gemeinsames Schritttempo, das relativ hoch ist. Wir müssen auf die Basis achtgeben, dass die Basis mitkommt. Und ich finde zum Beispiel, die Erweiterung, die wir jetzt gemacht haben, um die Beisitzer, geben uns die Möglichkeit, auch noch eine andere Richtung in den Vorstand reinzubekommen, der vielleicht bremsend oder in einer anderen Art und Weise die Leute einbindet, die mit unserem Tempo nicht einverstanden sind. Aber an sich muss der Vorstand, der wird sich nicht verbrennen. Eine Frage an alle. Warum ihr in den Vorstand wollt, haben die meisten eigentlich gesagt. Aber mich würde interessieren, warum wollt ihr unbedingt Vorsitzender werden? Zweite Frage. Wärt ihr auch bereit, für eine andere Position im Vorstand zu kandidieren? Dritte Frage. Hergehend mit dem, warum wollt ihr Vorsitzender werden? Wer von euch möchte sich für die Landtagswahl aufstellen lassen? Und der Jürgen hat erwähnt, wenn man auf Podiumsdiskussionen eingeladen wird und man hat keine Ahnung, dann soll man besser nicht hingehen. Es hat aber kaum jemand gesagt, wo dann die politischen Schwerpunkte von dem jeweiligen liegen. Also mich würde interessieren, wo sind denn eure Themen? Was interessiert euch besonders? Was wollt ihr in Hessen machen? Vier Fragen, ja. Ich habe mich falsch aufgestellt. Ich bin, muss ich gestehen, ziemlich unpolitisch, also im Sinne von Themen. Es gibt Themen, also ich bin Macher, das was vorgetragen wird, wo es darum geht, was umzusetzen, da bin ich sofort dabei. Das haben wir gesehen beim Apfeltag zum Beispiel, also Rewe Apfeltag, da waren auch viele nicht unbedingt dafür, aber haben wir trotzdem gemacht. Ich werde nicht für den Landtag oder irgendein anderes Mandat kandidieren. Ansonsten, warum ich Vorstand oder Vorsitzende unbedingt werden will, will ich gar nicht. Also ich will überhaupt nicht sehr Vorsitzende werden. Das war jetzt halt mein Amt, was ich zuletzt inne hatte. Da weiß ich, dass ich das durchaus in der Lage bin, ich weiß auch, dass ich jemand bin, der durchaus ein Teamer ist und auch in der Lage ist, Teams zu formen, miteinander zu kommunizieren. Ich menschle ganz gerne und ansonsten, ja, also ob ich für ein anderes Amt kandidiere, also meine Kandidatur ist ein Angebot an euch. Ihr entscheidet, wo ihr mich hinhaben wollt. Also mir geht es nicht darum, ich muss jetzt da oder da oder da sein. Ich weiß, dass ich bestimmte Dinge gut kann, andere Dinge vielleicht nicht so gut. Und ja, also ich hoffe, dass ich deine Fragen, ob ich die jetzt erschöpfend beantwortet habe, ansonsten würde ich weitergeben. Ist das okay für dich? Okay. Gut, also warum der Vorsitzende? Erstens, das habe ich schon gesagt, ich glaube, ich kann es, ich habe es schon gemacht. Und dass ich nicht mehr zum politischen Geschäftsführer kandidiere, ist, glaube ich, klar. Schatzmeister wird auch nicht benötigt und Genseck werden wir ebenfalls hinkriegen. Das können andere wesentlich besser als ich. Bis vor kurzem gab es dann nur noch zwei Posten, das waren eben diese beiden. Würde ich für ein anderes Amt kandidieren, das wären dann jetzt zwei, nämlich Stellvertretender oder Beisitzer. Das hängt davon ab, was für ein Vorstand sonst noch zustande kommt. Und ich bin der Meinung, dass zum Beispiel ich mit Matthias oder mit dem Stefan nicht in einem Vorstand sein sollte, da das den Vorstand in der Arbeitsfähigkeit händen würde. Und wenn jetzt der Parteitag sagt, wir wollen einen aktiven Vorstand haben, dann sollen sie auch einen bekommen. Und da würde ich nicht dazugehören. Die dritte Frage und hoffentlich auch die vierte, kriegen wir vielleicht zusammen. Für was interessiere ich mich? Das kann ich euch beantworten, wenn es dann um die Landtagswahl geht, weil dafür, das hatte ich gesagt, werde ich mich aufstellen, zumindest als Kandidat. Es wird nicht korrigiert, also es wird nicht kollidieren mit dem Jahr, was jetzt als Vorstand zu leisten ist, weil der Landtag sich halt erst 2014 konsolidiert. Die Ideen, die ich jetzt habe, sind vollkommen irrelevant, weil ich diese Ideen nicht zu vertreten habe. Aber ich habe eure Ideen zu vertreten und das möchte ich tun. Also es hat sich ja im Laufe der Zeit ein bisschen herauskristallisiert, wer im Vorstand welche Aufgaben hat. Ich kandidiere als Vorsitzender, weil der ein bisschen auch der Vortänzer ist und ein bisschen mehr Wirkung hat. Und ich glaube, dass ich mich da am besten einbringen kann, genau wie Jürgen eigne ich mich für Schatzmeister und Gänseck gar nicht. Ich würde, wenn der Matthias Vorsitzender werden sollte, als seinen Stellvertreter kandidieren, weil wir uns sehr, sehr gut ergänzen und uns da diverse Aufgaben auch teilen können. Ich werde auch für den Landtag kandidieren. Und was ich voranbringen will, wir werden alle vier gemeinsam, werden wir auf dem nächsten Hessen Campus einen Slot einbringen. Da geht es darum, die gesellschaftliche Identität der Partei, was ist eigentlich so das Grundprinzip, was wir alle teilen oder hoffentlich alle teilen. Das habe ich ja schon mal angeregt und das möchten wir auch zu viert weiter fortführen. Ja, also ich stehe hier als Kandidat für den Landesvorsitzenden. Ob ich für ein anderes Amt kandidieren möchte, das überlege ich mir, wenn das jetzt hier gleich schief geht oder auch nicht. Also da würde ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich würde mich auch gerne auf eine Landes- oder eine Bundesliste schreiben lassen. Das weitere meine politische Einstellung. Ich bin der klassische Pirat. Ich bin für Transparenz und Nichtbestimmung. Aber im Allgemeinen, habe ich es eben schon gesagt, bin ich der Meinung, dass die Basis die politischen Themen vorgeben muss. Das ist meine eigene als Basispirat Meinung, das ich vertreten möchte. Aber als Vorstand vertrete ich die Meinung der Basis. Danke. Okay, wir müssen die Fragerunde hier mal ganz kurz unterbrechen. Wir hatten einen GO-Antrag, einen Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung, der rechtzeitig eingegangen ist, aber es hat eine Sekunde gebraucht, das bei uns schriftlich einzupflegen. Es geht um den GO-Änderungsantrag 04. Es wird an passender Stelle in die GO eingefügt. Auf der Versammlung können von einem Piraten pro Stunde höchstens ein Antrag im Sinne des Paragraph 13 eingereicht werden. Der Markus Brechtl möchte den kurz vorstellen. Ja, guten Tag. Wir haben als Antragskommission zurzeit das Problem, dass wir sehr viele Anträge von einem einzelnen Piraten bekommen. Und wir denken, dass es sinnvoll wäre, also der Geschäftsordnungsantrag kam jetzt nicht von der Antragskommission, sondern von anderen, das muss man auch nochmal unterscheiden, das ist ganz wichtig. Aber ich persönlich denke, dass wenn ein Teilnehmer dieser Versammlung einen Antrag einreicht, dann sollte er das erstens mal gut zusammenfassen, dass es ein größerer Antrag ist oder er sollte die schon vorher eingereicht haben. Aber auf jeden Fall 20 Anträge in zwei Stunden zu stellen, ist halt schon extrem viel und wir hätten gerne, dass nur ein Antrag pro Stunde gestellt werden kann. Wenn es wichtig ist, kann der Antrag ja auch auf mehrere Antragssteller verteilt werden. Das ist immer noch möglich. Das ist quasi ein Filter dafür. Deswegen würde ich das ganz gerne machen. Ich hoffe, dass ihr dem zustimmt, weil das unsere Arbeit hier erleichtern würde. Gut, vielen Dank. Wir sind gerade in der Verhandlung eines GO-Antrags. Ach so, ist das eine Gegenrede. Ja, bitte. Kannst du die Art der GO-Anträge nennen, dass wir die eventuell mit einem Chorum belegen können, dass nämlich Einzelne nicht so viele Anträge stellen können, aber es dennoch möglich ist, dass Einzelne eventuell mit den entsprechenden Leuten, die das unterstützen, trotzdem tun können, dass wir die Flexibilität dabei behalten können, ohne jetzt einzelne Piraten zu limitieren, weil ich sage mal, später bei Anträgen könnten Meinungsbilder, sonstige Dinge eher öfters auftreten, als jetzt immer nur einzelne GO-Anträge von einer Person. Das bezieht sich nur auf Anträge im Sinne des Paragraph 13, also Anträge an die Versammlung, Anträge, Programmänderungsanträge, Satzungsänderungsanträge können ja nicht mehr gestellt werden hier. Also das betrifft nur diese, also keine GO-Änderungsanträge, sondern nur Programmanträge und sonstige Anträge. Gut, wenn es keine Verständnisfragen mehr gibt, kommen wir zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag für die GO. Bitte hebt eure Stimmkarten. Dankeschön, der Antrag ist angenommen. Gut, wir fahren fort mit der Befragung der Kandidaten. Ja, ich habe eine ganz konkrete Frage und ich bitte auch um eine kurze, prägnante, konkrete Antwort. Drei von euch haben erklärt, dass sie für eine Landtags- und oder Bundestagswahl kandidieren werden. Seht ihr nicht einen Konflikt, während der Wahlkampfperiode ein Vorstandsamt zu bekleiden und gleichzeitig in dem wichtigen, wichtigen Wahlkampf verpflichtet zu sein? Ich glaube, es ist noch nicht mal mit einem Fulltime-Job zu schaffen, beides. Und zu erklären, und das ist meine zweite Frage, habt ihr ja auch getan, wenn ich denn dann kandidiere, trete ich zurück. Wann tretet ihr zurück? Wenn ihr die Kandidatur erklärt oder wenn ihr auf der Liste auf einem aussichtsreichen Platz seid, macht es dann überhaupt heute mitunter Sinn, für das Vorstandsamt zu kandidieren? Das ist meine Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Ich sehe da keinen Konflikt drin. Wir brauchen Leute aktiv, die den Landesverband voranbringen. Und die dann gleich ins Aus zu stellen, nur weil sie potenziell auf irgendwelchen Listen stehen, halte ich für, sagen wir mal, gefährlich. Sonst kriegen wir hier wahrscheinlich einen zweit- oder drittklassigen Vorstand, weil alle, die eigenermaßen gut sind, denke ich, werden wahrscheinlich auf irgendwelchen Listen kandidieren. Die andere Frage habe ich jetzt leider vergessen. Also der Matthias hat das nicht so gemeint, wie er das gesagt hat. Ja, also zum Zeitaufwand kann ich sagen, ich habe, ihr kennt mich ja jetzt schon ein paar Jahre und ihr wisst, dass ich in den letzten drei Jahren unglaublich viel Zeit investiert habe und dieses Piraten-Dasein gelebt habe. Ich sehe das nicht als Problem an. Ich kriege das auch als Vorstandsmitglied und als möglicher Kandidat hin. Es gibt ja bestimmt auch Überschneidungen. Ich sehe keinen Grund, sobald man Kandidat ist, zurückzutreten, sondern man kann dieses Jahr durchziehen. Die Wahl zum Bundestag, Landtag ist vermutlich etwa in dem Zeitraum, wo wir nächstes Jahr wieder den Vorstand wählen. Das heißt, sobald irgendeiner gewählt ist, kann er auch zwei Wochen später als Vorstand einfach aufhören. Das gibt keine großen Überschneidungen und ich sehe überhaupt kein Problem. Ich hatte die Problematik ja schon angesprochen, schon im Vorfeld meiner Kandidatur. Ich sehe jetzt vom Arbeitsaufwand das Problem nicht. Also gerade, wenn man einen Verwaltendenvorstand haben möchte, den ich ja auch als Angebot darstelle, ist diese Arbeit zu machen. Listenkandidat zu sein, bedeutet nicht, dass man unbedingt auf einer Spitzenposition ist oder dass man jedes Angebot annehmen muss oder jedes Interview oder jedes sonst irgendwas, sondern wir haben mehrere, wir haben eine Liste, wir haben mehrere Personen, die sich äußern sollen und die sich äußern können. Wenn aber jetzt der Landesparteitag sagt, wir sehen das als problematisch, dass jemand im Vorstand ist und eine Wahl, eine Aufstellungsversammlung leiten soll oder vorbereiten soll, zu der er selber sich dann aufstellt, dann sag das bitte und vielleicht machen wir das, wenn die Versammlungsleitung das zulässt, eben als Meinungsbild. Genau, formulier das bitte nochmal als Ja-Nein-Frage, dann können wir ein Meinungsbild machen. Gut, wer sieht es als problematisch an, dass ein Vorstandsmitglied für die Landtagswahl oder die Bundestagswahl kandidiert? Okay, also blaue Karte, wenn ja, ich finde es problematisch, rote Karte, nein, ich finde es nicht problematisch. Ich teile dem Antragsteller mit, die Mehrheit sieht es als problematisch an. Dankeschön. Dann ziehe ich meine Kandidatur zurück. Thumai, du hast dich zu der Frage schon geäußert? Ach, sorry, okay. Nächste Frage bitte. Meine erste Frage hat da Christoph Zerbe schon gestellt, die wurde beantwortet. Die zweite richtet sich an den Stefan und den Matthias. Ja, also meine zweite Frage richtet sich an Stefan und Matthias. Ich kriege es noch raus. Der amtierende oder der heute entlastete Vorstand hat durch die Art, wie er sein Amt gesehen hat, sehr viel Raum gegeben, sodass jeder seinen Platz finden konnte. Ich habe den Eindruck, durch die Art, wie ihr die Vorstellung jetzt vermittelt habt, wie ihr das machen wollt, wird es sehr eng. Wie wollt ihr verhindern, dass Leute verloren gehen, hinschmeißen, weil sie sich gegängelt, getränkt fühlen und auf eine bestimmte Richtung festgelegt sehen? Ganz kurz eine Orga-Durchsage. Jürgen Erkmann, bitte mal hier vor zum Antragsbüro. Danke. Also ich stimme dir völlig zu. Der letzte Vorstand hat sehr viel Raum gegeben. Allerdings hat er dann auch sehr viele Dinge auf die lange Bank geschoben. Ich denke, ich werde nicht irgendwie einschränken und Vorgaben machen. Das habe ich, glaube ich, hoffentlich schon häufig genug gesagt. Ich will nur organisieren, vorantreiben. Dinge, die gemacht werden müssen, müssen gemacht werden. Wenn man das als raumnehmend oder nicht den Freiraum gebend bezeichnet, dann verstehe ich nicht, wie wir jemals irgendwie auf uns eine Wahl vorbereiten wollen. Das heißt, wir hatten einen Vorstand, den wir gebraucht haben im letzten Jahr. Wir waren sehr zerstritten und ich denke, das war genau das, was wir wollten. Ich habe ihn mitgewählt. Ich fand, er hat eine gute Arbeit geleistet. Aber Leute, wir haben 2013, 14, wir haben Bundestagswahl, wir haben Landtagswahl, wir haben die Europawahl. Wenn wir da weiter in diesem Schnarch-Tempo vorangehen, dann ist die Wahl und die 5% und alles gegessen, bevor wir jemals überhaupt in die Startlöcher gewesen sind. Also das hat nichts mit Raum geben zu tun. Der Raum ist auf alle Fälle da. Ihr müsst machen. Ihr müsst nicht warten, dass euer Vorstand was macht, sondern ihr müsst machen. Das heißt, ihr habt den Raum. Da wird auch nichts genommen. Was ich möchte ist, dass der Vorstand mehr macht, dass die Basis mehr macht, dass jeder Einzelne hier mehr macht, mehr Arbeit macht. Und wenn wir da jemanden verlieren, ist das jemand, der sich keine Arbeit machen will. Und dann ist der auch hier einfach falsch. Entschuldigung, wir sind eine Partei und nicht nur dazu da, ihren Müll permanent auf die Mailing-Liste zu kippen. Wir haben Ziele, die wir umsetzen wollen und das erfordert leider Arbeit. Gut, nächste Frage bitte. Bei mir sind es auch wieder zwei Fragen. Die eine Frage geht an Stefan und an Matthias, die andere Frage geht an alle drei. Die Frage, die an alle drei geht, ist es eben bei der Vernetzung, bei der Zusammenarbeit wäre ein Defizit gewesen, die gliederungsübergreifende Zusammenarbeit. Also das heißt, KVA mit KVB über den LV zu koordinieren, genauso wie die Zusammenarbeit zwischen den anderen Landesverbänden. Ich habe verstanden, dass ihr das tun wollt. Ich habe aber nicht verstanden, was ihr glaubt, was euch dazu befähigt, beziehungsweise was euch behindert hat in der Vergangenheit, es schon zu tun. Die Frage zwei, die an Matthias und an Stefan geht, geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben gerade eben mehrfach gehört und auch von euch wurde dem zugestimmt, der vergangene Vorstand hat viel Raum gelassen. Was hat euch also behindert, schneller voranzugehen? Ihr meint jetzt also, man muss mehr machen, man muss mehr antreiben. Ich habe nicht verstanden, wie es euch gelingen soll, Freiwillige zu motivieren. Mich treibt hier keiner, mich animiert höchstens jemand zum Mitmachen. Ich bin hier freiwillig und wenn mir jemand den Raum lässt, dann nutze ich ihn und gehe ihn. Wenn mir jemand meint, vorschreiben zu können, was ich zu tun habe, hat er, glaube ich, ein hierarchisches Verständnis, was nicht meins ist. Sollte das ein Missverständnis sein, bitte ich euch, das aufzuklären. Ansonsten habe ich Klarheit gewonnen. Dankeschön. Michael, ich habe ein Problem. Ich habe die erste Frage vergessen, weil die zweite länger war. Die erste Frage war die, was eure Befähigung angeht, die gliederungsübergreifende Zusammenarbeit zu organisieren, weil ihr hattet schon die Gelegenheit, das in der Vergangenheit zu tun. Was könnt ihr auf einmal ab morgen besser, was ihr bis gestern nicht konntet? Okay, also es stimmt, wir haben uns mehr Beteiligung bei den Landesvorstandssitzungen gewünscht, aber wir können natürlich niemanden dazu zwingen. Und teilweise gab es auch parallele Vorstandssitzungen von den anderen Kreisverbänden. Was ich mir für die zukünftige Arbeit wünschen würde, ist, dass einfach jeder Kreisverband oder jeder Kreis einfach vielleicht jemanden abbestellt und sagt, hier, nimm doch mal für uns bitte teil. Man muss nicht dafür den gesamten Kreisverband oder irgendwas verschieben, sondern ich denke, also ich glaube, dass wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir uns gegenseitig auch unterstützen bei der ganzen Arbeit, dass wir bestimmte Erwartungen oder auch Bedürfnisse oder auch einfach Notwendigkeiten besser hinkriegen. Aber eine bestimmte Befähigung, ich sage mal, ich kann reden im Sinne von, ich kommuniziere, ich kann mit Leuten telefonieren, ich kann chatten, wie auch immer, oder Mails schreiben und sie darum bitten, aber ich kann niemanden dazu zwingen. Also von daher liegt es halt immer an den anderen auch, mitmachen zu wollen. So, der Matthias holt was zu schreiben. Wir haben nämlich die zweite Frage vergessen. Was mich befähigt oder warum ich das bisher nicht gemacht habe, ist, ich habe einfach andere Aufgaben in letzter Zeit übernommen. Dadurch, dass ich kein Vorstand bin, habe ich den von mir bereits erwähnten Wissensvorsprung nicht und ich habe, was ich innerhalb des letzten Jahres gemacht habe, war der BPT in Offenbach. Das hat mich sechs Monate lang gekostet. Die OB-Wahl in Frankfurt und diverse andere Dinge, da kann ich nicht, also ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich würde als Vorsitzender nicht nochmal ein BPT organisieren wollen, sondern mich auf diese Aufgaben konzentrieren. Ich war da immer ganz gut drin, Leute zu verknüpfen, auch mal irgendwelche Teams anzuleiten mit ein paar gelegentlichen Ausrastern, weil ich mir ein bisschen zu viel Arbeit auch manchmal mache. Die zweite Frage war, irgendwas mit Raum lassen. Gib doch mal ein Stichwort, bitte. Die zweite Frage war, wenn ihr euch alle einig seid, dass der vergangene Vorstand viel Raum gelassen hat, warum habt ihr ihn denn nicht zum Voranschreiten genutzt, wenn das das Problem ist? Wenn das heißt, wir müssen alle voranschreiten, hey, ihr hattet doch Gelegenheit zu tun, der Raum war da. Warum bringt ihr also jetzt auf einmal Leute zum Voranschreiten, ohne ihnen Raum lassen zu wollen? Okay. Es gibt viele Leute auch in der Partei, die gerne was machen möchten, aber nicht wissen, wie und wo und was. Wir haben einige Probleme, zum Beispiel, dass wir kein zentrales Kommunikationsmedium mehr haben und wir deswegen dafür sorgen müssen, dass die Leute, die Raum haben, auch den Raum betreten und sich überhaupt irgendwie langsam mal einbringen können. Und ich glaube, dass wir das der Matthias und ich durchaus voranbringen können. Also ich muss gestehen, wer mich kennt, weiß, dass ich die letzten Jahre auch ohne Vorstandsmandat sehr, sehr viel Arbeit geleistet habe. Das heißt, der Raum, der da war, den habe ich genutzt. Ich will den Raum, ich will nur mehr dazu bekommen, mitzumachen. Ich habe den Hessen Campus aus der Taufe gehoben, die PG Wahlen habe ich gemacht. Ich habe einen Kreisverband geleitet. Ich bin auf allen Stammtischen in Bad Homburg bei euch, du weißt das ganz genau, bin ich regelmäßig gewesen, und habe das Ding mit aus der Taufe gehoben. Also so ist es nicht. Ich mache schon als Nicht-Vorstand eine ganze Menge. Ich finde nur, als Vorstand kannst du viel, viel mehr vernetzen. Jeder kommt auf dich drauf zu, spricht dich an, hat eine Idee, du kannst viel mehr Kontakt zu, du kennst die Leute in Nordhessen, in Südhessen und kannst sagen, hey, setzt euch doch mal zusammen, ihr macht genau das Gleiche. Das sind Aufgaben, wofür ich einen Vorstand sehe, wo viel, viel mehr gemacht werden muss. Danke. Ich habe zwei Fragen, eine Delegierte und eine von mir. Die erste Frage ist, wie steht ihr zur Trennung von Amt und Mandat? Und die zweite Frage ist, wie viel an piratischen Grundsätzen wärt ihr und welche wärt ihr bereit zu opfern für ein gutes Wahlergebnis? Die Trennung von Amt und Mandat befürworte ich ganz klar ab Landesebene und piratische Grundsätze möchte ich überhaupt keine opfern. Es gibt aber das Problem, dass wir allgemein denken, was piratische Grundsätze sind, wir das aber leider ja nie festgeschrieben haben und ab und zu fällt einem hier auf, dass einige piratische Grundsätze vielleicht manchmal nicht mehr so wichtig sind. Deswegen wollten wir alle vier Vorstände auch beim Campus einen Slot einbringen, um diese piratischen Grundsätze mal zu manifestieren. Und die werden nicht verkauft. Also ich bin auch ganz klar für die Trennung von Amt und Mandat, das habe ich auch schon irgendwo in Miki reingeschrieben, Grundsätze opfern würde ich auch nicht. Weil ich als Vorstand kann sowieso keine Grundsätze opfern. Politische Entscheidungen treffen wir immer noch zusammen. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir irgendeinen Grundsatz über Bord werfen sollen, dann stimmen wir darüber ab, machen ein LPT und dann ist das Ding weg. Ansonsten wird kein politischer Grundsatz geopfert. Eine Verständnisfrage, die galt auch mir. Also ich muss sagen, wir hatten im vergangenen Vorstand einen schönen Grundsatz. Wenn etwas nicht wichtig ist, wird es nicht gemacht. Ja, ganz einfach. Und wenn es wichtig ist, wird es gemacht. Oh, okay, genau. Also danke für die Richtigstellung. Also wenn etwas nicht gemacht wird, war es nicht offenbar wichtig genug. Okay, also auf jeden Fall, die Sache ist, ich finde, wir gucken uns ein bisschen zu sehr oder wir schielen zu sehr auf diese Wahlen. Wenn wir Politik machen wollen, dann können wir die machen. Wir können natürlich antreten, wenn wir dafür bereit sind. Und wir sind erst dann dafür bereit, wenn alle mitmachen. Es kann nicht sein in meinen Augen, dass wir diese Wahlen zu irgendeinem Preis herbeizwingen. Und piratige Grundsätze, das ist unsere Grundlage. Wenn wir die wegen Wahlen zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht bereit sind, zu opfern, dann ist das nicht die Piratenpartei, zu der ich ursprünglich mal eingetreten bin, sondern es ist halt eine 0815-Partei, die nur machtpolitisch irgendwie ins Parlament will. Und da bin ich dann persönlich dann glaube ich draußen. Ich übergebe die Versammlungsleitung an den Christian, sobald er sich hier eingefunden hat. Aber du kannst die nächste Frage schon mal beginnen. Ja, also meine erste Frage würde jetzt an euch drei gehen. Und zwar bitte ich euch in kurzen Sätzen, ich bitte euch in kurzen Sätzen, euer Piratenpartei, also das Grundverständnis der Piratenpartei uns mal zu erklären. Also ihr müsst als Vorsitzenden in der Lage sein, uns zu repräsentieren. Und da hätte ich gerne von euch mal in kurzen Sätzen gehört, was ihr denkt, dass die Piratenpartei ist. Und das andere ging an Tumay. Tumay, du hast gesagt, du wärst nicht so politisch, ja, du wärst nicht so politisch aktiv. Und jetzt ist meine Frage, du musst unsere Politik nach außen repräsentieren. Wie passt das zusammen? Das heißt, du sagst, dass du relativ unpolitischer Mensch bist, aber du willst, du musst dich halt hinstellen vor die Journalisten und uns erklären. Versuch das mal mir klar zu machen. Okay, kann ich ganz leicht. Dadurch, dass, also wenn ich sage, ich bin unpolitisch, dann heißt das erstmal, ich habe keine Agenda, ich habe kein Thema, wo ich sage, das ist meins und nur das und alles andere ist links und rechts mir egal, sondern das heißt einfach, oder ich kann unsere Themen sehr gut, glaube ich, vermitteln, weil ich eben keinen Unterschied mache. Es gibt, wenn, also ich stehe hinter jedem einzelnen Thema, was bei uns im Programm steht und ich finde das absolut gut und das versuche ich auch zu transportieren und ich glaube, ich kann es deswegen so gut transportieren, weil ich eben nicht etwas vertreten muss, wo ich nicht dahinter stehe. Also an der Stelle bitte nicht unpolitisch damit verstehen, dass ich jetzt hier, weiß nicht, in einer politischen Partei bin und eigentlich irgendwie Verwaltungsfuzzi bin. Also ich bin Verwaltungsfuzzi in dem Moment, wo ich in dem Amt bin und ihr mich als Verwaltungsfuzzi haben wollt. Wenn ich nicht in dem Amt bin und das war ja der Grund, warum ich ursprünglich nicht antreten wollte, ich wollte Politik machen. Und das ist ein Angebot und ihr entscheidet, wen oder was ihr für am geeignetsten hält jetzt hier für uns für das nächste Jahr. Das andere, jetzt musst du mir noch mal helfen, der Anfang. Achso, was ist die Piratenpartei? Genau, die Piratenpartei ist eigentlich eine Bewegung, es geht gar nicht um Partei. So habe ich das mal festgestellt. Da geht es um Menschen, da geht es um Bürger, die wollen die Politik verändern. Die sind nicht mehr mit der Politik, wie wir sie hier haben, zufrieden. Die wollen, dass sie gehört werden, dass sie Mitspracherecht bekommen, dass eben nicht eigentlich von ihnen betraute und gewählte Menschen, denen sie ihre Stimme geliehen haben. Wenn ich immer höre, es heißt ja, Parteien sagen, unsere Stimmen wurden geklaut, dann muss ich sagen, die haben nicht Wahlen verstanden oder was wir hier machen mit Mandaten. Auf jeden Fall, hier geht es um Teilhabe, um die Menschen und nicht um Machtpolitik oder um Macht und Ämter und weiß der Geier was. Also für mich, das ist, wie ich die Piraten verstehe. Ja, kann ich voll zustimmen, ansonsten kann ich dir ergänzen, die Piratenpartei ist das, was du daraus machst, lieber Thorsten. Wir sind in der Tat eine Bewegung auch, wir sind aber nur mal eine Partei und eine Partei hat die Aufgabe, ein gesellschaftliches Bild anzustreben. Und ich glaube, dass es bei uns, wie er schon sagt, wie auch Jürgen sagt, das hat viel mit Teilhabe zu tun, es hat mit einer Solidargemeinschaft zu tun, es hat damit zu tun, dass wir die größtmögliche Freiheit des Individuums haben möchten und ein selbstbestimmtes Leben. Es geht darum, dass wir Politik nicht für einzelne Bereiche machen, für die Wirtschaft hier und dann dort, sondern für alle. Und das sind für mich so die Grundsätze dieser Partei. Also für mich zuallererst mal ist die Partei die Summe ihrer Mitglieder. Das heißt, dass die Partei an sich ist, ich sage es, ich nenne es Partei und nicht Bewegung, also ich finde, wir haben den Parteienstatus und wir sind nicht irgendeine Bürgerbewegung. Das heißt, ich bin zu den Piraten gekommen, weil für mich die Punkte Transparenz und Mitbestimmung absolut wichtig sind. Die vermisse ich in der klassischen Politik und das sind für mich die Grundwerte, meine persönlichen Grundwerte der Piratenpartei. Aber im Endeffekt ist die Piratenpartei das, was ihr daraus macht. Ich habe eine Frage an Stefan. Stefan, kannst du erläutern, warum du als Vorsitzender des KV Frankfurt zurückgetreten bist, die Gründe dafür und wie wahrscheinlich es ist, dass das in Hessen genauso passieren kann? Der KV Frankfurt ist mir manchmal ein wenig auf den Nerv gefallen. Ich hoffe, ich kriege trotzdem eure Stimmen. Hallo Frankfurt. Frankfurt war immer ein recht schwieriger Kreisverband und in Frankfurt gibt es recht viele konservative Piraten, die manchmal dem etwas entgegenstehen, was ich mir denke. Mir fehlt manchmal ein bisschen der Mut bei Piraten. Oft regiert ein wenig die Angst, dass wir irgendwie vielleicht Leute in den Vordergrund bringen, bei denen wir uns sicher sind, dass die keinen Unsinn machen, auch wenn sie dann lieber gar nichts machen, anstatt irgendwelche Risiken einzugehen. Ich finde aber, dass wir als junge Partei frech sein können, Risiken eingehen sollen. Ich habe das in Frankfurt für mich nicht mehr so gesehen, dass ich da viel Einfluss nehmen kann. und habe aber, glaube ich, einen gut funktionierenden Kreisverband dahinter lassen, der auch weiter gut geführt wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass das in Hessen passiert, beträgt 0%. Meine Frage an den Matthias. Du hast gesagt, die Piratenpartei muss schneller arbeiten, oder? Das heißt doch dann auch, dass sie dann mehr Fehler machen, oder? Sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob du in diesem Jahr verfolgt hast, wie denn unser Landesvorstand arbeitet. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wo ich der Meinung bin, dass eine Stelle der Entscheidung wesentlich besser gewesen wäre. Es wurde eine Ausschreibung für ein neues Presseteam gemacht. Von dem Zeitpunkt, wo die Diskussionen anfangen, dass wir ein neues Presseteam brauchen bis zur Ausschreibung, sind für mich gefühlt zwei Ewigkeiten vergangen worden. Ich meine, es wären sechs Wochen gewesen, bis das alles über die Bühne gewesen ist. Das hätte nicht sein müssen, das hätte viel schneller sein müssen. Ich will durchaus fundiert der Entscheidung, ich will nicht heute über etwas reden und im gleichen Atemzug die Entscheidung machen. Dann kann ich auch zur CDU gehen, die machen sowas, die diskutieren gar nicht. Aber ich will auch nicht, dass wir eine Entscheidung auf die lange Bank schieben, nur weil es uns unbequem ist. Wir hatten letztens eine Vorstandssitzung, wo Querelen zwischen den verschiedenen Kandidaten aufgetaucht sind. Das wurde einfach unter den Teppich gekehrt. Das ist für mich auch eine Art des Aussitzens, auf die lange Bank schieben. Das kann es nicht sein. Wir müssen irgendwann sagen, es ist zwar bitter, aber wir brauchen eine Entscheidung. Und zwar, die schlechte Entscheidung, die wir machen können, ist keine Entscheidung. Deswegen, lass uns eine Entscheidung machen in einer vernünftigen Zeit. Nicht überstürzen, aber sechs Wochen, Leute, also ich fand das grausam, muss ich sagen. Danke für die Frage. Ja, gut. Also, für mich scheint es so, als wäre bei der Bevölkerung allgemein nicht angekommen, wofür wir stehen, was wir eigentlich wollen, dass wir ein Programm haben, was wir durchaus haben. Wie wollt ihr das ändern? Weil bisher hat es offensichtlich nicht ausgereicht. Dass ihr mehr auf die Straße geht. Ich möchte, dass ihr mehr auf die Straße geht und mit den Leuten redet und den Leuten unsere Themen erzählt. Wir machen Infostände, um Präsenz zu zeigen. Wir könnten viel mehr Infostände machen. Wir haben 2000 Piraten in Hessen. Der Infostand braucht drei Leute. Also kriegen wir ungefähr 600 Infostände. Pi mal Daumen könnten wir im Monat vielleicht so hinkriegen. Wieviel machen wir? Zehn. Das ist viel zu wenig, um unsere Themen auf die Straße zu bringen. Wir müssen die Pressearbeit intensivieren. Wir müssen die Öffentlichkeitarbeit intensivieren, um unsere Themen rüberzubringen. Wir haben, wir müssten Pressemeldungen, wir bringen Pressemeldungen raus. Wir müssten viel mehr Themen machen, aber wir müssten uns vor allem ein Öffentlichkeitsarbeitskonzept ausdenken, wie wir diese voranbringen. Und ich denke, dann werden auch viel mehr Leute unsere Themen kennen und verstehen. Wir müssen einfach gute Arbeit abliefern und dann wird sich das irgendwann schon auch mal bemerkbar machen, dass wir nicht diese Chaos-Partei sind, die im Moment dargestellt werden. Den ganz großen Einfluss auf die Presse, wie das dargestellt wird, haben wir nicht. Wir sehen das gerade in anderen Landesverbänden, wie sehr, sehr eng die mit der Presse verzahnt sind, sage ich mal. Und es gibt trotzdem negative Berichte. Das hört auch wieder auf. Wir dürfen uns da einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen. Auch über andere Parteien gibt es negative Berichte und da gibt es nicht jeden Tag Rücktrittsforderungen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir uns im nächsten Jahr relativ viele erarbeiten und dann auch das positiv rübergebracht wird. Ja, hallo. Unsere Mitgliederzahl hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. Entschuldigung, es fehlt noch ein Statement. Außer, wenn ich nicht antworten soll. Soll ich? Kein Problem. Also ich teile die Einschätzung nicht ganz so, wie du sie jetzt dargestellt hast. Ich glaube, dass unsere Themen sehr wohl in die Bevölkerung getragen wurden, denn wenn wir uns mal angucken, wie das Thema Urheberrecht im Moment diskutiert wird, wenn wir uns angucken, wie das Thema Transparenz diskutiert wird, wenn wir uns angucken, wie das Thema Informationsfreiheitssatzung diskutiert wird, wenn wir uns angucken, wie GEMA-Vermutung diskutiert wird, wenn wir uns angucken, wie ACTA diskutiert wurde, ja, ich glaube, unsere Themen sind sehr wohl hochgespült worden. Es mag sein, dass die vielleicht nicht so präsent für jeden sind, aber ich meine, bis Berlin letzten Jahres waren wir 12.000 Mitglieder, ja, seit Berlin sind wir mittlerweile über 36.000 Mitglieder auf, also explodiert, ja, und, also nicht die Mitglieder sind explodiert, sondern wir als Partei sind dahin getuiert. Okay, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass wir auch ein bisschen Geduld haben müssen, ja, wir können ganz viel wollen, aber wir werden nicht, es gibt so ein schönes Sprichwort, so ein afrikanisches, ja, Gras wächst auch nicht schneller, indem man dran zieht. Und, ähm, ich glaube, wir, wir, wir strapazieren uns selber zu sehr, wenn wir glauben, wir könnten hier die Welt von heute auf morgen verändern. Politik ist ein verdammt hartes und dickes Brett zu bohren, ja, wir brauchen Ausdauer, wir brauchen viel Herzblut, wir brauchen Engagement, wir brauchen auch den Willen zu sagen, es ist scheißegal, was sie da draußen über uns sagen, das sind unsere Werte, das sind unsere Ziele, und für die arbeiten wir und kämpfen wir gerne, ja, und, danke, jetzt wäre ich rot, ja, aber, ähm, ich glaube, diese ganze Wahl an sich ist für mich ein Punkt, ähm, da steigen sich gerade die Geister hier. Es ist wichtig, dass wir zur Wahl antreten, aber wir sollten es nicht um jeden Preis erzwingen wollen. Wenn wir nicht so weit sind, dann ist es so, ja, lasst uns lieber Zeit, unsere Themen besser auszuarbeiten und Programme zu machen oder ein vernünftiges Programm auf die Beine zu stellen. Wir haben so viele Wahlen, an denen wir antreten können und meine Zeit ist lange über, Entschuldigung. Jetzt darf ich hoffentlich, nochmal sorry, ähm, du hast es gerade angesprochen, tu mal, die Mitgliederzahl ist in den letzten Jahren ja enorm explodiert. Das ist einerseits natürlich toll, äh, andererseits habe ich und einige andere Piraten, die ich kenne, auch festgestellt aus ihrer Sicht, dass viele in die Partei eingetreten sind, die mit den eigentlichen Idealen und Ursprüngen der Piraten nicht mal viel zu tun haben. Äh, das kommt dann in, auf Mailinglisten rüber, das kommt dann in AGs rüber, die aus meiner Sicht nicht wirklich zu den Piraten gehören, äh, oder es kommt auch in den Arbeitsweisen wieder. Ähm, meine Frage an euch, erstens, seht ihr das, seht ihr das auch so oder bilde ich mir das nur ein? Äh, und die zweite Frage, wenn ihr das so sehen solltet, äh, wie wollt ihr mit diesem Sachverhalt umgehen? Ähm, ja, du hast recht, wir, wir haben jetzt von 850 Mitgliedern letztes Jahr im September auf heute 2055, habe ich mir sagen lassen, von Christoph, äh, wir sind explodiert, ja, und natürlich, äh, sind viele Menschen dazugekommen, weil die, also, weil die Piraten eine unheimlich gute Projektionsfläche sind, ja, wir haben Hoffnung geweckt und diese Hoffnung hat Erwartungen geweckt und jeder, der mit diesem politischen System oder mit der, mit der aktuellen Politik, mit dem Stil unzufrieden ist, der fühlt sich von den Piraten auch natürlich selbstverständlich angezogen, weil wir sind offen, wir sind basisdemokratisch, wir machen all das, was die anderen nicht machen, wir lassen die Leute mitreden, natürlich kriegen wir dann auch Themen rein, wo Leute vielleicht woanders nicht unbedingt mit, ähm, gelandet sind, ja, und wir müssen uns mit denen auseinandersetzen, deswegen ist auch jetzt für mich der nächste Schritt oder wäre der nächste Schritt, die, ähm, also wir müssen jetzt gucken, dass wir die Leute integrieren, die jetzt alle zu uns gekommen sind, wir müssen uns mit denen auseinandersetzen, wir müssen mit denen sprechen, wir müssen ihnen vielleicht auch irgendwelche Erwartungshaltungen kaputt machen, ja, wir müssen, dass die merken so, verdammt, und den Piraten habe ich mir vielleicht was ganz anderes vorgestellt, ja, weiß ich nicht, irgendeine andere Partei in modern, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, wir müssen aufklären, ja, und da ist jeder vor Ort gefragt und ich, äh, glaube, das kann nicht ein Vorstand von oben sozusagen machen, ähm, das müsst ihr auch vor Ort machen, ihr müsst euch mit den Leuten auseinandersetzen und ihr müsst denen auch die Piraten erklären und deswegen, wir schaffen das nur gemeinsam, die Leute zu integrieren, nach vorne, also nach vorne zu gehen, unsere Themen zu, ähm, auszuarbeiten und auch, ich lade Matthias und Stefan auch, würde ich einladen, auch mit der ganzen Energie und den Zielen, die sie haben, auch Sachen voranzutreiben, ja, die sind voller, die strotzen vor Elan, ja, und genau solche Leute brauchen wir auch, ganz klar. Also ich will hier keine Altpiraten gegen Neupiraten-Diskussionen, ich stimme dir aber zu, dass es bestimmt einige wenige gibt, die die piratischen Grundsätze, die wir früher hatten, die jetzt gemeinsam gefühlt sind, nicht teilen. Das sind einige wenige, die fallen aber auf, dadurch, dass sie eben anders sind. Ähm, naja, also wenn man eine, es gibt Leute in der Partei, die vertreten die Meinung, die Vorratsdatenspeicherung ist nicht schlimm. Da muss man sagen, das tut mir leid, ihr seid falsch in dieser Partei. Das geht einfach nicht, dafür sind wir nicht da. Ich sage es zum dritten Mal, wir machen zusammen diesen Slot, was wir früher immer gesagt haben ist, wir sind eine Mitmachpartei, die Leute kamen, haben mitgemacht, was wir nicht gesagt haben ist, wir sind eine Mitmachpartei, kommt und macht mit, was in unserem Sinne ist. Das kommt leider manchmal ein bisschen auf uns zurück und wenn wir mal das, niedergeschrieben haben, was die piratischen Grundsätze sind, dann werden vielleicht auch einige Leute feststellen, dass sie bei uns vielleicht keine große Zukunft haben oder es nicht, keinen Sinn macht, bei uns mitzuarbeiten. Das wird aber, ähm, auf die meisten Leute überhaupt nicht zutreffen. Ich schließe mich da einfach mal an und muss noch dazu sagen, die politische Bildung oder die politische, die Idee der Piratenpartei wird von seinen Mitgliedern geformt und wenn die Mitglieder sich engagieren, können sie die Partei in jegliche Richtung reinbringen. Wenn wir neue Mitglieder haben und wir haben jetzt 30.000 Mitglieder, da werden auch neue Meinungen zukommen und die Leute, die sich engagieren, haben sicherlich auch einen größeren Einfluss da drauf. Dann liegt es aber an uns, da auch einen Gegenpol gegenzusetzen, wenn wir damit nicht einverstanden sind. Und ich möchte auch nicht dieses Alt-Neu-Piraten-Thema nochmal aufbringen. Aber wenn wir uns engagieren, dann werden wir unsere Themen auch behalten und vertreten und wir werden garantiert neue Themen dazubekommen, die auch Alt-Piraten-kompatibel sind. Dass wir auch Themen dabei haben, wie jetzt diesen Typ mit der Vorratsdatenspeicherung. Okay, das ist halt ein Fehl, das passiert. Aber ich meine, wir sind genügend Leute und wir sind stabil genug, um das abzufangen. Die Bemerkung war nicht gut. Also ich möchte nochmal eins kurz vorausschicken vor der ganz kurzen Frage. Jürgen, Chapeau, dass du da oben gestanden hast und hast gesagt, ich möchte ein Meinungsbild haben und bist umgehend der Mehrheit gefolgt. Entschuldigung, du darfst hier nur Fragen stellen, das tut mir leid. Das hat mit meiner Frage was zu tun. Zwei Fragen. Nachdem ihr das ja eben miterlebt habt, wie das Meinungsbild aussieht und ihr jetzt einen Moment hattet zum Nachdenken, ist eure Meinung dazu noch unverändert und vor allem, wie sieht eure Meinung aus, ob ihr nicht doch als zweiter Vorsitzender kandidieren möchtet? An den Tumay, weil für ihn diese Frage ja nicht zutrifft, der hat sich ja da auch klar geäußert, als Ersatz die Frage, kannst du dir vorstellen, vielleicht von deinem Kurs, der sehr weich ist, um das nicht negativ zu formulieren, sondern positiv, ein bisschen abzurücken und ein bisschen mehr in die andere Richtung zu gehen, das so auszupolen, nachdem du diese Diskussion jetzt auch verfolgt hast. Danke. Also du möchtest einen Tumay mit ein bisschen Stefan und ein bisschen Matthias drin haben. Sehe ich das richtig? Okay, gut. Ich werde nicht für den zweiten Vorsitzenden kandidieren. Also ich sehe da immer noch kein Problem drin. Ich würde ganz gern in den Landtag kommen. Ich sehe, das aber im Moment stark gefährdet, wenn wir einen Vorstand haben, der nicht wirklich läuft. Deswegen stehe ich hier und werde beides machen. Wie bereits gesagt, werde ich als Stellvertreter kandidieren, wenn Matthias gewählt wird. Deine Frage hat ja gelautet jetzt an mich direkt, ob ich ein bisschen von dem weichen Kurs zum harten oder härteren Kurs oder ein bisschen umschwenken würde. grundsätzlich klar. Ich habe ja gesagt, ich kann modulieren. Letztes Jahr war für mich ganz klar nicht Konfrontation und Öl ins Feuer kippen angesagt, sondern da war auch Kommunikation, Integration und auch Schlichten angesagt. Und der Matthias, wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja gesagt, er glaubt oder er ist der Meinung, das ist uns als Vorstand, weil das ist nicht nur meine Sache, und auch nicht nur dem Vorstand, sondern eigentlich uns als Landesverband ist das eigentlich gut gelungen. Wir haben eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Konflikten beigelegt. Natürlich sind die nicht bis auf alle Ewigkeit aufgeklärt, aber es liegt an uns allen, wie wir den Landesverband gestalten wollen und wie wir unsere Themen, wie aggressiv oder auch wie defensiv oder offensiv, je nachdem, wie wir unsere Themen voranbringen wollen. Ich kann nur sagen, ich halte es für extrem wichtig, dass der Vorstand auch aus meiner Sicht Piratenmanier sich zurückhält, dass er Raum für die Basis gibt, dass die gehört wird und nicht, dass der Vorstand immer überall ist und sagt, hier ist der Vorstand, sondern ich bin nicht der, oder ich weigere mich, der, wie soll ich sagen, der, in Anführungszeichen, der Vortänzer zu sein, weil wir sind hier eine Gemeinschaft und wir kriegen das nur Gemeinschaft hin und nicht hin und deswegen, ich unterstütze jeden, der was voranbringt. Wir hatten eben ein relativ eindeutiges Meinungsbild und ich frage mich natürlich, was ist das Warum, was die Versammlung dazu bewegt, sich so zu positionieren, wie sie sich positioniert hat. Ich nehme an, ihr fragt euch das auch. Ein Punkt, den ich mir vorstellen könnte, ist der, dass man als Vorsitzender des Landesverbandes ja sehr großen Einfluss hat auf das, was organisatorisch im nächsten Dreivierteljahr passiert. Das heißt, wie wird die Aufstellungsversammlung durchgeführt, wo wird die Aufstellungsversammlung durchgeführt, wann wird die Aufstellungsversammlung durchgeführt. Und zwei von euch dreien haben ja nun die Problematik, sie idealerweise so durchzuführen, dass ihr Wunsch auf einen aussichtsreichen Listenplatz in Erfüllung geht und gleichzeitig von den Leuten die Stimme zu kriegen, die vielleicht auch auf die Liste wollen. Wie wollt ihr mit diesem Spagat umgehen? Als Vorsitzender des Landesverbandes habt ihr maßgeblichen Einfluss darauf, wann, wo und wie die Aufstellungsversammlungen durchgeführt werden. Je nachdem, wie ihr diesen Einfluss ausübt, könnt ihr euch damit einen Vorteil verschaffen. Gleichzeitig aber webt ihr hier um Stimmen von Leuten, die diesen Vorteil auch gerne hätten, die auch auf die Liste wollen. Und es kann halt nur immer eine Position eins geben. Wie geht ihr damit um? Also ganz konkret, wann soll die Aufstellungsversammlung laufen? Wo soll sie laufen? Im Ohnenwald, im Rhein-Main-Gebiet, in Kassel oder woanders? Wie wollt ihr das Ganze Thema angehen? Die Reihenfolge Direktkandidaten vor Listenkandidaten, Direktkandidaten nach Listenkandidaten. Positioniert euch mal bitte zu dem Thema, wie wollt ihr das managen und organisieren? Schließlich seid ihr ja die Macher. Ihr wollt ja als Nummer eins führen. Ihr wollt ja sorgen dafür, dass was vorangeht. Also beschreibt doch mal bitte im Detail das Thema, wie wollt ihr das Ausstellungsversammlungsthema angehen? Wann, wo und wie? Also wann und wo ist abhängig davon, wo wir Örtlichkeiten haben? Das heißt, da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Wenn du möchtest, dass die Aufstellungsversammlung in den Hochtaunuskreis kommt, sucht euch einen Ort, der an irgendeinem Termin frei ist, schmeißt ihn in die große Runde rein und wir werden darüber diskutieren, wenn wir mehrere Möglichkeiten haben oder wir werden etwas auslosen. Also ich sehe da den Einfluss, nicht, dass da was gemauschelt werden könnte und jeder andere hat auch die Möglichkeit, hier oben sich zu präsentieren und als Kandidat sich hier hinzustellen. Es gibt einen Beschluss des LPDs vom letzten Mal. Die Aufstellungsversammlung wird stattfinden im Januar oder im Februar. Der alte Vorstand hat es versäumt, die Aufstellungsversammlung auszuschreiben. Wir hätten das schon längst regeln können, haben wir aber nicht. Es gibt zwei, drei Leute, die sich bisher schlau gemacht haben. Ich glaube, es sind irgendwo auch schon ein paar Hallen geblockt. Das wird in der Tat jetzt der nächste Vorstand entscheiden müssen und zwar ziemlich zügig. Mir ist das völlig egal, wo das stattfindet. Ich habe keine Ahnung, ob ich davon Vorteil habe, wenn es in Frankfurt oder in Kassel ist. Und wichtig ist nur, dass wir überhaupt möglichst schnell das mal unter Dach und Fach bringen. Was die Direktkandidaten angeht, das ist das Hoheitsgebiet der KVs oder KV-übergreifend. Da will ich keine Vorschriften machen, wann die Direktkandidaten aufstellen. Das geht mich als Landesvorstand nichts an. Ja, hallo. Moment bitte. Es gibt noch eine Antwort. Kurze Verständnisfrage. War ich auch gefragt? Ja, es ist ja eine Kampfkandidatur und es kann nur einen geben. Wie geht ihr damit um, wenn euer Angebot jetzt nicht angenommen wird und auf den Vorsitz und jemand anders der Vorsitzende macht, also konkret, wenn es Tumai wird, wie geht Stefan und Matthias damit um oder umgekehrt? Und an welcher Stelle bringt ihr eure dann ja unverbrauchte Energie in die Partei weiterhin ein? Also, wenn Tumai gewählt wird, werde ich mich hier von dieser Bühne stürzen. Allerdings ist die nicht so hoch, mir wird nichts passieren und ich werde bestimmt andere Aufgabengebiete befinden, wo ich mich beteiligen kann. Das hat in den letzten drei Jahren ja auch geklappt. Ich bin also nicht todtraurig. Ich fände es halt schade, weil es nicht meinen Vorstellungen entspricht. Wenn Matthias gewinnt, freue ich mich. Wenn ich mich gewinne, freue ich mich auch. Aber ich glaube nicht, dass das für uns alle drei ein Riesendrama wäre, wenn einer von uns halt nicht gewählt wird. Also, ich sage mal, das Auditorium gibt ja hier auch ein klares Statement ab. Wenn ihr der Meinung seid, dass die Art und Weise, wie Tumai den Landesverband managt ist, wie ihr das wollt, dann denke ich, bin ich halt falsch. Das heißt, ich werde vielleicht sagen, dass ich in irgendwelchen Arbeitsgemeinschaften bin, mal einen Schritt langsamer trete, weil ihr habt etwas anderes signalisiert, dass euch das nicht so gut passt, dass da was passiert, damals extrem gesagt. Ich werde sicherlich mich nicht von dieser Bühne stürzen und auch nicht woanders von unterstützen. Ich werde sicherlich nicht aus dieser Partei austreten und ich werde auch nicht irgendwie Arbeitsgemeinschaften abgeben. Aber ich meine, ich sage, mein Credo ist Mitbestimmung und ihr gebt mir eine klare Meinung, wie ihr euch das vorstellt und das muss ich erst mal mit dem abgleichen, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, für mich wird sich wahrscheinlich hiernach schon ein bisschen was ändern, aber es wird sicherlich nicht extrem sein. Da Matthias Wünge gesagt hat, er steht für keinen Stellvertreter oder anderen Posten zur Verfügung, sage ich jetzt mal, ergibt sich einfach nicht die Situation, wie das wäre, wenn er jetzt sozusagen mit mir im Vorstand arbeitet, wenn ich gewählt worden wäre oder werden würde. Ansonsten, es ist eure Entscheidung, es ist eure Wahl und nicht meine. Von daher respektiere ich die. Ich habe kein Problem damit, wenn Stefan oder Matthias das macht. Aber ich habe auch die Wahl und ich habe auch Vorstellungen und der Jürgen hat das vorhin gesagt und ich glaube, das kommt hier schon auch im Rahmen des Kandidatengrillens sehr deutlich rüber. Hier gibt es zwei durchaus sehr unterschiedliche Sichtweisen, wie Vorstandsarbeit ausgefüllt werden soll und innerhalb eines Vorstandes würden wir uns, glaube ich, sehr miteinander auch aufreiben. Also ich glaube, dass es an der Stelle, klar könnte man jetzt sagen, naja, nehmen wir einen sozusagen ruhigen, nehmen wir einen etwas energischen und zusammen neutralisiert sich das, dann ist alles wunderbar. Ich glaube, da sind auch Menschen und Charaktere dahinter und auch Typen und ich kann mir, muss ich sagen, nicht vorstellen, bei den Piraten eine Arbeit zu machen, wo ich mich nur aufreibe, wo ich das Gefühl habe, ich kämpfe gegen Windmühlen oder ich muss hier irgendjemanden bekehren. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich will hier Spaß haben. Ich will bei dem, was ich mache, Lust und Laune haben und da muss ich sagen, dann suche ich mir auch durchaus, wie der Matthias so schön sagt, der Stefan, Entschuldigung, sagte, es gibt genügend Arbeit. Wir können uns wirklich vor Arbeit nicht retten und von daher habe ich kein Problem damit und werde trotzdem weiterarbeiten. Aber vielleicht als Basis, das ist auch okay. Direkte Frage an dich, Tumay. Im nächsten Jahr, gerade mit der Wahl, werden wir immer mehr angegangen werden, sowohl von der Presse als auch von unseren sich so verstehenden politischen Gegnern. Aus meiner Sicht ist es also notwendig, dass diese Parteien einen stärkeren inneren Zusammenhang noch kriegst. Wie willst du das, was du bisher gemacht hast, noch verstärken? Wie willst du es schaffen, dass, wenn wir wirklich unter Beschuss kommen, weil das, was wir jetzt sehen, ist noch nicht viel, wie willst du es schaffen, dass die Piratenpartei Hessen dann weiter zusammenhält? Also wir haben eine Reihe von Social Events, also die Hessen-Campi, wir haben, kann ich mir vorstellen, auch wieder sowas wie Neujahrsempfang, wir haben Weihnachtsfeiern, also ich glaube, dass wir sehr wohl diesen Zusammenhalt, ich sage jetzt mal, aus den Gliederungen, also aus den Kreisen, Kreisverbänden heraus, uns gemeinsam erarbeiten. Also das ist für mich wie so ein Puzzle, was lauter Mosaiksteinchen hat, ja, und jedes Mosaiksteinchen ist ein Kreis und wenn es innerhalb des Kreises passt, dann passt auch das Gesamtbild. und wenn wir, ich meine, wir sind ja jetzt schon die ganze Zeit unter, das ist eigentlich Dauerfeuer von den politischen Gegnern, weil die natürlich merken, mit uns Piraten wird sich was verändern oder hat sich auch was verändert, die haben Angst vor uns, ja, und ich glaube, wir brauchen uns da gar nicht aus der Reserve locken lassen, wir können eigentlich relativ cool bleiben, wir brauchen uns nicht jetzt mit denen in irgendwelchen Auseinandersetzungen zu verlieren, sondern ich glaube, wir täten gut dran, einfach unser, ja, unser Tempo, unser Rhythmus voranzugehen, die Dinge umzusetzen, ich glaube, wir sind nicht den anderen Parteien verpflichtet, irgendwas zu zeigen, wir sind der Bevölkerung verpflichtet, was zu zeigen, ja, unsere, also das, wofür wir stehen, die piratigen Werte, die umzusetzen, ja, und von daher werden wir an den Taten gemessen und nicht an irgendwelchen Diskussionen, weil das ist oft mehr Show und, ja. So, wir haben jetzt 15 Redner beziehungsweise 15 Fragende gehabt, die Rednerliste wird jetzt geschlossen, das heißt, wer jetzt noch reden möchte, der mag sich bitte anstellen. Die Tontechnik bitte um ein, zwei Sekunden. Gut, vielen Dank. Okay, dann ist die Rednerliste jetzt, hört die hinter Raphael auf und, bitte. Es gibt hunderte Themen, die nicht unsere Themen sind, aber öffentlich wirksam vertreten sind. also das, was das Geblänkel in der Tagespresse ist. Piraten, und das ist so ein Grundsatz, also die Frage erstmal geht an alle, aber das ist ein Grundsatz, den Tumai präsentiert hat, ist, sprechen eher über Dinge, von denen sie Ahnung haben, von denen sie Experten sind. Okay, ja. Ja, stimmt, aber in vielen Fällen fühle ich, dass es keine piratigen Sprachraum gibt, die Werte der Piraten präsentieren. Daher meine Frage, wie wollt ihr beitragen als Vorsitzender, piratige Werte in tagesaktuellen Themen durchhimmern oder angewandt auf die Themen vielleicht werden können? Ich glaube, wir haben das schon getan, wir haben piratige Werte umgesetzt, wir haben eben, wie der Jürgen vorhin so schön sagte, wir haben eben nicht, weil ein Vorsitzender angefragt wurde für eine Podiumsdiskussion, selbstverständlich gesagt, naja, klar, Vorsitzender, der geht jetzt dahin, sondern wir sind hergegangen und haben die Basis gefragt, haben gefragt hier, wer hat Lust da drauf, wer möchte es machen und dieses Vorleben von den piratigen Werten, also machen statt labern, das ist, also dieser Spruch ist für mich echt, der ist mir ins Hirn gebrannt, ja, weil der drückt so viel aus, was an vielen Stellen einfach zu wünschen übrig lässt und auch wenn wir von Lobbyvereinigungen angefragt werden, ja, vom Wegen daran teilzunehmen bei irgendwelchen Diskussionen, was haben wir gemacht? Wir haben nicht den Vorstand hingeschickt, sondern wir haben ausgeschrieben, wir haben gefragt, hier jemand mit einer positiven Stimme, jemand mit einer negativen Stimmung und jemand neutrales, wir haben drei Leute hingeschickt, natürlich hat das den Leuten nicht gefallen, erstmal, weil sie das nicht gewohnt waren, aber an der Stelle, was ich vorhin sagte, Politik braucht seine Zeit, was wir hier tun, ja, jeder der hier sitzt, seine Zeit investiert, der gibt sein höchstes Gut hier für die Partei und für unsere piratigen Werte hin, ja, nämlich Lebenszeit und dass wir hier sitzen und uns Gedanken machen und das auch umsetzen in Infoständen auf der Straße, in Flyern, weiß der Geier was, das sind alles Umsetzungen von piratigen Zielen und es ist nicht, in meinen Augen, Aufgabe des Vorstandes, alleine das zu tun, sondern der Vorstand kann nur unterstützen, er kann sagen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier einen Flyer, der Gerhard Schwanz macht das regelmäßig, ich habe Flyer gemacht mit Leuten, wer würden die gerne versenden oder an Infostände bringen, tut es, ja, und das ist die Aufgabe des Vorstandes, nicht zu bremsen bei der Kreativität und ich glaube, jeder, der hier sitzt, lebt piratige Ziele, er braucht keinen Vorstand dafür, der ihm sagt, was piratige Ziele sind, ja, ich hoffe, dass ich halbwegs dir geantwortet habe. Also ich sehe da den Vorsitzenden überhaupt nicht in der Pflicht und wenn es viele, viele Themen gibt, wo die Piraten noch nichts zu sagen haben, dann ist das eben so. Wir als Partei, die es jetzt insgesamt schon sechs Jahre gibt, sind auch nicht dafür da, die Politik der anderen Parteien, was die Probleme, die sie geschaffen haben in 50 Jahren, die können wir nicht in sechs Jahren lösen, das darf man von uns nicht erwarten, wir werden ein bisschen Zeit brauchen und wenn wir uns irgendwas äußern, dann werden wir es von dir tun und es ist völlig egal, wer es aus der Partei tut, der, der Ahnung hat, wird es tun und wenn wir uns mal nicht äußern, dann hat die Öffentlichkeit halt Pech, dann haben wir dazu keine Meinung und basta. Achtung, keine Basta-Politik. Also ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden, also meines Erachtens hast du danach gefragt, wie wir es schaffen, unsere piratigen Ziele weiter in der Öffentlichkeit zu vertreten und da muss ich sagen, ich finde unsere Öffentlichkeitsarbeit, die wir bisher geleistet haben, könnte verbessert werden. Wir haben von dem Sascha Neugebauer ein ganz gutes Konzept, wie man die Öffentlichkeitsarbeit besser machen könnte und meines Erachtens würde man dadurch die piratigen Ziele viel weiter in die Köpfen der Leute reinsetzen. Das wäre mein Ansatz, das zu ändern. Ja, meine Frage ist, die betrifft den nächsten Wahlkampf, der jetzt kommt. Bisher haben wir viele Meinungsbilder gemacht, das habt ihr auch schon gesagt in den Berichten. Wie wollt ihr euch jetzt aber verhalten, wenn es aufgrund der Wahlkampfphase ein Thema gibt, wofür wir zwar nichts im Programm stehen haben, noch nicht, aber auch keine Zeit ist, um einen VNB oder gar einen Parteitag einzuberufen? Sagt ihr da einfach, da haben wir keine Meier, da können wir nichts zu sagen oder wie verhaltet ihr euch dann? Dann sagen wir in der Tat, da können wir nichts zu sagen. Es gibt aber ein paar Satzungsanträge, die VNBs betreffen, dass wir in Zukunft vielleicht auch VNBs in sehr, sehr kurzer Zeit abstimmen können und dann können wir gelegentlich auch zu mehr Sachen was sagen. Wenn die Satzungsanträge nicht angenommen werden, dann haben wir halt im Zweifelsfall keine Meinung und das muss halt akzeptiert werden. Dem schließe ich mich an und ich würde mich davor verwarnen, dass mir jemand die Pistole auf die Brust setzt und sagt, ich will eine Meinung von dir zu dem Thema XY, dann sage ich, wir haben keine Meinung dazu, das müssen wir auch können. Aber das andere, die Meinungsbilder müssen kürzer werden, ich hoffe, dass diese Anträge durchkommen, dass wir schneller werden, was ich auch schon öfters mal erwähnt habe, dass wir schneller zu der Entscheidung kommen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du die Frage gestellt, dass wir uns überhaupt noch nicht mit etwas auseinandergesetzt haben und die Frage kommen, dann würde ich tatsächlich sagen, wir haben noch keine Meinung, weil wir uns einfach noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Wenn es allerdings ein Thema wäre, wo wir uns schon durchaus mit auseinandergesetzt haben, aber noch keinen Konsens gefunden haben, dann würde ich sagen, wir sind im Meinungsfindungsprozess. Es gibt viele Meinungen, aber eben noch keinen Konsens. Deswegen ist an der Stelle noch nicht eine abgestimmte Meinung zu kommunizieren. Aber was der Stefan zu Recht sagte, das VMB gibt es an der Stelle, also es ist ein unheimlich mächtiges Werkzeug, es gibt uns die Möglichkeit, wirklich flexibel, kurz und unter Berücksichtigung aller ein Meinungsbild einzuholen und das sollten wir auf jeden Fall in dem Zuge viel stärker nutzen und der Rest hat der Stefan ja schon gesagt. So, damit wäre die Befragung tatsächlich dann jetzt durch und ja und ich übergebe dann mal an den Wahlleiter. Aufwachen, okay. Ja, wir kommen nun zur Wahl des Vorsitzenden. Ich denke, dazu sind ein paar Erklärungen notwendig, Wahlverfahren, ETC. Ihr habt bei eurer Akkreditierung Akkreditierungsunterlagen erhalten. In diesen Akkreditierungsunterlagen habt ihr dieses wunderschöne Nein-Stimmzettel, den könnt ihr jetzt ignorieren. Dann habt ihr diesen wunderbaren Ja-Stimmzettel, den dürft ihr nicht ignorieren, weil auf der Rückseite befindet sich eine Liste oder eine Nummerierung, das sind sozusagen Wahlgänge, die korrespondieren mit den Nummern der Stimmzettel. Das ist der Stimmzettelblock, den ihr bekommen habt. Wenn ihr nachher zur Urne schreitet, müsst ihr diesen blauen Karton dabei haben, denn die Wahlhelfer werden dann da abstreichen, dass ihr an diesem Wahlgang teilgenommen habt. Der Vorgang ist folgendermaßen. Wir benutzen Stimmzettel Nummer 1. Ihr ignoriert die Ja und die Nein, die da stehen. Wir haben Wahl durch Zustimmung. Es gibt drei Optionen. Die Reihenfolge seht ihr auf dem BIMA? Hoffe ich jedenfalls. Option 1 ist Tumay Kabbalay-Assad. Option 2 ist Matthias Geinig. Option 3 ist Stefan Schimanowski. Ihr könnt jedem Kandidaten eine Stimme geben oder sie ihm verweigern. Also ihr könnt bis zu drei Stimmen sozusagen verteilen. Ihr könnt aber auch null, einem oder nur zwei Kandidaten ein Kreuz geben. Wenn ihr allen drei ankreuzt, ist das natürlich gültig. Damit erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass wir in dem Wahlgang einen Vorsitzenden bekommen. Denn wir müssen ein 50%-Quorum auf alle abgegebenen gültigen Stimmen erreichen. Wenn ihr zum Beispiel keinen ankreuzt, dann ist das sozusagen eine allgemeine Nein-Stimme. Damit erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Wahlgang keiner der Kandidaten gewählt wird, weil das 50%-Quorum verpasst wird. Wenn ihr eure Stimmen nicht abgeben wollt, also euch enthalten wollt, dann nehmt ihr an der Wahl quasi nicht teil. Also ihr werft den Stimmzettel nicht ein. Das ist das Prinzip bei Wahl durch Zustimmung. Weil das auch immer wieder vorkommt zum Thema ungültig Stimmen. Bitte nur in diesen maximal drei Kästchen, die jetzt freigeschaltet sind, sozusagen, ein Kreuz machen. Falls ihr euch falsch entschieden habt, eurer Meinung nach, ist es einmal zulässig, ein Kreuz dadurch zu negieren, dass ihr das komplette Kästchen schwarz ausmalt. Danach ist es allerdings vorbei. Ihr könnt nicht noch weitere Kreuze daneben machen oder sonst irgendwas und ihr dürft auf keinen Fall irgendetwas auf den Wahlzettel schreiben oder durchstreichen oder sonst irgendwas. Also, Kreuze und im Extremfall Kästchen komplett ausmalen. Das gilt dann als Nein, also als ein nicht ausgefülltes Kästchen. So, dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir da hinten Wahlkabinen haben. Diese Wahlkabinen können von euch zur geheimen Stimmabgabe benutzt werden. Des Weiteren bitte ich die Wahlhelfer, sich an die Urnen aufzustellen. Wir haben im Gang 1 hinten eine Urne, im Gang 2 vorne eine Urne, im Gang 3 vorne eine Urne und im Gang 4 hinten eine Urne. Ich bitte, dass sich an jeder dieser Urnen jetzt zwei Wahlhelfer einfinden. Eure Aufgabe wird es sein, einer kontrolliert die blauen Zettel, streicht ab, dass derjenige teilgenommen hat an der Wahl und der andere kontrolliert stichprobenartig, ob das Bändchen, die Nummer, mit der Nummer auf der blauen Stimmkarte übereinstimmt. Die Wahl ist noch nicht eröffnet, ja, also ich habe jetzt eben noch die Modalitäten erklärt. Bitte haltet euch nochmal ein bisschen zurück. Also wir benutzen Stimmzettel 1 und wir brauchen wohl noch ein paar Wahlhelfer. Ich möchte jetzt mal Handzeichen bitten. Wahlurne 1, wie viele Wahlhelfer haben wir da? Offenbar zwei. Wahlurne 2? Haben wir bisher nur einen? Ja, zwei? Gut. Wahlurne 3? Haben wir zwei Wahlhelfer? Jawohl. Wahlurne 4? Wahlurne 4? Hinten am Eingang? Wie viele haben wir? Zwei? Alles klar. Gut. So, ich bitte dann das Streaming aus... Ja, okay, also... Gut, also sobald ich sage, der Wahlgang ist eröffnet, bitte das Streaming auszuschalten. Nicht so lang, denke ich mal. Okay, der Versammlungsleiter meint, nach dem Wahlgang machen wir eine Pause von einer halben Stunde. In der Zeit wird ausgezählt. Die Auszählung findet draußen im Vorraum statt. Ich möchte die Wahlhelfer bitten, sich an die Wahlurne zu begeben und sie zu öffnen und zu zeigen, dass sie leer sind. Es könnte ein bisschen kompliziert werden, die Dinger zu öffnen, aber ihr kriegt das bestimmt hin. So, bitte Interessierte nachschauen, dass da wirklich nichts drin ist. Auch mal schön schütteln. Schüttel, schüttel. Dann erkläre ich hiermit den Wahlgang für eröffnet. Gut, und dann übergebe ich an den Ernst für das Ergebnis. Ich bitte um heilige Stille. So, wir haben ein Ergebnis. Folgendes. Wir haben 158 abgegebene Wahlzettel, davon waren 155 gültig. Auf Stefan Schimanowski entfielen 37 Stimmen, das sind 23,87%. Applaus Auf Matthias Geining entfielen 53 Stimmen, das sind 34,19%. Applaus Und auf Tumay Kabbalay Asad entfielen 111 Stimmen, das sind 71,61%. Applaus 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 So, noch eine, die Formalitäten noch. Dann frage ich dich, du mal, nimmst du die Wahl an? Ja, sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch. Vielen herzlichen Dank euch allen für das ausgesprochene Vertrauen. Und ja, lasst uns gemeinsam das Ganze rocken und dann kriegen wir es auch hin. Gut, bevor es dann mit dem nächsten Wahlgang weitergeht, haben wir zwei Anträge auf Änderung der Geschäftsordnung. Zwei GO-Anträge, richtig, wir haben zwei GO-Anträge. Der erste ist von Michael Gerholt auf das Hinzufügen von Ein Antrag auf Schließung der Rednerliste kann mündlich oder durch überkreuzende Hände als Handzeichen gestellt werden, ist der Antrag. Michael, möchtest du den Antrag kurz begründen? Alles klar, gibt es eine Gegenrede zu dem Antrag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Achso, da, von Ralf. Was? Nein. Ja, wir hatten in Gernsheim am Tag zwei, falls ihr euch erinnert, das Problem, dass wir diesen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste hatten und obwohl ein oder obwohl nur wenige Leute auf der Rednerliste waren und nachdem der GO-Antrag geworfen wurde, ist fast der halbe Saal immer zum Mikro gestürzt und wir haben probiert, durch diesen Automatismus, den wir in diesen Telcos entwickelt haben, dies eben ein bisschen zu vermeiden und bisher hat es eigentlich doch ganz gut geklappt und wir sollten es erstmal weiter ausprobieren. Wir können es später, falls es bei den Anträgen doch etwas turbulenter wird, immer noch hinzufügen. Deswegen würde ich bitten, dies erstmal nicht zu machen. Danke. Gut, wir kommen dann zu dem Meinungsbild. Wer wäre dafür, dass das Überkreuzen der Hände als Zeichen für das Schließen der Rednerliste in die GO aufgenommen wird? Ist ein Meinungsbild. Genau, wer würde dem zustimmen? Ich teile dem Antragsteller mit, dass eine Mehrheit dagegen wäre. Beziehungsweise, also, Entschuldigung, ist ein Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Dann würde ich das nochmal, es ist kein Meinungsbild, sondern wir stimmen natürlich darüber ab. Und deswegen würde ich jetzt die Abstimmung nochmal wiederholen. Wer wäre dafür, dass wir dem Geschäftsordnungsänderungsantrag zustimmen? Alles klar, also der Antrag ist abgelehnt. Dann gibt es einen GO-Antrag auf die Einholung eines Meinungsbildes. Das Meinungsbild soll eingeholt werden zu der Frage, sieht es die Basis auch als problematisch an, wenn sich ein stellvertretender Vorsitzender um ein Landtags- oder Bundestagsmandat bewirbt? Genau, da bitte ich auch um das Meinungsbild irgendwie, wer sieht es als problematisch an, wenn sich ein stellvertretender Vorsitzender um ein Landtags- oder Bundestagsmandat bewirbt? Alles klar, das ist eine Mehrheit. Genau. Dann haben wir das soweit ab, das Meinungsbild erhoben. Dann geht es weiter mit der Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden. Und dazu würde ich das Wort an Ernst wieder übergeben. Ja, das übliche Prozedere, jetzt kennen wir es ja schon, die meisten sind ja auch sehr erfahren, was so Landesparteitage angeht. Also, Kandidatenliste ist hiermit offiziell eröffnet. Ich bitte um Vorschläge oder um Leute, die sich gerne aufstellen würden zum stellvertretenden Vorsitzenden. Haben wir eigentlich im Wiki irgendwelche Einträge? Möchtest du kandidieren? Die stand ja auch schon im Wiki. Würdest du kandidieren? Ja, dann komm schon mal nach vorne. Wir haben hier, glaube ich, noch den Christus. Hatten wir auch noch in der Liste, oder? Christus. Ja, noch ist ja die Liste nicht geschlossen. Was ist mit Matthias? Christus. Michael? Der Michael Stark will auch noch, offenbar. Steht noch recht? Nehmt ihr den mit auf? Weiß ich nicht, musst du mal erst. Ich kann es im Wiki jetzt. Im Sterne liegt es. Okay. Der stellvertretende hat uns dabei. Die Nachtruhe. Genau, der stellvertretende, er seit heute Morgen um zwei. Nein, ich habe es mir gestern Abend gezogen. Der stellvertretende, das kann man nicht. Ja, weitere Kandidaten für den stellvertretenden Vorsitzenden. Ich meine, denkt immer dran, das ist ein wichtiger Posten. Wenn der Vorsitzende stirbt, seid ihr sofort Vorsitzender. Ja, es reicht auch wahnsinnig werden oder sonst irgendwas. Also, muss ja nicht immer der schlimmste Fall sein. Na, wobei, was ist schlimmer? Na gut. Also, weiterer Aufruf für Kandidaten für den stellvertretenden Vorsitzenden. Oder die stellvertretende Vorsitzende. Der Ralf läuft nur zufällig nach vorne. Der weiß, wie das ist. Der macht das nicht nochmal. Okay, letzter Aufruf zur Kandidatenfindung für den stellvertretenden Vorsitzenden. Wer jetzt nicht will, der schweige für immer. So, drei, zwei, eins, null. Die Kandidatenliste ist hiermit offiziell geschlossen. Und damit übergebe ich wieder an die Versammlungsleitung. Gut, dann geht es weiter mit der Vorstellung der Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge. Ihr habt fünf Minuten Zeit, euch vorzustellen. Die Doris darf anfangen. Ja, hi. Also, ich bin Doris Auer und bin ein ziemlicher Parteineuling. Bin jetzt seit Februar dabei. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Vorteil ist, weil ich noch keinerlei irgendwie Hintergründe kenne, sage ich mal, die sich vielleicht hinterlich für das Amt herausstellen könnten. Ich habe sonst auch keinerlei andere Aufgaben innerhalb der Partei. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen erschrocken, dass man fünf Minuten lang reden soll, weil ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich so lange erzählen soll. Ich denke, ich würde einfach gerne mich verstärkt einbringen. Und ja, ich glaube, dass der Vorstand sehr viel Arbeit bekommen wird. Durch die Wahlen haben wir ja schon lange gehört. Und dass es gut tun würde, da ein bisschen zwischen Basis und Vorstand zu vermitteln, beziehungsweise eigentlich mehr zwischen der Organisation und der eigentlichen fachlichen Arbeit, sage ich mal. Und darin würde ich auch mehr oder weniger die Hauptaufgabe sehen. Ja, also ich... Also du musst die fünf Minuten nicht ausschöpfen. Oh, danke. Aber du darfst halt. Gut, dann diesmal nochmal ganz offiziell. Mein Name ist Michael Stark. Ich kandidiere hier für den stellvertretenden Vorsitz. Die Kandidatur habe ich ins Wiki eingetragen, irgendwann heute Nacht. Die Entscheidung ist auch noch nicht so wirklich sehr viel älter. Hintergrund ist der, ich bin seit 2009 bei den Piraten, bin auch in verschiedenen Funktionen im Land oder auch auf Kreisebene aktiv gewesen. Nicht nur in den Funktionen, sondern aktiv eigentlich die ganze Zeit. Habe aber jetzt das letzte Jahr beruflich in Hamburg verbracht. Und es hat sich tatsächlich erst in der letzten Septemberwoche herausgestellt, dass die Verlagerung meines Tätigkeitsgebietes zurück ins Rhein-Main-Gebiet funktioniert. Dass ich also ab 1.10. wieder beruflich im Rhein-Main-Gebiet tätig bin. Und dann habe ich halt noch drei Tage gebraucht, das mit meiner Familie glatt zu ziehen. Weil ich dann sagte, na gut, also wenn das so ist, dass ich nochmal Vorstand mache, fahre ich heute zum Landesparteitag und nicht zur Hochzeit deiner Cousine. Da musste meine Frau dann erstmal schlucken und hat gesagt, na gut, wir haben das vorher abgesprochen. Du willst das, du hast das schon mal gemacht, du weißt, was auf dich zukommt. Du bist erwachsen, mach mal. Deswegen stehe ich dann heute hier. Es sei mir das nachgesehen, dass ich es nicht früher verkünden konnte, weil eine Kandidatur ankündigen und da nicht antreten, wäre halt nicht so mein Ding. Was es zu mir zu sagen gibt, zu meiner Motivation und so weiter, ist an der entsprechenden Stelle im Wiki nachlesbar. Das heißt, da könnt ihr euch gleich noch aufschlauen, bevor die Fragerunde kommt. Was will ich zu mir selber erzählen? Ich habe ganz bewusst nur die Kandidatur erklärt für den stellvertretenden Vorsitz und für den Beisitz, weil ich habe das gleiche Phänomen wie die Kollegen eben. Ich möchte eigentlich nicht nur im Landesvorstand was bewirken, sondern ich möchte mit den Piraten weiterkommen. Ich möchte uns in Berlin sehen, ich möchte uns in Wiesbaden sehen und ich habe es schriftlich formuliert, dass man sich da auch noch in einem Jahr daran erinnert, als Größte der kleinen Parteien. Ich will nicht so gerade eben mit 5% irgendwo reinrutschen. Ich möchte, dass wir wahrgenommen werden, vor der FDP, vor den Linken und wenn es ganz super läuft, auch noch vor den Grünen. Dafür müssen wir aber was beisteuern hier in Hessen. Da reicht es halt nicht, die 2% vom letzten Mal zu verdoppeln und noch einen Schlag draufzulegen. Mit 5, 5,5 oder 6% reicht das nicht. Es muss halt mehr passieren. Und sich das nur zu wünschen, reicht halt nicht. Man muss da auch was tun. Und ich sehe die Bewerbung um ein Vorstandsamt eindeutig als Verpflichtungserklärung. Ich nehme mir die Zeit, ich tue was. Und ich ziehe nicht zurück nach 6 Monaten, wenn es mal dumm läuft, wenn es mal eng wird. Eine Aufgabe, die ich anfange, führe ich auch zu Ende. Das ist das, was mein Angebot an die Versammlung ist. Ihr könnt sagen, ja, kann er machen, könnt aber auch sagen, nee, soll er lieber nicht machen. Wenn der in einem Jahr sagt, ich kandidiere nicht ein zweites Mal, sondern ich würde mich schon ganz gerne bewerben für ein Mandat in Berlin, dann ist der ja auch nur eingeschränkt, neutral und handlungsfähig. Die Fragen, die ich eben den anderen gestellt habe, die gelten natürlich auch gegen mich. Das ist der Grund, weswegen ich nicht Vorsitz werden wollte. Das ist der Grund, weswegen ich nicht politische Geschäftsführer machen will. Das ist der Grund, weswegen ich definitiv nur in der zweiten Reihe sage, ja, die Arbeiten, die der Vorsitzende sagt, die möchte er nicht so gerne erledigen, die gibt er ab, auch wenn er gesund bleibt. Die kann ich übernehmen. Ich halte mich aber ganz bewusst aus der Thematik Aufstellungsversammlung und den Themen, die letztendlich die Reihenfolge der Positionierung auf einer Liste bedeuten werden, raus. Das ist mein Angebot an euch. Dankeschön. Dann der Christos. Ja, ich bin der Christos. Nachname Dingeloudis. Ich hatte mich aufgestellt mit der Option, weil ich halt einfach in der glücklichen Verfassung bin, griechischer Staatsbürger zu sein. Das heißt, ich werde weder für den Bund kandidieren, noch für ein Land. Vom Werdehergang, was ich halt gemacht habe, ist bis jetzt, dass ich KV-Stellvertretender Vorsitzender bin. Ich habe übrigens auch nicht vor, irgendein Buch zu schreiben oder sonst was dergleichen. Wirklich nicht. Politisch bin ich aktiv seit 2009 hier bei den Hessen-Piraten. Und ich mag die Leute. Das ist einfach eine geile Gemeinschaft. Und mit dieser Gemeinschaft, bin ich der Meinung, kann man nach vorne kommen. Das war's. Alles klar. Dann eröffne ich hiermit die Fragerunde an die Kandidaten. Wenn ihr eine Frage kommt, kommt ihr her. Stellt sie möglich prägnant. Frage an Doris und Christos. Warum habt ihr euch vorher nicht bei Sepp zum Videointerview gemeldet? Und eine Frage an Michael. Wie gedenkst du die 10 Prozent, sag ich jetzt mal, für die Landtagswahl zu erreichen? Videointerview dachte ich, dass der Sepp auf mich zukommt, um ehrlich zu sein. Das habe ich verpennt. Ja, also ich muss sagen, ich bin da nicht so ganz eingetaucht in die, sag ich mal, was man noch so alles hätte machen können. Ja, da war ja auch, man hätte ja auch einen Podcast noch machen können und das war alles dann einfach so. Von dem Moment an, wo ich gedacht habe, da könnte ich mich gut einbringen, bis zu dem Moment, wo ich jetzt hier oben stehe, war einfach ein bisschen kurz für mich. Ja, meine Frage gehen. Entschuldigung, ich hatte noch die Antwort auf die 10 Prozent. Also ich bin vielleicht im Kopfrechnen jetzt nicht ganz so gut wie manch einer von euch, weil 10 Prozent werden nicht reichen für mein Ziel. Um das mal vorweg zu checken. Ich möchte definitiv weiterkommen, als es die Berliner waren. Das war allerdings eine Aussage für den Bund. Für Hessen würden 10 Prozent definitiv reichen, um vor der FDP und den Linken zu landen. Würde wahrscheinlich aber nicht reichen, um vor den Grünen zu landen. Das einfach mal nur zum Hintergrund. Ich denke, ich werde das nicht alleine schaffen. Das ist, glaube ich, jedem hier klar. Keiner schafft das alleine. Was das Spannende ist, wir wissen jetzt, wer die Nummer eins ist. Das ist Thumail. Ich stand vor, man war das ja ziemlich genau in einem Jahr, schon mal da und habe versucht zu erläutern, warum Thumail und ich uns gut ergänzen können. Das gilt immer noch. Auch diejenigen, die sagen, er ist eigentlich, ich formuliere es jetzt mal mit meinen Worten, er hat es eben anders ausgedrückt, er ist ein Stück weit zu soft, er ist zu ruhig, er ist zu moderat. Die haben bei mir mit Sicherheit mehr Reibungsfläche. Aber das macht eben auch das aus, was Alios eben gesagt hat. Eine größere Vielzahl an Persönlichkeiten im Vorstand, ein breiteres Spektrum da, hat auch die Chance, ein breiteres Spektrum dieser Persönlichkeiten in der Basis zu aktivieren, zu motivieren. Mitzunehmen, dass sich eben halt nicht nur immer die gleichen 5, 6, 7 Prozent bewegen, sondern wenn wir es schaffen, in unserer Basis 20, 25 Prozent zu bewegen, wird sich das im gleichen Maße auch in den Ergebnissen widerspiegeln. Davon bin ich überzeugt und das ist mein Ziel, an dem ich arbeiten möchte. Ja, meine Fragen gehen an die Doris. Du sagtest ja, du bist noch nicht lange Pirat. Wie lange bist du Pirat und warum denkst du, dass du sofort in ein Amt gehen musst, vor allem in der Wahlkampfzeit? Die zweite Frage ist, ich habe mich versucht, über dich zu informieren im Vorfeld, habe keine einzige E-Mail gefunden, die von dir kam und habe auch im Wiki gesehen, dass der Kandidat, die Kandidatur nicht von dir selbst eingetragen wurde. Deshalb die Frage, kommst du mit unseren Werkzeugen zurecht, um aktiv an der Parteiarbeit mitzuwirken? Das sind definitiv gute Fragen. Ja, also ich arbeite parallel da jetzt dran. Am 11. mache ich noch eine Wiki-Schulung speziell. Ich habe da Nachholbedarf, das weiß ich auch, aber ich denke, diese Lücken werde ich gut füllen können. Und dabei bin ich jetzt seit Februar diesen Jahres. Das halte ich aber eigentlich sogar für einen Vorteil für ein Amt, wo ich denke, dass ich dadurch, dass ich halt noch nichts anderes am Bein habe, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ich meine Zeit gut für den stellvertretenden Vorsitzenden einsetzen können werde. Ich habe eine Frage an alle drei und zwar, wie viel Zeit denkt ihr, dass ihr das für das Amt erübrigen könnt? Gerade so, ihr müsst jetzt nicht sagen, was ihr beruflich macht, sondern nur mal so viele Stunden ihr beruflich macht, ob Familie da ist oder nicht und was ihr denkt, was ihr dann da für das Amt erübrigen könnt. Von der Wochenarbeitszeit habe ich kalkuliert an die 30 Stunden Minimum. Familie, wenn du das auch wissen willst, bin ich getrennt lebend und dementsprechend eigentlich kann ich meine ganze Kraft für die Partei oder für das Amt als solches erübrigen. Das ist halt mein größtes Hobby, was ich momentan habe und da mache ich eigentlich auch die meiste Zeit da rein. Also man kann, vorhabe ich halt wirklich in jeden einzelnen KV zu fahren und da auch mal persönliche Kontakte zu lügen oder mal hinzugehen und auch mal mit den Leuten zu reden. Nicht nur mal über irgendwelche Mailinglisten, sondern auch diese persönlichen Kontakte, wir haben ja persönlich lieber. Gut, also zu meinem Hintergrund. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ich nehme auch aktiv am Familienleben teil. Meine Kinder sind aktive Sportler, das heißt, ich bringe auch einen Teil meiner Wochenenden gern mal bei Sportveranstaltungen zu. Das habe ich aber auch schon vor zwei Jahren gemacht oder vor drei Jahren. Das hat mich nicht davon abgehalten, den NRW-Wahlkampf zu machen. Das hat mich nicht davon abgehalten, den Kommunalwahlkampf in Hessen zu machen. Das hat mich in 2009 nicht davon abgehalten, den Bundestagswahlkampf zu unterstützen. Die Situation ist stabil und meine Familie weiß, dass letztendlich das meine einzige Freizeitgestaltung ist, die ich habe. Was ich gewonnen habe, ist, ich habe bis jetzt im letzten Jahr allein zehn Stunden in der Woche Fahrt montags morgens zur Arbeit und freitags abends heimverbracht. Die fallen jetzt weg, die verbringe ich nicht mehr auf der Autobahn. Nettozeit, ohne dass sich mein Leben ein Stück ändert. Ich habe einen fantastischen Kreisverband, in dem ich auch noch Schatzmeister aktuell bin, was ich auch zu bleiben gedenke. Es gibt von mir einen sonstigen Antrag, ähnlich wie vom André, der bitte zu beschließen ist für den Fall meiner Wahl in ein Vorstandsamt auf Landesebene, dass ich bis zum 31. März 2013 auch Schatzmeister im Kreisverband bleiben kann, weil eine vorzeitige Übergabe an einen Nachfolger genauso arbeitsintensiv wäre, wie das Amt zu Ende zu bringen. Ich denke, ich werde neben den reinen zehn Stunden, die ich rechnerisch durch die Autobahnverzichtszeit spare, noch mal in etwa zehn, zwölf, fünfzehn im Schnitt haben. Was aber letztendlich durch Arbeitsorganisation heißt, es kann in der Woche auch mal 30 Stunden, 40 Stunden, 50 Stunden sein, dann nehme ich mal eine Woche frei. Es kann aber auch mal eine Woche geben, wo in einem Kundenprojekt eine Abnahme ansteht und ich dann einfach sage, sorry Jungs, jetzt bin ich fünf Tage bei einem Kunden vor Ort und im Zweifelsfall habe ich da nicht mal das Handyempfang. Das geht auch, ich denke, es ist eine Frage der Organisation. Ich bin seit über 20 Jahren berufstätig, ich schaffe das, mein Leben zu organisieren. Ich werde es auch schaffen mit diesem Amt, stellvertretender Vorsitzender. Ja, bei mir geht es ganz schnell, ich lebe in wilder Ehe und denke mal so ganz grob, zwischen zwölf und 15 Stunden werde ich sicherlich gut entbehren können. Ja, ich habe zwei Fragen, die eine stelle ich stellvertretend für den Kevin und zwar würde ich gerne von euch allen drei wissen, was eure politischen Ziele sind, also die euch am wichtigsten sind und die andere Frage ist, wo ihr euren Fokus drauf seht, was ihr als stellvertretende Vorsitzende leisten oder stellvertretende Vorsitzende leisten wollt. Also die politischen Schwerpunkte meiner Person sind sicherlich die tagesaktuelle Politik, die dann durchgeführt wird, dass man da relativ schnell reagiert, dass wir über die GEMA oder über viele, viele Faktoren, dass wir die wuppen, also das heißt, dass wir wirklich mal versuchen, Sachen zu verhindern und da auch mal aktiver zu sein. Aktiver heißt für mich nicht einfach irgendwelche Mailinglisten vollpumpen, sondern auch wirklich rausgehen, demonstrieren und auch mal zeigen, wie aktiv wir wirklich sind. Das ist so meine Richtung. Als Rahmenprogramm, wenn denn ich im Vorstand sein sollte, bin ich der Meinung, dass man einen guten Rahmen bieten soll, für jeden, alle Stärken, die man wirklich hat, jeder von uns hat Stärken und diese Stärken muss man rauskitzeln. Jeder Einzelne kann sich einbringen, wenn er möchte, wenn er nicht will, ist es sein Problem. Aber ihn dazu zwingen, wie bei manchen anderen Reden, was ich heute schon gehört habe, das kannst du nicht bringen. Du kannst den Rahmenbedingungen bringen, alles andere kannst du nicht machen. Wie war die zweite Frage? Ja, habe ich ja mitbeantwortet. Na gut, danke. Ja, also was ich ganz wichtig finde, sind eigentlich in der Hauptsache so Sachen wie Mahnwachen. Also alle unsere Themen haben ihre Berechtigung und sind wichtig. Wir, denke ich, müssen, sollen, können noch mehr unsere Themen unter die Leute bringen. Und ich denke mal, dass der Gesamtvorstand den Rahmen für jede Art politische Arbeit zur Verfügung stellen soll und sicherlich auch tut und dass wir das einfach vielleicht noch etwas besser koordinieren und da sehe ich auch eigentlich die Hauptaufgabe vom Stellvertreter, dass er da versucht, über Koordination verschiedene Leute zusammenzubringen, um das dann voranzubringen. Mein persönlich politisches Interesse ist so, ja, Bürgerrechte so als großes Ganzes gefasst. Also wir hatten da, da ging es unter anderem um Überwachung von Taxi-Innenräumen, was ich wahnsinnig interessant fand. In jedem Bus, in jeder Bahn gibt es Kameras. Das ist also mein Interesse zu versuchen, da das Ganze nicht überhand nehmen zu lassen und dass man sich noch traut, über den öffentlichen Platz zu gehen und nicht immer in den Spiegel guckt. Vorher bin ich auch gekämmt für die ganzen Kameras. Ja, die Frage nach den persönlichen politischen Schwerpunkten könnte ich jetzt leicht beantworten mit, tut hier eigentlich für das Amt nichts zur Sache, weil da halte ich es mit jedem der Vorredner auch eben für das Amt des Vorsitzenden, die politische Richtung gibt die Basis vor. Das ist nicht Aufgabe irgendeines Vorstandesmitglieds. Aber wenn das Interesse daran besteht, wo stehe ich eigentlich persönlich? Das wäre das klassische Ressort der Innenpolitik, dort insbesondere Jugend, Familie, Sport. Das sind so die Ressorts, weil ich da in meinem persönlichen Leben auch von betroffen bin. Wenn ich mir angucke, ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, wohne jetzt seit 15 Jahren in Hessen und habe früher selber Leistungssport gemacht und habe also erlebt, wie Sportförderung anderswo geht und wie es hier in Hessen läuft, dazwischen liegen Welten, da könnte man was tun. Das ist aber nicht unbedingt ein Parteithema und ich habe auch kein Problem damit, wenn das erst in fünf Jahren drankommt. Aber wer es wissen will, das ist etwas, wo ich mit Leidenschaft dabei bin. Ansonsten ist für mich eigentlich wesentlich spannender als jedes beliebige Thema die Veränderung der Prozesse, die Veränderung der Methodik. Das, was dieses Etikett trägt, das Betriebssystem der Politik ändern. Ich bin nicht die Applikation auf der Oberfläche, die sagt, oh, schönes Bild, toll geschriebener Text oder macht sogar Musik. Nein, es geht um die Art und Weise, wie Politik betrieben wird, die Änderung des Betriebssystems. Das ist das, was mich interessiert und das ist das, weswegen ich bei den Piraten bin und nicht irgendwo anders, weil Sportpolitik hat jede Partei irgendwo im Programm. Vor der nächsten Frage würde ich einmal kurz um Ruhe bitten. Der zweite Teil der Frage war ja noch, wo sehe ich meine Schwerpunkte? In der Vernetzung, durch meinen beruflichen Werdegang habe ich eben halt sehr viele Hamburger Piraten, sehr viele NRW-Piraten kennengelernt und kann einfach in der Landesverbandsübergreifenden Arbeit auf ein persönliches Kontaktnetzwerk zurückgreifen, was ich gerne einbringen möchte. Gut, dann bitte ich noch mal ein bisschen um Ruhe, weil jetzt doch eine ganze Menge Nebengespräche entstanden sind, die ihr lieber vorne im Vorraum führen könnt, als hier drinnen, weil es für die anderen Leute halt entsprechend schwerer wird, sich auf das zu konzentrieren, was hier vorne passiert. Bitte? Ja, genau. Also bitte ein bisschen Ruhe und wenn ihr euch unterhalten wollt, dann macht das gerne vor der Tür draußen im Vorraum, geht das ja auch ganz gut. Dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Der Michael hat es ja eben schon angesprochen, als Vorstandsmitglieder bei der Piratenpartei solltet ihr primär organisatorisch tätig sein und meine Frage ist, was ist der Punkt in der Organisation von unserem Landesverband Hessen, der euch jetzt am meisten am Herzen liegt, wo ihr sagt, das wollt ihr am allermeisten angehen, das zu verändern und wie wollt ihr das konkret angehen? Also dafür müsste ich mir erst mal einen Überblick verschaffen können, wie es bisher ist, sage ich mal, um dann darauf basierend zu sagen, da oder dort könnte man an dem einen oder anderen Rad drehen. Da habe ich einfach zu wenig Überblick bisher, als dass ich da adäquat antworten könnte. Organisatorisch war ja letztes Jahr relativ ruhig, musste ja nicht viel gemacht werden, außer das Sommerfest, ein paar Sachen, was gemacht worden ist. Organisatorisch, was jetzt auf uns aber zukommt mit den beiden Wahlen, ist schon relativ groß. Wir müssen halt aus meiner Sicht aktiver den Vorstand hinkriegen, dass die Rahmenbedingungen, was ich zu Anfang sagte, auch gegeben werden. Rahmenbedingungen zum Beispiel, Marina muss nach vorne kommen, Campus muss gestellt werden. Wir müssen die Vernetzung mit den anderen LVs hinkriegen. Das ist aber jetzt in keiner Art und Weise ein Kritikpunkt an den jetzigen Vorstand oder den ehemaligen. Ich bin der Meinung, man kann punktuell viele Sachen machen und die können wir auch alle dann gemeinsam hinkriegen. Und das punktuell, jetzt irgendwelche Projekte hier aus den Fingern rauszusaugen, die werden sich ergeben. Ich denke mir, wenn die Basis irgendetwas Konkretes haben möchte, dann werden wir das alle gemeinsam schaffen. Ich bin der Meinung, die Basis als solches bringt die Ideen. Der Vorstand hier vorne ist nur ein verwaltungstechnischer Amt und nicht die Vortänzer oder die Leute, die alles nur machen. Wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen. Ich habe das Ganze mal an anderer Gelegenheit als Hub-und-Spoke-System beschrieben. Meine Idee ist einfach, Informationsaustausch zu fördern. Wir haben mittlerweile Kreisverbände in Hessen, die erfinden das Rad zweimal. Einfach, weil der eine nicht mitkriegt, dass es der andere schon erfunden hat. Jetzt haben die beiden Kreisverbände geografisch getrennt eigentlich keine Berührungspunkte, außer, dass sie beide eine Untermenge des gleichen Landesverbandes sind. In der Vergangenheit hat es immer den Tagesordnungspunkt gegeben, Berichte aus den Kreisverständen, die hätten sich ja melden können, die hätten ja was einbringen können. Aber wenn ich jetzt derjenige bin, der eine Frage hat, habe ich ja nichts zu berichten, ich habe ja was zu erfragen. Und da ich gar nicht weiß, wer das Wissen hat, an wen wende ich mich. Diese Problematik hat es in der Vergangenheit mehrfach gegeben. Und da sehe ich zum Beispiel eine Verpflichtung des Landesvorstands, Informationen nicht nur entgegenzunehmen und wenn sie ihm dann zugetragen wurden, zu verteilen, sondern Informationen abzuholen. Ich habe das 2009, 2010 als Ansage gemacht, ich wollte auf jedem Stammtisch in Hessen gewesen sein. Damals waren es erheblich weniger, als es heute sind. Es ist mir nicht ganz gelungen, zwei oder drei habe ich, glaube ich, nicht erreicht. Aber es hat halt vom Odenwald bis Kassel schon gepasst. Damals war es, die Gründungs- und Geburtsstunde, Volker ist hier mit dabei, der war einer derjenigen, die mit im ersten Orga-Team waren, bei der Marina Kassel. Weil es einfach Not tat, Landesverbände miteinander zu vernetzen. Wir waren alle neu als Landesvorstand, außer dem Schatzmeister kam keiner aus dem Vorgängervorstand und wir hatten wenig Ahnung, wie es geht. Das war in Hamburg witzigerweise mit einer Woche Versatz genau das Gleiche gewesen und noch einem dritten Landesverband auch. Das war die Geburtsstunde zu sagen, wir müssen etwas schaffen für diese Vernetzung. Und da ist ein bundesweites Treffen draus geworden, was mittlerweile schon mehrere Jahre in Folge stattgefunden hat. Solche Sachen, aktiv auf etwas zuzugehen, die Informationen abzuholen und wenn man sie dann hat, sie auch wieder aktiv anzubieten, den anderen, den sie Nutzen stiften kann. Das sehe ich als eine Aufgabe und das sehe ich auch als etwas, wo ich weiß, dass ich es kann. Ganz kurze Frage an euch drei. Wart ihr vor eurer Mitgliedschaft in der Piratenpartei schon Mitglied in einer anderen Partei und wenn ja, von wann bis wann? Ich glaube, als ich nach Deutschland kam, vom Auslandsaufenthalt 2005 bis 2006 bis 2008 war ich bei der FDP Mitglied. Aber ohne Ämter, ohne irgendwas. Ich war vorher, was man so nennt, Politik verdrossen. Ich habe mich eigentlich gar nicht so wirklich um die alteingesessenen Parteien gekümmert und ja, mein Entschluss überhaupt in einer Partei was zu machen, kam eigentlich erst, als ich Wind von Piraten gekriegt habe, weil ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist, um wirklich Veränderungen herbeizuführen. Ich war vorher in keiner Partei Mitglied. Ja, meine Frage an alle Kandidaten greift so ein bisschen auf, was schon gekommen ist. Ich würde gerne von allen drei kurz wissen, was die drei wichtigsten To-Dos und was die größten Probleme aktuell des Landesverbandes Hessens sind, weil es geht ja immerhin um den stellvertretenden Landesvorsitzenden. Danke. Also ein Punkt, und das ist meines Erachtens der gravierende, ist die Sichtbarkeit in der Gesamtpartei. Wir sind im Moment halt diejenigen, die noch keine Fraktion in einem Landesparlament haben. Das teilen wir allerdings, dieses Schicksal, durchaus noch mit einem Dutzend anderer Landesverbände. Von denen nimmt man aber gelegentlich was wahr. Wenn man sich einfach mal umhört, was weiß man über Bayern, doch deutlich mehr als über Hessen. Was weiß man über die Niedersachsen, deutlich mehr als über die Hessen. Das Einzige, was man über uns weiß, ist, offensichtlich zahlen unsere Mitglieder pünktlich ihre Beiträge. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Wir sind wesentlich besser als die Wahrnehmung, die wir in der Gesamtpartei haben. Das ist ein Stück weit Eigenmarketing. Eigenmarketing. Der zweite Punkt ist, denke ich, die Diskrepanz in der Aktivierungsquote zur Bezahlquote. Wenn wir doch es schaffen, den Leuten klarzumachen, ihr seid hier Mitglied, ihr habt einen Mitgliedsbeitrag unterschrieben und leistet den, und offensichtlich tun sie das. Und sie wissen auch, wofür sie es leisten. Neben der fantastischen Arbeit von Lothar ist, glaube ich, auch die klare Kommunikation, die auch die Vorgängervorstände gemacht haben. Jeder, der seinen Beitrag zahlt, weiß auch, wo geht das Geld hin. Es wird nicht sinnlos ausgegeben. Aber warum gelingt es uns nicht, aus diesem, ich sage mal, zufriedenen Beitragszahler auch noch einen Aktivisten zu machen? Das, denke ich, ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass wir einfach vielleicht ein bisschen mit der Tradition brechen sollten, alles auf den letzten Drücker mit der Nacht vor Abgabetermin zu erledigen. Wir wissen genau, wir ziehen in Wahlen. Wir werden irgendwann wieder einen Wahlkampfflyer haben wollen. Wir werden irgendwann wieder Wahlplakate haben wollen. Warum nicht jetzt schon mal damit anfangen? Und nicht erst, wenn es heißt, na, Flyer-Alarm braucht, aber in vier Stunden die Druckvorlage. Das wäre der dritte Punkt, einfach frühzeitig mit Arbeiten zu beginnen. Dann staut sich es auch am Ende nicht so. Ja, also im nächsten Jahr würde ich ganz gerne die Außendarstellung wie Pressearbeit etc. wirklich darstellen. Besser darstellen, weil wir sind als Landesverband wesentlich besser. Die Struktur als solches, wie wir wirklich sind, bei vielen KVs oder wo ich auch war, habe ich festgestellt, dass wir ganz, ganz tolle Leute haben. Dass wir aber genau das, was positiv bei uns ist, auch nach außen oder uns besser verkaufen können. Und das ist halt für mich immens wichtig. Ich sehe das jetzt zum Beispiel bei den griechischen Piraten, wo ich aktiv bin noch. Da gibt es keine Ämter, da gibt es gar nichts. Da wird das einfach gemacht. Und das finde ich halt irgendwo toll. Und wenn das hier auch so wäre, wäre es halt klasse. Und ich würde gerne diesen Rahmen projizieren. Das ist alles, was ich gerne machen wollen würde. Die einzelnen KVs. Es gibt dann im Nordosten zwei oder drei Verbände, wo immer noch kein KV ist. Dass man das nach vorne bringt. Dass man sagt, Vogelsberg, Hersfeld, Eschwege etc. Dass da wirklich auch mal KVs gewählt werden oder gegründet wird. Dass man den Leuten hilft. Oder sagt, woran liegt es. Dass man vor Ort fährt zu den Stammtischen. Das wäre so für mich irgendwo eine Aufgabe, die ich gerne machen würde. Ja, also ich denke auch, dass wir ganz viele Leute haben, die super aktiv sind. Und dass wir es einfach nur schaffen müssen, diese Aktiven zusammenzubringen. Und das sehe ich auch eigentlich als Halbaufgabe vom Gesamtvorstand. Und dass man Leute, die ihr Ding verfolgen, dass man die zusammenbringt, sei es in der Telko, sei es was auch immer es da für wunderbare Werkzeuge gibt. Dass man da Verknüpfungen herstellt und das schafft zu bündeln. Frage direkt an Michael und Christos. Mal Buddha bei der Fische. Michael hat es schon angesprochen, dass die Verknüpfung zwischen den KVs stärker gebracht werden muss. Wir haben ein ganz, ganz starkes Stadt-Land-Gefälle. Das merkt man hier in Nordhessisch-Sibirien richtig schön. Was wollt ihr konkret machen, um die Vernetzung zwischen den verschiedenen KVs zu verstärken? Und nein, ich habe in Kassel schon mal eine Mate getrunken, reicht mir nicht. Konkret. Wenn wir wirklich ganz, ganz viel Zeit zur Verfügung haben, sowohl er als auch ich, also ich zumindest, würde dann vor Ort hingehen und versuchen, die Problematik zu sehen, warum denn da noch kein KV sind. Warum ist in Herzfeld kein KV? Warum ist in Eschwege kein KV? Und da gehe ich nicht nur Mate oder einen Uso trinken, wie hier andere behaupten würden. Nee, ich gehe wirklich hin und versuche, da was zu reißen. Wir haben das im Kreis Wallek-Frankenberg gut hingekriegt. Vor zwei Jahren hatten wir einen Stammtisch und jetzt haben wir in vier verschiedenen Städten Stammtische. Das kannst du projizieren, natürlich auf das Land Hessen, dass du da dort wirklich vor Ort bist und den Leuten in irgendeiner Art und Weise hilfst, wie die genauen Schlüssel dazu aussehen. Da musst du jetzt zu den jeweiligen Fragen oder zu den jeweiligen Problemen dann agieren oder reagieren. Ich kann dir ja nicht sagen, warum jetzt in Herzfeld kein KV ist oder warum in Fulda keins ist. Es ist für mich persönlich eine Schande, dass in Fulda noch kein KV ist. Das verstehe ich einfach nicht. Es ist aber meine persönliche Meinung. Und dass man einfach hingeht und sagt, man versucht es einfach. Wollen die es nicht, dann ist es okay. Aber trotz alledem sollte eine Vernetzung da sein. Infostände müssen da sein. Wir haben Wahlen vorher. Sprich, wenn wir nicht organisiert sind, gerade in den ländlichen Bereichen, haben wir doch die Problematik, dass wir dann keine Infostände, kein gar nichts stemmen können und da kriegen wir gar nichts von mit. So habe ich es mir vorgestellt. Die Frage ist eigentlich die spannendste bisher gewesen aus meiner persönlichen Sicht, weil sie zwingt quasi das Weiterführen der Frage auf. Jetzt Antworten zu haben, wird ja bedeuten, ich hätte mich im letzten Jahr nicht kundgetan und hätte nicht irgendwo meinen Beitrag, so ich ihn denn hätte leisten können, geleistet. Ich denke, hier gilt es wirklich Fragen zu stellen. Was haben denn die Regionen, die KVs haben, anders gemacht in ihrer KV-Gründungsphase, als die, die jetzt noch keine KVs haben? Was machen denn die Regionen, die einen überproportionalen Mitgliederzuwachs haben, gegenüber denen, die ihn nicht haben? Also ich weiß, vor zwei Jahren war das ein starkes Thema. In Gießen gab es permanent Infostände, auch wenn gerade mal nicht eine Kommunalwahl war oder sonst irgendwas. Sie haben es irgendwie hingekriegt, auf der Straße zu sein. Warum sowas im Zweifelsfall nicht mit Hilfstruppen aus dem Nachbarkreis? Die Wetterau hat uns geholfen, die war schon im Kreisverband, als wir es im Hochtaunungskreis noch nicht waren. Wir haben die Hilfe angenommen, dafür waren aber auch Leute aus unserem Verband bei der Bundestagswahl in der Wetterau und anderswo unterwegs. Man muss es nur erstmal organisieren. Man muss mal erfragen, was geht, was geht nicht. Kassel und Kassel-Land ist eine schöne Geschichte, das haben wir auch im Südhessischen, Offenbach und Offenbach-Stadt. Interessanterweise ist aber der einzige Punkt, wo wir eine Fraktion im Kommunalparlament haben, ohne einen Kreisverband zu haben, im Raum Offenbach. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob Stadt oder Land. Aber was haben die anders gemacht, als alle anderen Regionen, wo es hieß, ja, wenn wir keinen Verband haben, brauchen wir auch gar nicht erst anzutreten. Kann man nicht davon, indem man einfach mal hingeht und fragt und nicht sagt, ich habe den Stein der Weisen, den duplizieren wir jetzt, sondern sagt, was habt ihr denn gemacht, was war denn bei euch der Faktor zum Erfolg und dann zu dem hingehen, der sagt, ich bin vom Erfolg noch ein Stück weit entfernt, macht mir doch mal Lösungsvorschläge, sagen, das wäre was, das wäre ein Beispiel, an dem man sich orientieren kann. Ich glaube, das ist vor zwei, drei Jahren häufiger gemacht worden als jetzt, weil viele nur noch auf ihren Bereich gucken. Was für jeden KV auch, ich sage mal, seine Pflicht ist, weil er ist ja regional, er ist letztendlich derjenige vor Ort. Aber was macht denn der Landesverband? Er hat die Verwaltungsfunktion für die Stellen, wo es noch keinen KV gibt und ansonsten kann er eigentlich verbessern tätig werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ja, meine Frage geht direkt an den Christophs. Du hattest ja eben gesagt, du verstehst nicht, warum in Fulda noch kein KV existiert. Wie siehst du das mit den KVs? Würdest du auf Teufel komm raus dafür sorgen, dass überall KVs gegründet werden, auch wenn sie nicht arbeitsfähig sind? Oder würdest du vorher abwägen, ob man dadurch einen Schaden der Partei abwendet, wenn dadurch Finanzen raufgehen und der KV nicht arbeitsfähig ist und dadurch auch im L4 letztendlich mehr Arbeit verursacht, als es nötig ist? Wie gehst du mit den KV-Gründungen in Zukunft um? Ich persönlich bin für KVs. Aber wenn denn auf Teufel komm raus, dass es dort nicht funktioniert, Kai, dann würde ich natürlich auch nicht sagen, ich will es unbedingt, weil ich es mir jetzt an die Fahne gehangen habe. Es ist mir schon wichtig, dass die Struktur als solches funktioniert. Ob denn jetzt ein Stammtisch dort steht, ein Crew oder meinetwegen eine KV gegründet ist, es ist ja, wenn es da keine Leute gibt, die zur Gründung da sind, dann brauchen wir auch keine KV. Es ist aber für die Struktur als solches zukunftsorientiert besser, wenn wir überall KVs haben, aus meiner Sicht. Als Rahmenbedingungen finde ich das wichtiger, als wenn wir sagen, wir machen nur Stammtische. Stammtische sind gigantisch. Aber mit einer Organisation, gerade für das nächste Jahr, finde ich KVs besser. Gut, dann ist die Fragereihe jetzt zu Ende. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, da steht jemand auf, wolltest du eine Frage stellen? Dann schließe ich hier mit die Fragerunde. Wir haben jetzt das Thema, der Michael hat es angesprochen, es könnte im Rahmen der Wahl zu einer Ämterakkumulation kommen. Und deswegen würden wir den Antrag, den Michael erlauben würde, die beiden Ämter, Staatsmeister und stellvertretender Vorsitzender, gleichzeitig auszuüben, würden wir vorziehen. Das stellen wir jetzt gerade mal auf den BIMA. Das ist der SA20. SA20. Der ist ganz unten. Mach mal Steuerung F. Nee, der ist hier oben schon. Mach mal Steuerung F. Achso, nee, Apfel F ist es, glaube ich, hier. Der war hier oben. Der ist hier ein, der hier. Die Dichtung ist SA20. Da. Da, scheiße. Wir besprechen uns ganz kurz mit den beiden Kandidaten wegen dieser Frage der Ämterkumulation. Die Dichtung ist, glaube ich, hier oben. Dann unterbreche ich die Versammlung für fünf Minuten, damit wir das noch mal weiter intensiver beraten können. Und der Bernhard Kern möge bitte auf die Bühne kommen. Und der Emanuel Schach. Die Dichtung ist, glaube ich, hier oben. So, liebe Versammlung, das machen wir mal, weil es besser komplizierter ist. So, bevor wir zur Durchführung der Wahl kommen, bitte ich euch erstmal alle wieder rein und eure Plätze einzunehmen. Oh, ich habe hier tolle Sachen. Ich übernehme kurz. Wir werden, bevor wir zur Wahl kommen, zwei Anträge besprechen und einen Beschluss fassen. Das ist einmal die Ämterkumulation für Michael Stark. Michael Stark ist Schatzmeister im Hochtaunuskreis und bewirbt sich auf den Post des stellvertretenden Landesvorsitzenden des Landesverbandes Hessen. Gibt es zu dem Ämterkumulation... Ich bitte mal ein bisschen Ruhe. Ich gong mal. Das war der Ordnungsgong. Gibt es zu dem Antrag der Ämterkumulation von Michael Stark Fragen? Der Antrag beinhaltet, dass eine Ämterkumulation bis zum 31.03.2013... Dazu gibt es keine Fragen, keine Wortbeiträge... Den Knopf drücken. Eine Frage hätte ich an dich, Michael. Und zwar, weiß dein Kreisverband oder hast du das mit ihm besprochen, mit dem Vorstand, eventuell mit der Basis, dass du das so machen möchtest? Der Vorstand ist informiert und begrüßt das auch, beziehungsweise hat auf Vorrat gesagt, ja, wir haben keine Einwände gegen die Ämterkumulation. Aufgrund der Kursfristigkeit, weil, wie gesagt, dass ich das tue, ist ja entstanden im Prinzip in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und dann praktisch umgesetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Basis der Kreisverband als solche, bis auf die Teilnehmer des Stammtisches am Donnerstag, wissen es noch nicht. Aber, ja, der Vorstand weiß es und legt mir da auch keine Steine in den Weg. Gut, vielen Dank. Weitere Wortbeiträge oder Fragen? Michael, du kannst, glaube ich, noch mal hierbleiben. Michael, das sind ja jetzt nicht wie bei mir eine Woche, sondern fünf Monate, wo du quasi parallel diese zwei Ämter ausführen willst. Wir sind uns einig, dass nächstes Jahr das viel Arbeit wird für den Landesvorstand. Wie willst du, bitteschön, beide Ämter in dieser heißen Phase, gerade wo wir auch noch Kandidatenausstellungen machen in dieser Phase, miteinander vereinen und beide ausfüllen? Danke. Ich sagte, ich bin seit 20 Jahren berufstätig, da waren so ein paar Jahre Bankkaufmann dabei. Also das Führen eines Kreisschatzmeisteramtes sind zwei Stunden in der Woche, wenn es hochkommt. Die Mitgliederbeiträge laufen übers Land. Das Spendenaufkommen unserer Kreismitglieder, ja, ist im Kreis okay, geht aber auch viel ans Land. Und Ausgaben haben wir nicht. Wir halten im Moment unser Geld zusammen, um im Zweifelsfall im Wahlkampf was ausgeben zu können. Und die Ausgabenphase, ja, die wird spannend, aber dann muss ich mir halt auch mal einen Tag Urlaub nehmen oder zwei. Wie gesagt, bis jetzt komme ich, also wenn es zwei Stunden in der Woche wären, wären es schon viel. Es gibt auch Wochen, da habe ich gar nichts zu tun. Da frage ich rum, gibt es irgendwelche Belege? Nein, fertig. Ich hole nicht mal selber, sondern ich kriege von einem Vorstandskollegen übergeben die physischen Kontoauszüge. Also, sorry, das ist jetzt keine große zeitliche Belastung. Das klappt bei uns im Kreis fantastisch. Ach der Scheiß. Dann gibt es weitere Fragen oder Wortbeiträge? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung des Antrags. Wer für die Ämterkommunation für mich stark ist, hebt bitte die blaue Karte. Julia bitte mitgucken. Wer dagegen ist, die rote Karte. Bitte einmal gegeneinander jetzt nur die Ja-Karten. Vielen Dank. Nicht so viel durch den Weg. Nur die Nein-Karten. So, bitte jetzt nur die Ja-Karten. Also, wir wollen jetzt sicher gehen, weil es doch ein weitgehender Antrag ist. Vielen Dank. Nur die Nein-Karten. Also, wir sind uns auch einig, unabhängig, der Antrag ist abgelehnt. Michael, dann müssten wir dich nochmal auf die Bühne bitten. Dann müssen wir natürlich auch nicht klären. Ja, dann bitte einmal das Mikrofon. Das musst du eh machen. Okay. Also, ich habe dem Kreisverband in seiner Zeit gesagt, ich mache ein Jahr den Schatzmeister. Ich mache ein Jahr den Schatzmeister. Ich ziehe die Kandidatur zum stellvertretenden Vorsitzenden zurück. Gut. Vielen Dank. Dann gebe ich der Versammlung noch bekannt, dass Christos, Kandidat Nummer 3, sein Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbands Waldeck-Frankenberg zurückgegeben hat und damit keine Ämterkommunikation mehr vorliegt und kein Beschluss nötig ist. Und übergebe an den Wahlleiter zur Eröffnung der Wahl. Moment, Moment. Ich nicht, ich nicht. Wer ist jetzt hier? Also, uns ist ein GO-Antrag oder ein Antrag zur Änderung der GO eingereicht worden. Und zwar von Christoph Hampel. Der Wortlaut ist, an passender Stelle wird der GO-Antrag auf Wiedereröffnung der Kandidatenliste eingefügt. Christoph, möchtest du den Antrag vorstellen, begründen? Gibt es eine Gegenrede zu dem Antrag? Ja? Die Frage ist ja eben schon mal in kleiner Klüngelrunde gefallen. Wer soll denn bitte auf die Liste? Ich halte die Frage jetzt nicht sachbezogen zu dem Antrag. Insofern sehe ich da jetzt keine Notwendigkeit für eine Antwort. Gibt es weitere formelle Gegenrede? Dann würde ich zur Abstimmung kommen. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Das ist eine deutliche Mehrheit. Damit ist der Antrag angenommen. Und die Wiedereröffnung der Kandidatenliste wird in die Geschäftsordnung eingefügt. Dann kommt ein GO-Antrag auf Wiedereröffnung der Kandidatenliste. Gibt es da eine Gegenrede zu? Dann kommt von André eine formelle Gegenrede. Dann stimmen wir darüber ab. Wer ist für die Wiedereröffnung der Kandidatenliste? Das ist eine Mehrheit. Damit ist die Kandidatenliste wieder eröffnet. Beziehungsweise ich gebe zurück an das Wahlleiter-Team. So, ich eröffne hiermit wieder die Kandidatenliste für die Position des stellvertretenden Vorsitzenden. Ich bitte dazu, die Kandidaten nach vorne zu kommen und Vorschläge zu sammeln. Es gibt einen Vorschlag für Jan Leutert. Jan, wo bist du? Jan, nimmst du diesen Vorschlag an? Kandidierst du? Ja. Okay, Jan kandidiert. Gibt es noch weitere Vorschläge oder Kandidaten? Martin Zindl aus Marburg wird vorgeschlagen. Martin, möchtest du kandidieren? Ja, ich würde gerne den Kai Möller vorschlagen. Kai, du wurdest gerade vorgeschlagen als Kandidat? Gibt es noch weitere Vorschläge oder Kandidaten? Es wird Christoph Hampe vorgeschlagen. Christoph, wo bist du? Christoph Hampe, bitte. Bitte. Mikro, wenn du willst. Nein. Also, wenn du willst, kannst du das Mikro nehmen. Ich hätte da noch einen Vorschlag für Christian Hufgaard. Christian Hufgaard, du wurdest vorgeschlagen, du kandidierst. Wo befindet sich Christoph Hampe? Kann den jemand suchen? Okay, Christoph Hampe lehnt ab wegen Trennung von Amt und Mandat. Ich würde gerne Nicole Seiler vorschlagen. Ist die Nicole da? Ah, okay. Ah, Nicole. Okay, Nicole. Und der Kevin Jolina? Nein, nein, nein. Ich würde gerne Matthias Tamper Haferkock vorschlagen. Hat er? So, an dem Beamer sind die Kandidaten aufgelistet, die bei mir eingegangen und zugesagt haben. Ich bitte die Kandidaten anzugucken, ob eventuell Tippfehler bei den Namen sind. Und ich bitte die Versammlung, falls es noch weitere Vorschläge oder Kandidaturen gibt, die deutlich bei mir anzuzeigen. Ja, danke für den Vorschlag. Aber ich bin ja Kreistagsabgeordneter im Kreis Gießen und ich müsste mein Mandat niederlegen, um das zu machen. Und das will ich ehrlich gesagt dem Kreis Gießen nicht antun, weil die brauchen mich. So, ich sehe, es gibt keine weiteren Meldungen. Ich werde die Liste gleich schließen. Ist jetzt die letzte Chance, nach vorne zu kommen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit schließe ich jetzt die Kandidatenliste und bitte die neuen Kandidaten für die Vorstellung nach vorne und übergebe an die Versammlungsleitung. Genau. Ja, die neuen Kandidaten bitte auf die Bühne. Dann habt ihr auch fünf Minuten Zeit, euch vorzustellen. Wir würden jetzt gerne weitermachen mit der Vorstellung der neuen Kandidaten. Mal gucken. Genau. Der Martin Zindel bitte auch auf die Bühne. Genau. Nicole. Jawohl. Habt ihr das in alphabetischer Reihenfolge wieder sortiert? Fantastisch. Dann würde der Christian Hufgard zuerst fünf Minuten bekommen, um sich vorzustellen. Und ich bitte die Versammlung dann nochmal um Ruhe, dass wir halt mit der Kandidatenvorstellung jetzt weitermachen können. Ja, hallo, mein Name ist Christian Hufgard. Ich bin seit, glaube ich, knapp über fünf Jahren oder so Pressesprecher vom Landesverband Hessen. War auch schon mal für, ich glaube, drei oder vier Monate stellvertretender Vorsitzender in einer sehr stürmischen Zeit um die zweite Landtagswahl hier. Und bin jetzt recht überrascht, hier als stellvertretender Vorsitzender vorgeschlagen worden zu sein. Ich würde auch als stellvertretender Vorsitzender natürlich ganz klar die Aufgaben im Vorstand entsprechend übernehmen. Was ich dann natürlich klar reduzieren würde, wäre meine Tätigkeit als Pressesprecher, weil ich das dann doch halt zeitlich nicht ganz unter einen Hut bekommen würde. Weil ich halt weiß, dass auch als stellvertretender Vorsitzender wirklich sehr, sehr viel Arbeit zu tun ist. Und ansonsten bitte ich um eure Fragen. Gut, der Jan Leutert bitte. Ja, hallo, mein Name ist Jan Leutert, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Bad Sohden-Saar-Münster, das ist mein Kinzig-Kreis. Viele kennen mich vielleicht schon, ich mache viel auch so um so Parteitage rum und Orga und Kram. War jetzt zwei Jahre lang im Landesschiedsgericht. Ich glaube, das habe ich auch ganz gut gemacht, sonst wäre ich nicht wiedergewählt worden letztes Jahr. Ich habe davor ein Jahr als Gänseck verkackt, das gebe ich auch offen zu. Das war der zweitschlechteste Gänseck, den Hessen jemals gesehen hat. Ich hatte da noch jemanden, der hat das nochmal schlimmer gemacht als ich, aber da kam es noch nicht so drauf an. Aber wir verstehen uns mittlerweile sehr gut, wir haben da so Gemeinsamkeiten. Damals als Gänseck hat mir mal jemand gesagt, als Gänseck bist du scheiße, du bist halt eine Rampensau, du musst irgendwo was anderes machen, irgendwo was auch teilweise Repräsentatives oder irgendwo, wo man auch Ideen und sowas vorstellen kann. Ich denke mal, ich habe jetzt die Rede nicht vorbereitet, ich kann sehr gut reden, ich kann sehr gut unsere Ideen rüberbringen, unsere Programmpunkte, das habe ich auch schon auf der einen oder anderen Demo bewiesen, wo ich Reden gehalten habe. Was mich in meinen Augen noch vielleicht zum stellvertretenden Vorsitzenden qualifiziert, ich glaube, ich bin ein sehr guter Gegenpol zu Tumai. Tumai, der eher sehr ruhig ist, der auch teilweise mal sehr überlegt oder oftmals auch sehr überlegt und sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken kann, ihr kennt Tumai. Ich bin dann doch eher impulsiv, ich kann auch mal so geile Aktionen, wir machen das. Ich weiß, dass in einem speziellen Wahlkampf kam dann irgendwann mal abends eine Idee auf und dann hingen auf einmal ein paar andere Plakate während des Wahlkampfs mit einem Gesicht eines sehr bekannten Landespolitikers. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind, aber wir hatten da eine super Idee abends. So schöne Sachen mache ich ganz gerne mal, weil ich bin der Meinung, Politik muss Spaß machen. Politik muss abseits von bierernsten Anträgen sein und oh, jetzt müssen wir alle ernst sein, sondern wir müssen Spaß an dem haben, was wir machen und das hatten wir bisher immer und zu diesem Spaß müssen wir zurückkehren. Wir hatten in letzter Zeit ein bisschen Probleme im Landesverband, es gab Spannungen, wo ich hoffe, dass die hier auf dem Landesparteitag auch untereinander geklärt werden. Ich bin da auch mit vielen Leuten am Reden, mit denen ich irgendwo ein bisschen Probleme habe. Ich weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt der Konsenskandidat, bin doch eher ein bisschen polarisierend, aber ich habe, glaube ich, auch schon in einigen Ämtern bewiesen, dass ich durchaus, wenn es darauf ankommt, über meinen Schatten springen kann und auch sehr ruhig und bedacht oder auch mal das andere von dem Impulsiven das weglassen kann und mal den Scheiß machen oder mal Spesken machen, sondern ich kann auch durchaus ernst machen. Indessen, ich habe schon viel zu lange geredet, ich bitte um eure Stimme. Vielen Dank. So, dann wäre die Nicole Seiler als nächstes ran. Ja, hallo, mein Name ist Nicole Seiler, ich bin 32 Jahre alt, gehöre dem KV Frankfurt an. Meine Parteivergangenheit beläubt sich auf Beisitzer im Gründungsjahr in Frankfurt. Im zweiten Jahr war ich Generalsekretär. Seit April war, glaube ich, der KPT. Ich habe mich nicht nochmal aufstellen lassen. Bin ich amtlos, ich helfe, wo ich helfen kann, im KV, im LV. Ich habe vom... Ich unterstütze jetzt den Christoph Pampel beim Hessen Campus in der Orga. Ich meine, was habe ich noch gemacht? Also die eine oder andere Demo in Frankfurt unterstützt. Ja, ich muss keine vier Minuten reden. Also ich... Noch kurz was zum aktuellen Vorsitzenden. Also ich verstehe mich mit Tumay, habe eigentlich immer gerne mit ihm zusammengearbeitet, arbeite auch weiterhin gerne mit ihm zusammen. Wir verstehen uns, glaube ich, auch ganz gut. Ich hätte mich wahrscheinlich auch mit den anderen zwei potenziellen Vorsitzenden verstanden. Ja, ich helfe eigentlich überall, wo ich kann. Wenn es was zu tun gibt, dann bin ich da. Dankeschön. Und dann der Martin, bitte. Ja, hallo, ich bin Martin Zindl aus dem Kreisverband Marburg-Bietenkopf. Ich wurde jetzt auch etwas überrascht von dem Vorschlag. Ich bin mir auch nicht... Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich Ja sagen soll. Ich denke, ich könnte da ein paar Sachen, aber es gibt auch einige Problematiken, die mich da verunsichern. Die wollte ich vorweg einfach mal sagen. Vielleicht ist es auch möglich, im Anschluss ein kleines Meinungsbild zu kriegen, dann würde ich sie je nachdem auch zurückziehen. Ich würde aber erst mal sagen, was die Problematiken sind. Das eine habe ich eigentlich schon gesagt, Marburg-Bietenkopf, eine Tumay ist von da. Ich bin gegen Quotierungen und alles, die müssen auch nicht lokal sein, habe aber trotzdem ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn sowohl der Vorsitzende wie so eine Stellvertretung aus dem gleichen KV kommen. Das ist für mich eine kleine Problematik. Das andere ist, ich bin voll berufstätig, habe eine 40, 50-Stunden-Woche. Ich habe auch manchmal Wochen, wo ich dann bloß ein bisschen weniger sind, aber es ist auch mal ähnlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kann auch mal eine Woche beruflich unterwegs sein. Das heißt, die zeitliche Menge an Stunden, die kann so bei 15 Stunden liegen, die kann es auch mal mehr werden, aber ich denke halt, dass viel auf uns zukommt und dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das zeitlich wirklich garantieren kann, das gut hinzukriegen. Das andere ist mal kurz zu mir selber. Also ich bin jetzt 51 Jahre alt, ich habe politisch, das ist mir neulich mal eingefallen, ich hatte es vorher vergessen, ich war mit 14, 15 bis 16 mal bei der SPD, das waren auch zu Willy Brandts Zeiten, da haben wir noch Plakate geklebt. Ich bin dann da, wo der NATO-Doppelbeschluss und Atomkraftwerke bei der SPD kamen, bin ich da aus den ganzen Sachen raus. Politisch war ich lange Zeit nicht parteipolitisch aktiv, ich bin 78, 79 in die Zeit dann nach Berlin, der eine oder andere weiß, was das bedeutet. War dann hinterher viele Jahre einfach in der damaligen Selbstverwaltungsbewegung, die es so gab, also mit Kollektiven und solche Dinge. Ich bin jemand, der da, ja, wo man auch Gewerbehöfe gemacht hat, solches Zeug. Das heißt, ich habe eine sehr große Erfahrung mit großen Gruppen, die die unterschiedlichsten Ideen haben, die Leute, und das unter einen Hut zu bringen. Ich bin jemand, der immer eher so ein bisschen den Konsens sucht, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, es passt eigentlich ziemlich gut zu dem, wie Thumay sich dargestellt hat oder auch wie Jürgen vorhin Sachen sagte. Das denke ich, das würde sich gut ergänzen. Auf der anderen Seite ist eben vielleicht auch ein Vorstand gut, der verschiedene Sachen reinbringt und der wäre ich vielleicht zu nah inhaltlich an Thumay. Ich würde es auch eher als Verwaltungs- und Organisationssache begreifen, wobei ich das, denke ich, gut hinkriegen würde. Ja, das sind so ein paar Grundsachen, das andere wäre nachher bei einer Befragung. Aber wie gesagt, ist es möglich, kann ich so ein, als Meinungsbild, die Frage wäre, soll ich die Kandidatur aufrechterhalten? Weil ich würde es mir bereit erklären, aber ich will es nicht unbedingt machen. Das ist der Punkt. Gut, ich nehme das mal als einen Antrag auf ein Meinungsbild zu der Frage, ob du deine Kandidatur aufrechterhalten sollst. Wer ist dafür, dass Martin seine Kandidatur aufrechterhält? Du siehst das Ergebnis selbst, ich teile der Versammlung mit, es ist gemischt. Man kann es nicht, oder? Leicht positiv. Leicht positiv. Genau. Gut, dann würde ich wieder die Fragerunde eröffnen und für die Fragerunde dann auch die Versammlungsleitung an die Julia wieder übergeben. Ja, Prozedere wie gehabt, bitte sagt kurz, an wen sich die Frage richtet und versucht euch kurz zu halten. Dankeschön. Ich habe eine direkte Frage an Püt und ich habe eine Anmerkung an Christian. Ich hoffe, Anmerkungen sind erlaubt. Sind nicht erlaubt? Anmerkungen sind nicht erlaubt. Okay, dann muss ich gucken, ob ich sie fragen. Nein, meine ich. Gut. Püt, du hast gesagt, oder du hast gesehen, wie die Versammlung darüber befunden hat, dass jemand gleichzeitig für den Vorstand und für den Amt antritt. Hältst du das jetzt nicht für problematisch, das Votum so zu ignorieren? Das ist gemein von dir, weil der Matthias hat mich schon darauf angesprochen, dass ich das gerade vergessen habe. Ja, ich bewerbe mich auf einem Platz auf der Bundestagsliste. Ja, ich habe tatsächlich auch mit Ja gestimmt bei diesem Meinungsbild. Kann ich meine Zeit haben? Ich habe auch mit Ja gestimmt bei diesem Meinungsbild. Das Ding ist halt, nichts gegen die vorherigen Kandidaten. Christos, ich mag dich voll. Doris, kann ich leider nichts sagen, kenne ich nicht. Ich hatte für mich keine Wahl hier gesehen. Ich hatte mich schon überlegt, was ich mache. Ich wollte schon eine Nein-Stimme abgeben. Und ich denke, meine Kräfte sind nach der momentanen Konstellation in diesem Posten am besten aufgehoben. Und ganz ehrlich, so ein Vorstandsamt bringt da eigentlich null Vorteil. Weil ganz ehrlich, als Vorstand ist man doch eh immer der Arsch. Man sieht es momentan mit dem Bundesvorstand. Der ist auch der, auf den nur geschimpft wird. Das haben wir auf dem Landesvorstand. Das schimpfen eh immer alle auf den Vorstand. Deswegen bringt das eh keinen Vorteil, so ein irgendwie ein Mandat. Und ich mache es auch nicht damit. Ich habe mir das jetzt auch nicht irgendwie lange überlegt. Das kam jetzt tatsächlich, wurde vorgeschlagen. Und ich hatte jetzt irgendwie zehn Sekunden, mir das zu überlegen. Und denke, das ist jetzt für mich so die bessere Alternative für die Wahl des Vorsitzenden. Das mit dem Mandat muss ich mir dann halt nochmal weiter überlegen, ob ich das aufrechterhalte oder nicht. Das weiß ich ganz ehrlich jetzt noch nicht. Ja, ich habe auch eine Frage an den Jan Läutert. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass du neben der Piratenpartei auch noch Mitglied in einer studentischen Verbindung bist. Meine Frage, vereinbart sich das mit der repräsentativen Funktion eines Vorstandsamtes? Und wenn ja, warum? Ja, das ist wahr. Ich habe auch noch nie ein Hehl daraus gemacht. Wer mich gefragt hat, hat auch eine Antwort gekriegt. Das steht sogar tatsächlich auch in meinem Blog. Ich bin ein Mitglied einer liberalen Studentenverbindung. Wir haben damals aufgrund der rechten Tendenzen in der deutschen Burschenschaft die neue deutsche Burschenschaft gegründet, um uns davon klar abzuspalten. Wir haben auch in Marburg schon an diversen Anti-Nazi-Demos teilgenommen und lehnen auch solche Bestrebungen grundsätzlich ab. Aus den Grundsätzen der Satzungen, die sind fast gleichlautend mit den Grundsätzen des Paragraphen 1 der Satzungen der Piratenpartei Deutschland. Von daher, wir lehnen jegliche nationale Bestrebungen ab. Das Einzige, was man uns tatsächlich vorhalten kann, und da kämpfe ich auch innerhalb unseres Bundes dafür, ist, dass wir keine Frauen zulassen. Nur in einem Freundeskreis, das ist wie die jungen Piraten bei uns quasi. Das ist eines, was man uns vorwerfen kann. Dagegen kämpfe ich auch derzeit bei uns im Bund, um das abzuschaffen. Ja, ich möchte meine Frage vorhin an die vier neuen Kandidaten wiederholen, dass Sie kurz benennen können, was die drei wichtigsten To-dos des Landesverbandes sind und wo aktuell das größte Problem des Landesverbandes zu suchen ist. Danke. Ein sehr wichtiger Punkt ist ganz klar der, mit dem wir schon seit Jahren zu kämpfen haben, nämlich, dass wir mehr Mitglieder aktiv in die Parteiarbeit einbeziehen müssen. Das ist ganz klar eine sehr große Herausforderung, weil es einfach Menschen gibt, die sich aktiv einbringen wollen, andere, denen es reicht, nur ihren Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Das ist ganz klar eine Aufgabe, die sehr wichtig ist. Zweiter Punkt ist natürlich ganz klar die Vorbereitung auf die kommenden Wahlen, aber nicht, um die Wahlen zu gewinnen. Das ist für mich ein vollkommen sekundäres Ziel. Das, weshalb ich in die Piratenpartei eingetreten bin, ist, unsere Ziele voranzubringen. Das heißt, das war auch immer das, was wir in den Wahlen bisher als größte Möglichkeit gesehen haben. Wir konnten unsere Ziele einer breiten Bevölkerung, einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und das ist ganz klar für mich ein enorm wichtiges Ziel, aber nicht des Vorstands, sondern von uns allen. Der drittwichtige Punkt, müsste ich mir jetzt nochmal nachdenken, da fällt mir jetzt spontan keiner ein. Ich bitte mir, das nachzusehen. Danke. Drei Punkte. Ganz klar, wir müssen uns politisch auch zwischen Parteitagen positionieren. Dazu müssen wir stärker die Möglichkeiten benutzen, die wir haben, VMB und so weiter. Wir müssen damit uns auch zwischen den LPTs flexibel halten, auch im Vorfeld. Die Bekanntgabe des Ergebnisses verzögert sich noch um ein paar Minuten, aber wir haben noch einen Redebeitrag von Nicole Leider. Lieber Sepp, oben beim Streaming, wink doch mal kurz und sag mir, ob du zwei Minuten Zeit hast, um hier auf die Bühne zu kommen. Liebe Julia. Ja, ich möchte eigentlich die Gelegenheit noch schnell nutzen, und zwar der Julia, der Lara und dem Sepp zu danken. Die drei haben im Vorfeld die vielen, vielen Kandidateninterviews durchgeführt, und zwar mit Thumay, mit Jürgen Erkmann, mit dem Stefan Schimanowski, mit dem André Hoffmann, mit dem Sascha Neugebauer, mit der Nicole Staubus. Und für diese Zeit und für die Nervenstärke und das Zurverfügungstellen der Wohnung, möchten die interviewten Kandidaten und auch ich, und vermutlich auch der ganze LPT, noch mal ein großes Dankeschön aussprechen. Applaus Steh kurz auf, bitte. Ich will nur schnell Danke sagen. Und was mich persönlich noch interessieren würde, wer hat denn eigentlich von diesen Kandidateninterviews im Vorfeld irgendwas mitbekommen? Also, ihr müsst sie nicht gesehen haben, aber zumindest davon wissen. Geht so. So, wir haben für die drei einen Gutschein. Wir haben auch an das vegane Essen gedacht. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und lasst es euch schmecken. Ja, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Den Großteil der Arbeit hat allerdings wirklich Sepp gemacht. Also, vielen Dank. Ich esse auch alle drei Essen. Dankeschön. Ja, Kandidaten. Test, test. Ding dong. Ah. Ah. Okay. Kleiner Ausflug ins Spielkind-Alter. So, die Kandidatin bitte nach vorne. An oder auf die Bühne, das ist mir egal. Martin Zindel bitte auf die Bühne. Ja, komm, da. Nicht hetzen, wir wollen ja keine Unfälle. Weil für den stellvertretenden Vorsitzenden im Todesfall gibt es ja keinen Stellvertreter. So. Ja, es gab 154 abgegebene Stimmzettel, davon sind 149 gültig. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Es gab wieder mal ein paar Fehlurteile beim Ausfüllen des Stimmzettels. Auf Doris Auer empfehlen 16 Stimmen, das sind 10,74%. Auf Martin Zindel empfehlen 20 Stimmen, das sind 13,42%. Auf Christian Hufgaard empfehlen 40 Stimmen, das sind 26,85%. Auf Jan Leutert empfehlen 49 Stimmen, das sind 32,89%. Auf Nicole Seiler empfehlen 64 Stimmen, das sind 42,95%. Und auf Christoph Tingloutis empfehlen 77 Stimmen, das sind 51,68%. Dann die formelle Frage, auch wenn sie angeblich überflüssig ist, Christos, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Ja, möchtest du was sagen? Okay, das war's. Ich bedanke mich an alle und werde versuchen, alles mein Bestes zu geben. Ach du das Meinungsbild? Ja, möchtest du das jetzt machen, oder was? Ja, dann übergebe ich mal an die Versammlungsleitung. So, wir haben ein Meinungsbild. Das ist von Hans-Jörg Tangermann. Die Frage ist, ob wir, obwohl eigentlich 19.30 Uhr als Ende der Versammlung heute angestrebt war, alle Wahlgänge zum Vorstand heute noch machen sollen. Also es ist ein Meinungsbild. Wenn es positiv beschrieben wird, kann die Versammlungsleitung entscheiden, weiterzumachen. Allerdings, wenn wir irgendwann feststellen, es sind nur noch fünf Leute da, können wir natürlich trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt die Versammlung unterbrechen. Und es kann auch nach 19.30 Uhr noch der Antrag gestellt werden, die Versammlung zu unterbrechen. Also das Meinungsbild lautet, ob wir im Gegensatz zur bestehenden Regelung, dass um 19.30 Uhr die Versammlung endet, die restlichen Wahlen zum Landesvorstand heute noch durchführen sollen. Wenn ihr dafür seid, hebt bitte die grüne Karte und sonst die rote. Blau und rot. Die Farbenblindheit einiger Versammlungsleiter färbt anscheinend ab. Gut, vielen Dank. Das Meinungsbild fällt positiv aus. Das heißt, wir machen erst mal über 19.30 Uhr hinaus weiter und dann schauen wir mal. Dann übergebe ich für den nächsten Wahlgang wieder an die Wahlleitung. Vielen Dank für die Verlängerung des Arbeitstages. Dazu eine kleine Anmerkung. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, bis zum politischen Geschäftsführer heute zu wählen. Denn das ist der Vorstand, den wir auf jeden Fall brauchen. Die Beisitzer sind ja optional. Dann könnte man notfalls die Beisitzer dann morgen machen. Jetzt kommen wir zur Wahl des Schatzmeisters. Erfahrungsgemäß eine schnelle und effiziente Angelegenheit. Ich bitte mal dann den Kandidaten davon. Und ich eröffne hiermit offiziell die Kandidatenliste. Lothar, lass uns nicht hängen. Lothar. Möchtest du ein paar Kinder zum Küssen? Ja gut, pro forma. Ernennung, per Akklamation. Vielleicht können wir ja noch die Geschäftsordnung ändern. Na gut, wie gesagt, habt euch jetzt mal nicht so weitere Kandidaten zum Schatzmeister, bitte. Ich meine, wir können ja mal eine Kampfabstimmung gegen den Lothar versuchen. Ich meine, wäre ja möglich. Komm, das ist jetzt eine Gelegenheit für irgendeinen von euch Piraten, fünf Minuten auf dem Podium was zu sagen. Ohne Konsequenzen. Die Chance hat man sonst nur, wenn man Versammlungsleiter oder Wahlleiter wird. Also ich meine, na gut, wir wollen ja keine Spaßpartei sein, also mach ich mal wieder ernst. Ein Aufruf, weitere Kandidaten zum Schatzmeister. Letzter Aufruf vor der Schließung der Kandidatenliste. Drei. Zwo. Eins. Null. Die Kandidatenliste ist geschlossen. Aber ihr könnt sie ja wieder eröffnen. So, dann übergebe ich wieder an dich. Gut, der Kandidat hat jetzt fünf Minuten Zeit, sich vorzustellen. Bitte schön. Ja, ich danke euch schon mal für die Stimmung, die hier ist. Vor einem Jahr stand ich in Rüsselsheim, auch vor der Versammlung, und habe gesagt, ich werde das schaffen, ich weiß, was auf mich zukommt. Bei dem zweiten Punkt, das hat genau eine Woche gedauert, dann kam die Berlin-Wahl. Deshalb mache ich es heute ein bisschen anders, ich werde es schaffen, mich kann so schnell nichts mehr schocken. Ansonsten möchte ich nochmal so ein bisschen sagen, was in der nächsten Zeit im Schatzmeisteramt drauf zukommt. Wir haben ja die Umstellung der Buchhaltungssoftware, der Verwaltungssoftware. Der Landesverband ist inzwischen ziemlich gut drin gebucht. Das nächste sind die Kreisverbände. Das heißt, da wird es dann eine enge Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden geben müssen. Da möchte ich schon mal vorwarnen. Ich werde dann auch eine Ausschreibung machen für zwei Beauftragte, die die Buchhaltung der Kreisverbände in der Verwaltungssoftware übernehmen sollen. Weil das lässt sich nicht mehr dann von einem einzigen machen. Da hoffe ich dann auch auf entsprechende Hilfe von euch, wer sich dann dazu berufen fühlt, wer meint, dass er sich ein bisschen in Buchhaltung auskennt, mit Buchhaltungssoftware ein bisschen umgehen kann. Den Rest kann man dann schulen. Ich denke ansonsten, ihr kennt mich vom letzten Jahr her und wenn Fragen sind, beantworte ich die gerne. Gut, danke schön, Lothar. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Bitte stellt euch hier vorne am Mikrofon an. Danke. Hallo, Lothar. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du suchst zwei Beauftragte, die für alle Kreise gesammelt buchen oder zwei Beauftragte für jeden Kreis? Zwei Beauftragte, die gesammelt für die Kreise buchen. Das heißt, die werden dann nach Möglichkeit monatlich die entsprechenden Buchungslisten von den Kreisschatzmeistern erhalten, um dann einigermaßen Zeit in eine Verwaltungssoftware zu machen. Vom Aufwand her denke ich mal, dass zwei Leute das recht gut machen können. Auch so, dass wenn mal einer für ein paar Wochen im Urlaub ist oder ansonsten beschäftigt ist, dass der andere das übernehmen kann. Und dann denke ich, dass das hinhaut. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann übergebe ich wieder an den Wahlleiter für die Durchführung des Wahlgangs. Meine Güte, ich habe ja nicht mal Zeit, hier die Unterlagen auszufüllen. Das ist ja ohne Worte. Keine Fragen mehr an Lothar? Na gut. Das Verfahren ist jetzt leicht anders. Ja, ich weiß, es wird wieder einige verwirren. Wir haben ja diesmal nur einen Kandidaten. Das bedeutet, auf dem Wahlzettel sind für euch diesmal relevant die ersten beiden Felder, nämlich Ja und Nein. Wenn ihr also Option 1 Ja ankreuzt, dann seid ihr für den Kandidaten. Wenn ihr Option 2 Nein ankreuzt, seid ihr gegen den Kandidaten. Der Kandidat muss mehr Ja- als Nein-Stimmen erhalten. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Welcher Stimmzettel sind wir? Fünf, ne? Ja, gut. Okay, also Stimmzettel fünf. Nur die ersten beiden, Ja oder Nein, wie gesagt, sind wichtig. Ich bitte die Wahlhelfer an die Urnen. Bitte bleibt noch sitzen, die anderen, bitte. Es ist wirklich hilfreich. Die Wahl geht, wenn wir jetzt alle uns gut verhalten, geht die nämlich echt recht schnell, auch die Auszählung. Also kein Grund zur Panik. Nö, ist alles transparent hier. So, haben wir überall zwei Wahlhelfer. Ich sehe hier vorne, sieht es gut aus. Hinten bitte mal kurz die Hände heben. Ich glaube, da hinten fehlt noch einer, kann das sein? Oder habt ihr da? Ja, zwei, okay. So, dann bitte die Wahluhren zeigen, dass sie leer sind. Das ist diesmal sehr wichtig, wie wir gesehen haben. Ein bisschen schütteln und so, ne? Okay, Stimmzettel fünf, Ja oder Nein? Die Wahl ist eröffnet. Bitte keine Filmaufnahmen von direkter Stimmabgabe. Ansonsten sind Aufnahmen erlaubt. So, alle, die die Stimme noch abgeben möchten, möchten sich bitte zu den Wahllokalen begeben. Also hier vorne scheinen alle fertig zu sein. Da wird noch gewählt, anscheinend, okay. Ihr könnt auch noch zu der Nebenurne gehen, ihr müsst nicht alle da wählen. Okay, dann letzter Aufruf zum Wählen. Drei, zwei, eins, null. Wahlgang ist geschlossen, wir treffen uns wieder da hinten. In der Zwischenzeit kann vielleicht die Versammlungsleitung hier wieder übernehmen und dann könnte schon der Genseck vorgestellt werden. Gut, wir machen gleich weiter mit der Vorstellung der Kandidatin für das Amt des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin und für die Eröffnung der Redeliste übergebe ich an die Wahlleitung. So, für die Wahl vom Generalsekretär öffne ich jetzt die Kandidatenliste. Die Kandidaten, die sich bereits im Wiki gemeldet hatten, bitte schon mal nach vorne. Das ist Sascha Neugebauer, Nicole Staubus und Christoph Zerbe. Und dann frage ich die Versammlung, ob es noch weitere Kandidaten oder Vorschläge gibt. Christoph, weißt du, wo der Sascha ist? Gibt es Vorschläge oder Kandidaten aus der Versammlung für den Amt des Generalsekretärs? Dann bitte deutlich nach vorne kommen. Jan Läutert, bitte auf die Bühne. Jan Läutert, bitte. So, nach kurzen organisatorischen Problemen geht es jetzt mit der Kandidatenliste für den Generalsekretär weiter. Die Nicole und der Sascha bitte auf die Bühne. Der Christoph, wenn er gleich das geklärt hat, auch. So, wie ich es sehe, gibt es keine weiteren Kandidaten oder Vorschläge. So, da keine weiteren Meldungen kamen, schließe ich jetzt die Kandidatenliste mit den drei Kandidaten, die ihr hier seht, beziehungsweise auf der Leinwand seht. Und für die Kandidatenvorstellung übergebe ich an die Julia. Gut, das Verfahren ist wie gehabt. Jede Kandidatin, jeder Kandidat hat fünf Minuten Zeit, sich vorzustellen. Wir gehen in alphabetischer Reihenfolge vor. Also fängt Sascha Neugebauer an. Bitte. Hallo, ich heiße Sascha Neugebauer. Ich komme aus dem Taunuskreis. Ich bin dort Beisitzer im Kreisverband mit der Aufgabe der Mitgliederverwaltung. Also in anderen Kreisen würde man das Ganze auch Genseck mitnennen. Ich mache in der Mitgliederverwaltung auf Landesebene seit meiner Beauftragung im April mit. Habe euch in letzter Zeit ein wenig zugespampt mit Umfragen, Petitionen oder ähnlichen. Ich möchte gerne, dass die Mitgliederverwaltung wirklich sauber arbeitet. Wir haben nächstes Jahr ein hartes Jahr vor uns. Wir haben Aufstellungsversammlungen, für die die Akzeptierung wirklich sauber laufen müssen. Ansonsten haben wir Verhältnisse, wie es ganz in Niedersachsen war. Wir haben gleichzeitig die Umstellung auf Sage CRM, sprich den Verwaltungsteil unserer tollen neuen Buchhaltungssoftware. Es wird einiges eine harte Arbeit werden. Ich hoffe, dass wir das Ganze sauber über die Bühne bekommen. Und dafür möchte ich eigentlich gerne gerade stehen. Hallo, ich bin die Nicole Staubus. Ich bin hier aus Waldeck-Frankenberg. Sascha hat schon so viel erzählt, das ist unfair. Ich habe zwei Jahre lang den Gänseegg bei uns im Kreis gemacht, bin zur Zeit noch Schatzmeister. Aber wir werden demnächst sowieso neu wählen müssen, da ja einer von uns schon im Landesvorstand ist. Und ich finde die Arbeit, die die beiden schon mal gemacht haben, super. Und würde gerne die Arbeit weiter ausbauen und möchte gerne, wie das im Moment bei den Schatzmeistern ist, bei den Gangsex auch machen, dass die mehr zusammenarbeiten von den Kreisen und vom Land. Wir haben ja nicht nur eine Aufstellungsversammlung im Land, sondern eventuell wollen ja unsere Kreise auch Direktkandidaten wählen. Das heißt, wir haben pro Kreis zwei bis vier Aufstellungsversammlungen, die wir auch noch vernünftig über die Bühne kriegen müssen. Und da möchte ich gerne als Ansprechpartner im Land für zuständig sein und unterstützen. Dankeschön und Christoph. Ja, hallo, mein Name ist Christoph Zerber. Ich bin 44 Jahre alt, jetzt seit 2009 bei den Piraten. Und seit der Gründung des KV Wiesbaden 2010 eigentlich dauerhaft in irgendeinem Vorstandsamt. Erst war ich Beisitzer, dann stellvertretender Vorsitzender. Aktuell bin ich Gänseegg. Ich habe dann noch diverse andere Jobs wie Mitgliederverwaltung. Das haben wir eben schon gehört. Und meine Kandidatur zum Gänseegg hat, glaube ich, vor allem zwei große Schwerpunkte. Und das ist einmal die Einführung vom Sage-CAM, diesem neuen Mitgliedsverwaltungssystem vom Bund, wo noch einige Bretter zu bohren sind. Des Weiteren finde ich es sehr wichtig, dass man sich mal auf die Agenda nimmt, die offenen Lücken in Hessen noch zu schließen. Also die KVs, die noch nicht gegründet sind, die Leute ein bisschen anzuschieben, dass dann ganz Hessen auch mal Piraten-KVs hat. Und was ich sehr angenehm empfand, ich habe die Jute letztes Jahr vertreten beim Bundesverwaltungstreffen. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dass man in Hessen auch einmal versucht, ein Hessen-Verwaltungstreffen auf die Reihe zu bekommen, wo sich die Gänseegg und die Schatzmeister, die, sage ich mal, die Hauptarbeit teilen, mal zusammensetzen und mal versuchen, Lösungen zu entwickeln, wo etwas hakt oder einfach effizienter zusammenzuarbeiten. Das wäre mir ein innigster Wunsch. Danke. Bevor wir zur Fragerunde kommen, übergebe ich kurz an die Wahlleitung zur Verkündung des Ergebnisses der Schatzmeisterwahl. So, den kirmischen Akzent muss ich gleich erklären, das ergibt sich aus dem Wahlergebnis. Also, wir haben 132 abgegebene Stimmen, davon 130 gültige, auf Lothar Kraus den vielen 124, das sind 95,38 Prozent. Und deswegen jetzt die Frage an Lothar, nimmst du diese Wahl an? Ich danke euch vielmals für das wirklich gute Ergebnis. Das zeigt mir, dass ich nicht nur ein Notkandidat bin, der halt als einziger kandidiert. Und ich nehme die Wahl an und bedanke mich nochmal bei euch. Herzlichen Glückwunsch. So, noch eine Sache, es muss noch eine Sache zu Protokoll gegeben werden. Bei der Wahl davor, das war Stimmzettel 4, ist einer der Stimmzettel, das ist in einer der Wahlurnen, hat sich festgehakt, ist erst bei der letzten Wahl rausgerutscht. Ich habe den Stimmzettel überprüft. Er hat keine Auswirkungen auf das Wahlergebnis der stellvertretenden Vorsitzendenwahl. Ich möchte das nur zu Protokoll geben, dass es da einen winzigen Vorfall gab. Das ist eigentlich noch alles. Und ansonsten kommen wir zur Befragung. Gut, wir kommen zur Fragerunde. Wenn ihr Fragen an die Kandidatin oder die Kandidaten habt, bitte stellt euch hier vorne an. Und Judith hat das Wort. So, ich habe eine Frage an alle drei Kandidaten. Werdet ihr die Struktur, so wie sie jetzt ist, mit Beauftragung für die tatsächliche Verwaltung der Mitgliederdaten so beibehalten? Und falls nein, falls ihr das selber machen wollt, wie sorgt ihr für Ausfallsicherheit? Ich werde das System der Beauftragung auf jeden Fall fortführen. Ich werde gleichzeitig aber auch selbst in der Mitgliederverwaltung tätig sein. Wenn ich Genseck bin, muss ich dafür gerade stehen, was insgesamt passiert. Das heißt, ich muss auch wissen, welche Arbeit fällt an, wo klemmt es, wo hakt es, was kann man jedenfalls besser machen. Gleichzeitig sehe ich das System der Beauftragten sehr sinnvoll an. Es liefert uns Resonanz. Wer weiß, was im nächsten Jahr passiert. Es kann jedenfalls irgendein dummer Unfall passieren, eine schwere Krankheit. Das weiß man heute noch nicht. Aber wir sollten nicht im Wahlkampf dann anfangen, plötzlich den Vorstand nachwählen zu müssen. Deswegen irgendwo eine gewisse Konstanz brauchen wir, vor allem in der Verwaltung. Die wird uns in dem Fall jetzt auf die Füße fallen und das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Also ich sehe das genauso wie der Sascha. Beauftragungen sind wichtig, das ist auch viel Arbeit. Und wenn das einer alleine machen würde und es geht irgendwas schief, dann ist es ganz schlecht. Weil an der Mitgliederverwaltung hängt auch die Parteienfinanzierung. Ich war jetzt natürlich selbst fast ein Jahr lang ein Beauftragter und finde das dementsprechend gut, weil ich das Feedback von der Juden halt auch bekommen habe, dass sie den Rücken frei gehalten bekommt. Und das ist sehr sinnvoll. Und wenn ich gewählt werde, habe ich auch vor, ein bisschen mehr die Vernetzung der KVs untereinander voranzutreiben. Und das heißt, da würde auch ein bisschen die Zeit fehlen, mich dauerhaft wirklich um den gesamten Mitgliederbestand zu kümmern. Und ohne Beauftragung würde es da eh nicht gehen. Also die Beauftragung finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte und das muss weitergeführt werden. Definitiv. Ja, ich stelle auch an euch nochmal die Frage hinsichtlich der Kandidatur für eine Landtags- oder Bundestagswahl. Irgendwie habe ich jetzt mit der Frage gerechnet. Ich weiß, wo meine Stärken sind. Sie sind nicht im parlamentarischen Betrieb. Das weiß ich. Ich bin eher der Verwaltungstyp, der pragmatische. Ich glaube, ich hätte mehr mit Ordnungsgeldern zu kämpfen als sonst wo. Deswegen werde ich tunlichst nicht für einen Landtags-, Bundestags- oder Galakti-irgendwas kandidieren. Nee, das kommt bei mir nicht in Frage. Absolut nicht. Ich werde weder aktiv für den Bundestag noch für den Landtag kandidieren, noch Europawahl. Wenn es darum geht, eine Wahlliste zu füllen, einfach, dass wir keine Stimmen verlieren wegen Panaschieren, Kumulieren und Ähnlichen, steht dafür zur Verfügung. Allerdings, das sind derartige Kinder- und Listenplätze. Das interessiert, denke ich mal, keinen, außer gegebenenfalls die Statistiken in ein paar Jahren. Platz 70 oder Ähnliche? Ich glaube, so ein gutes Ergebnis werden wir leider nicht einfahrten. Also ich habe auf meiner Wiki-Seite schon geschrieben, ich werde weder für Land noch für Bund noch für Europawahl kandidieren. Lediglich auf kommunaler Ebene würde ich wieder kandidieren, aber das hat mit dem Land nichts zu tun und ist noch weithin. Frage an Christoph und Sascha. Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr jetzt eine Beauftragung gehabt. Sehe ich das richtig, dass ihr euch eigentlich die Arbeit geteilt habt, die tatsächlich zu tun ist als Beauftragter? Und ein zweiter Teil der Frage. Oh, Entschuldigung. Wenn einer von euch beiden gewählt wird, würde der andere dann als Beauftragter weiter mitarbeiten? Danke. Also ich fange jetzt einfach mal damit an. Ich habe die Beauftragung damals angenommen und habe sie sehr gerne gemacht, bis mir so die ein oder andere Wahliniequere kam und ich so 30, 40 Anträge am Tag hatte. Und dann haben wir einen Aufruf gestartet und Sascha hat sich dann bereit erklärt, uns dann noch zu helfen, weil das war einfach nicht mehr zu stimmen. Mit dem Umstand, dass er dann quasi alles gemacht hat, weil mir blieb dann keine Arbeit mehr, er war einfach zu schnell. Und ja, es ist so. Und das Problem an der Sache ist, ich habe in den letzten Jahren gemerkt, ich habe sehr, sehr viel gemacht, bis zu sechs Piratenjobs. Ich muss mich langsam entscheiden. Also entweder ich mache den Hessen-Genseck oder ich mache Wiesbaden, weil wir haben nächstes Jahr eine OB-Wahl. Ich werde mich nicht zerteilen. Also wenn ich Generalsekretär werden würde, dann würde ich mich sehr freuen, wenn der Sascha mit mir zusammenarbeitet und das weiterhin macht, weil er hat die Erfahrung. Andersrum würde es ein bisschen schlecht für mich, weil ich müsste mich dann halt entscheiden. Und das wäre dann halt der KV Wiesbaden, weil da komme ich her und im OB-Wahlkampf haben wir noch echt was vor. Ich kann über Krutzhoff nichts Schlechtes sagen. Ich würde auch unter dem Genseck-Zerbe, was ich weiter die Beauftragung mit fortführen, ich möchte, was ich eine saubere Verwaltung für den Landesverband. Ich kann anbieten, dass ich das Ganze als Genseck übernehme. Ihr müsst es nicht mit annehmen, es ist eure freie Wahl. Ich würde, was ich auf jeden Fall schauen, dass das Ganze mit sauber bleibt. Immerhin haben wir sowas wie Verteilungsentwicklung zu verlieren. Wir müssen zu Wahlen antreten und Ähnliches. Und das ist einiges wichtiger als persönliche Posten, Gier oder Ähnliches. Ich würde mich natürlich auch anbieten, unter den beiden zu arbeiten, sofern sie mich denn wollen. Eine Frage an alle drei. Ich war jetzt gerade bei Christophs Vorstellung etwas irritiert darüber, dass es so einen Impetus gibt, die im Moment noch gliederungslosen Kreise Richtung KV zu kriegen. Ich verstehe das Interesse, was vom LV dahinter steht, aber es birgt natürlich auch bestimmte Risiken, dass man da möglicherweise durch zu schnelle Prozesse irgendwas nachhaltig, nicht wirklich Sinnbringendes installiert. Deswegen geht meine Frage zunächst an dich, ob du das noch irgendwie relativieren möchtest oder so und auch aber an die anderen beiden, wie die zu dem Problem stehen. Also meine Devise ist nicht Politik um jeden Preis oder KV um jeden Preis. Also das kann es nicht sein, wenn ich jetzt irgendwie ein KV nicht zustande bekomme, dann ist das halt so. Wenn in strukturschwachen Gebieten sich einfach keine Piraten finden, die das machen wollen, ja so what, da macht es halt der Landesverband weiter. Also jetzt die Mitgliederverwaltung etc. Es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn wir flächendeckend in Hessen überall engagierte Piraten haben, die den Job übernehmen. Das ist sehr gut und das ist wünschenswert und deswegen würde ich mich dafür einsetzen, aber definitiv nicht um jeden Preis. Weil Politik, so wie ich sie verstehe, hat nichts damit zu tun, Ämter zu füllen, sondern etwas Politik mit Leben ausfüllen. Wenn man das Leben nicht hat, dann ist es halt so. Ich bitte die Versammlung um etwas Ruhe und Unterhaltung wie immer draußen zu führen. Danke. Also man kann den KVs anbieten, sich gründen oder beziehungsweise den Stammtischen den KV zu gründen anzubieten, weil wir haben es bei uns gemerkt, dass es eine super Sache ist. Aber wenn die Piraten der Region, die keinen KV haben, nicht gründen wollen, dann sollen sie das nicht tun. Das kann jeder machen, wie er meint. Ein Kreisverband ist kein Einheitmittel gegen alles. Ich weiß, in manchen ländlichen Gebieten wird man ohne ordentliche Gliederung vor Ort nicht ernst genommen. Wenn wir wirklich langfristig denken, stehen auch irgendwann wieder Kommunalwahlen mit an. Spätestens dann werden wir örtliche Gliederung mit brauchen. Nur bis dahin ist noch ein wenig Zeit. Wir können wirklich langsam wachsen. Wir müssen nichts überstürzen. Wichtiger ist es, dass wir die Mitglieder vor Ort mobilisieren. Das heißt, nicht nur eine reine Verwaltung, nicht nur einfach Mitglieder als Nummern sehen, sondern sie wirklich betreuen und wirklich die Menschen dahinter sehen und versuchen zu motivieren, mitzumachen. Wenn das Ganze, was sich in dem Fall der KV mündet, sehr gerne. Es muss allerdings nicht sein. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließen wir die Befragung an dieser Stelle. Also wir haben zwei sonstige Anträge, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Alle drei Kandidatinnen bzw. Kandidaten haben noch einen anderen Vorstandsposten inne. Nicole hat schon gesagt, dass sie ihr Vorstandsamt niederlegen wird, weil dort sowieso neu gewählt werden muss. Für die anderen beiden stellt sich jetzt allerdings die Frage der Ämterkumulation. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind beide bereit, für den Fall, dass sie gewählt werden, also sowohl Sascha als auch Christoph, ihr anderes Vorstandsamt niederzulegen. Sie würden das allerdings ungern vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses tun. Da, wie wir festgestellt haben, die Wahl bereits gültig ist, in dem Moment, wo der Wahlleiter die Wahl verkündet, haben wir jetzt folgenden Vorschlag. Wir stellen für beide einen Antrag auf temporäre Ämterkumulation bis maximal eine Stunde nach der Wahl des Landesvorstandes. Das heißt, wenn ihr diesen sonstigen Anträgen zustimmt, erlaubt ihr den beiden, für den Fall, dass sie gewählt werden, erst nach der Wahl von ihrem anderen Amt zurückzutreten. Allerdings haben sie beide angekündigt, dass sie das dann auch tun werden. Ist das soweit verständlich? Okay, also es soll nochmal wiederholt werden. Okay, also Christoph Zerbe und Sascha Neugebauer haben beide ein Amt in einem Vorstand. Sie würden für den Fall, dass sie gewählt werden, dieses Amt niederlegen. Allerdings ist es rechtlich so, dass eine Ämterkumulation schon ab dem Zeitpunkt besteht, wo der Wahlleiter das Ergebnis bekannt gibt. Aus diesem Grund bitten sie euch, einem sonstigen Antrag zuzustimmen, dass eine Ämterkumulation bis eine Stunde nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses erlaubt wird. Sie würden aber für den Fall, dass sie gewählt werden, alle von ihrem Amt zurücktreten. Es ist also eigentlich eine formale Sache. Ist das soweit verständlich? Ja, also vielleicht, Christoph möchte nochmal kurz was sagen, wenn du es für nötig hältst. Ne, ich halte es nicht für nötig, aber ich finde es halt ganz wichtig, dass ich meine Jungs in Wiesbaden jetzt nicht einfach so sitzen lasse. Also werde da nicht gewählt und dann habe ich halt kein Genseck-Amt, dann muss ich die ganzen PGP-Keys und diesen ganzen Verwaltungsfuhr dann irgendwie abwickeln. Wir haben in einem halben Jahr erst wieder KPT, es wäre denen einfach unfair gegenüber. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sie dem Antrag zustimmt, weil zurücktreten werde ich von meinem Amt als Generalsekretär in Wiesbaden, falls ihr mich wählt. Das wissen die Leute auch, aber dann wäre es wenigstens ein geordneter Rückzug. Gut, ich verlese also den Antrags, der sonstige Antrag 21, temporäre Ämterkumulation Christoph Zerbe. Der Landesparteitag möge gemäß § 4.1 der Landessatzung beschließen, dass Christoph Zerbe für den Fall seiner Wahl in den Landesvorstand sein Amt als Generalsekretär des Kreisverbandes Wiesbaden für bis zu eine Stunde nach der Wahl in den Landesvorstand vorführen kann. Gibt es dazu Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Der Antrag ist angenommen. Das gleiche nochmal. Sonstiger Antrag 22, gleicher Text, allerdings geht es jetzt um Sascha Neugebauer und sein Amt als Beisitzer im Kreisverband Hochtaunuskreis. Ums Handzeichen bitte. Der Antrag ist ebenfalls angenommen. Gut, da wir diese Formalia jetzt geklärt haben, übergebe ich an die Wahlleitung zur Durchführung der Wahl. So, wieder bitte ich darum, dass ihr alle sitzen bleibt, bis die Wahl dann endgültig eröffnet ist. Die Kandidaten, die hier vorne stehen, stehen auch an und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Zahlen 1, 2, 3, wie sie da stehen, auch die Zahlen sind, wie sie auf dem Stimmzettel sind. Das heißt, wenn ihr für Sascha seid, macht ihr ein Kreuz bei der 1, wenn ihr für Nicole seid, bei der 2 und wenn ihr für Christoph Zerbe seid, bei der 3. Und es ist auch wieder Wahl durch Zustimmung. Das heißt, ihr könnt jedem Kandidaten auch eine Stimme geben oder auch keinen Kandidaten. Für diese Wahl benutzen wir den Stimmzettel 6. Und ich bitte jetzt an meine Wahlhelfer an die Wahlurnen. Die Wahlhelfer bitte an die Urnen. Und alle Piraten bitte so lange sitzen bleiben, damit ich dann sehen kann, dass auch die Wahlhelfer an den Urnen sind und dass an jeder Urne auch zwei Wahlhelfer sind. Die Wahlhelfer können die Urnen schon mal aufmachen, damit das zeigen, dass die Urne leer ist, dann schneller geht. Ich habe noch... So, ich bitte nochmal ganz kurz um Handzeichen von den Wahlhelfern. Vielen Dank. Und ich eröffne jetzt hiermit den Wahlgang. Bitte schön. Ich stelle fest, dass keine weiteren Stimmabgaben erfolgen. Und ich schließe hiermit den Wahlgang und übergebe wieder an die Versammlungsleitung. Gut, wir haben jetzt zwei Grußworte vom Vorsitzenden der Jungen Piraten und vom stellvertretenden Vorsitzenden der Piratenpartei. Als erstes kommt der Brandleb. Das ist der Vorsitzende der Jungen Piraten. Bitte schön. Hallo Hessen. Habt ihr einen kleinen Augenblick für die jungen Piraten? Dann könnt ihr bitte zuhören, danke. Ich bin etwas müde, weil ich habe letzte Nacht nicht geschlafen, also nehmt bitte Rücksicht drauf, danke. Ein paar von euch kennen mich vermutlich schon, ein paar anderen bin ich gänzlich unbekannt und ich wurde auch heute schon öfters gefragt. Ich bin der Vorsitzende der Jungen Piraten, der Jugendorganisation der Piratenpartei. Ich höre oft den Namen Florian zum Kellerquast, beziehungsweise Brandleb. Und ich werde immer wieder gefragt, auch hier schon, warum hat die Piratenpartei überhaupt eine Jugendorganisation? Die Piratenpartei ist doch eine total junge Partei, das braucht sie doch überhaupt nicht. Kann man natürlich sagen, stimmt. Aber die jungen Piraten haben den Vorteil, sie sind rechtlich gesehen eine andere Organisation. Die jungen Piraten sind ein Verein und keine Partei und können dadurch andere Sachen machen, die der Piratenpartei nicht so einfach möglich sind. Wir können zum Beispiel an Schulen gehen, an Universitäten oder an vielen weiteren Orten, wo eine Partei nicht zugelassen ist und dort die Piratenpartei und die Piratenidee vertreten und verbreiten. Zudem ist es auch immer wichtiger, die Jugend und junge Menschen in der Partei zu vertreten. Das Durchschnittsalter der Partei ist in den letzten zwölf Monaten um 65 Monate gestiegen. Ziemlich hohe Zahl, oder? Es wird daher immer wichtiger, auch den jungen Menschen, auch denen, die vom Alter her noch gar kein Mitglied in der Partei sein dürfen, eine Stimme zu verleihen, damit wir auch diese mit unserer Politik berücksichtigen können. Bundesweit haben wir inzwischen etwa 1000 Mitglieder, in Hessen sind es etwas über 100. Und zwar 86 ordentliche Mitglieder und 26 Fördermitglieder. Für unsere Aktionen, für unsere Aktivitäten brauchen wir aktive und engagierte Menschen. Wir brauchen Förderer, wir brauchen letztendlich euch alle. Und ich würde euch mal kurz bitten, für ein kleines Experiment alle aufzustehen. Ja, bitte aufstehen. Ja, du auch, Jan. So, diejenigen von euch, die jünger wie 28 Jahre sind und kein Mitglied der jungen Piraten, dürfen wir kurz die Hand heben. Ihr habt euch gerade freiwillig gemeldet, einen Mitgliedsantrag auszufüllen bei den jungen Piraten. Glückwunsch. Ihr findet den online unter anmelden.jungepiraten.de. Die paar, die jetzt gerade die Hand gehoben hatten, dürfen sich setzen. Der Rest, bitte, bleibt noch stehen. So, diejenigen, die über 28 Jahre alt sind und noch kein Fördermitglied der jungen Piraten sind, dürfen jetzt mal kurz die Hand heben. Das sind auch ein paar, oder? Ihr habt denselben Auftrag, ihr dürft Fördermitglied bei den jungen Piraten werden. Die, die jetzt gerade die Hand gehoben hatten, dürfen sich setzen. Und der Rest, der gerade noch steht, ist schon Mitglied oder Fördermitglied der jungen Piraten. Für die bitte einen Applaus, die machen unsere Aktionen, unsere Aktivitäten möglich. Zu eurem Parteitag. Ihr habt noch einen Vorstand fertig zu wählen, dem ein Ja schweres. Jahr bevor steht. Eine Bundestagswahl steht bevor. Anfang des nächsten Jahres habt ihr, glaube ich, Landtagswahl. Ende 2013. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, habt ihr den Termin nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall viel Arbeit, viel Koordinationsarbeit, viel politische Arbeit. Und gleichzeitig stehen in dem Jahr der Piratenpartei noch weitere Herausforderungen bevor. Im Januar ist die Landtagswahl von euren Nachbarn im Norden, Niedersachsen. Die tatkräftige Unterstützung gebrauchen können für ihren Wahlkampf. Wenn ihr da Hilfe entbehren könnt, die Niedersachsen werden es euch danken. Ihr habt auch noch jede Menge programmatische Arbeit vor euch. Ein Landtagswahlprogramm. Ich habe auch gesehen, ihr habt jede Menge Anträge. Damit auch die Piraten in Hessen die Politik weiter aufmischen können. Die Herausforderung dabei heißt, Politik neu denken. Ich würde sagen, Challenge accepted und danke für die Redezeit. Vielen Dank Florian. Jetzt haben wir noch ein Grußwort vom stellvertretenden Vorsitzenden der Piratenpartei, dem Alios. Ja, moin. Das ist ziemlich toll. Da braucht man als Bufo gar nicht als Schatzmeister kandidieren und kann trotzdem einfach fünf Minuten was sagen. Und das will ich machen. Also zum ersten Mal soll ich euch tatsächlich, deswegen stehe ich hauptsächlich hier, von meinen Bufo-Kollegen grüßen. Und vielleicht noch kurz ein, zwei Minuten nutzen, um auch noch was zu sagen, ein paar Gedanken. Also wir haben ja in letzter Zeit viel in der Partei über Neumitglieder und Altmitglieder. Und das Wort Piratisch versuchen wir irgendwie seit fünf, sechs Jahren zu definieren. Und vielleicht so ein Gedankenanschluss von mir, was ich mir so ein bisschen darunter vorstelle. Ich glaube, was die Piraten, und das drückt sich auch in unseren Positionen aus, dass wir Partizipation und Transparenz fordern, erkannt haben, dass viele Probleme sich nicht mehr adäquat lösen lassen, wenn man nur ganz wenige damit betraut, irgendwie nach guten Lösungen zu suchen. Und das sehen wir, glaube ich, gerade an den hochkomplexen Fragen, das sehen wir an der Klimaproblematik, das sehen wir an den Finanzmärkten, da versuchen wenige, ganz komplizierte und komplexe Systeme zu verstehen und dafür adäquate Lösungen zu finden. Und das klappt einfach nicht. Und das, was wir, glaube ich, machen, ist, dass wir versuchen, möglichst viele bei der Ideengenerierung zu beteiligen und möglichst viele daran zu beteiligen, wenn wir diese Ideen abstimmen und bewerten. Weil dann müssen sich nämlich die Ideen gegen ganz viele Meinungen durchsetzen und dann kommt man am Ende vielleicht auch zu sehr guten Lösungen. Und ich glaube, das ist so ein Hauptmerkmal, was wir auch immer wieder, ich versuche es zumindest, in den Vordergrund stellen sollen. Also ja, wir haben auch tolle, konkrete, programmatische Inhalte. Ich bin aber überzeugt davon, die sind unter anderem so toll, weil wir sie sozusagen durch unsere Ideengenerierungsmaschinen gejagt haben, die wir auch permanent weiterentwickeln. Das sind sozusagen die Test-Outputs, die wir mit diesem Lösungssystem generiert haben. Und wir sollten jetzt versuchen, da bieten sich ja mehrere Möglichkeiten auch wieder im nächsten Jahr, diese Systeme ein Stückchen weit hoch zu skalieren und vielleicht auch in die Politik einfließen zu lassen. Und das ist, glaube ich, eine unserer ganz großen Stärken. Da wollte ich einmal kurz darauf hinweisen, wenn ich hier schon die Gelegenheit habe. Ich wünsche euch noch einen super Parteitag. Wählt weiter. Unsere Wahlverfahren gehören auch dazu, dass wir mit Approval-Voting und ähnlichen Verfahren ganz viele mit einbeziehen wollen und eine qualifizierte, differenzierte Meinungsbildung betreiben wollen. Viel Spaß noch. Tschüss. Applaus Ich sehe noch niemanden von der Wahlleitung mit einem Ergebnis auf mich zustürmen, also unterbreche ich die Sitzung für fünf Minuten. Ah, cool, es funktioniert. Musik aus, bitte. Danke, nicht lauter drehen. Hallo, ich möchte gerade die Chance nochmal nutzen, ein bisschen Werbung zu machen. Mein Name ist Christoph Ampel, ich bin Teil von der Hessen Campus Orga. Das Wort ist heute schon einige Male gefallen. Ich wollte dir das ganze Projekt nochmal vorstellen. Der Hessen Campus soll der Weiterentwicklung unseres LVs hier dienen. Bisher ist das schon dreimal passiert. Der vierte steht kurz vor der Tür, wird wieder in Dreieich stattfinden am 3. und 4. November, also in circa vier Wochen. Wir haben bisher schon elf Themen eingereicht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn noch mehr Themen eingereicht werden. Das Ganze könnt ihr tun bei uns im Piraten-Pad. Die Einladung wird Lothar nächste Woche hoffentlich verschicken. Sie ging diese Woche auch schon über die Mailing-Liste. Also von daher, wir würden uns freuen, da noch mehr Themen zu sehen und vor allem auch die Zuschauer dann vor Ort zu sehen. Wie gesagt, dritte, vierte der Hessen Campus in Dreieich. Dankeschön. Gut, wir haben ein Ergebnis. Dann eröffne ich die Versammlung wieder. Ich bitte alle, wieder Platz zu nehmen und reinzukommen. Eine Minute dauert es noch, aber ihr könnt euch ja schon mal wieder bequem machen. Die Musik, die Musik bitte ausmachen. So, ich bitte die Kandidaten für den Generalsekretär, die sich schon bereitgestellt haben auf die Bühne, zur Verkündung des Ergebnisses. In der Zwischenzeit haben wir einen Gewinner, die Nummer 189-005. 189-005. Du hast gewonnen und zwar kannst du deinen Stimmblock bei uns abholen. So, wir haben ein Ergebnis. Auf Sascha Neugebauer. Was? Wie, was? Abgegebene Stimmen 137. Gültige Stimmen waren 134. Auf Sascha Neugebauer entfielen 67 Stimmen. Das sind genau 50 Prozent. Auf Nicole Staubus entfielen 71 Stimmen. Das sind 52,99 Prozent. Und auf Christoph Zerbe entfielen 75 Stimmen. Das sind 55,97 Prozent. Christoph, nimmst du die Wahl an? Ja, ich will. Willst du auch gleich zurücktreten? Ja, entschuldige, ich vergaß jetzt gerade vor lauter, lauter. Hierin betrete ich ganz offiziell von meinem Posten als Generalsekretär der Piratenpartei Wiesbaden zurück. So, und wir machen direkt weiter mit der Wahl des politischen Geschäftsführers. Ich bitte die Kandidaten schon mal vor auf die Bühne. So, gibt es außer den beiden Kandidaten aus dem Wiki noch weitere Vorschläge oder Kandidaturen für den politischen Geschäftsführer? Dann bitte nach vorne kommen. Anscheinend ist das nicht der Fall. Ich schließe gleich die Kandidatenliste für den politischen Geschäftsführer. Ich schließe jetzt die Kandidatenliste für den politischen Geschäftsführer und gebe für die Vorstellung von den beiden Kandidaten die Versammlungsweitung über. Ja, ihr kennt das schon, die Kandidaten haben fünf Minuten Zeit, sich vorzustellen und wir fangen alphabetisch an mit Sascha, bitteschön. Ja, hallo, mein Name ist Sascha Brandhoff, ich bin aus dem KV Waldeck-Frankenberg, bin da derzeit erster Vorsitzender, bin auch noch kommunaler Mandatsträger im Kreistag Waldeck-Frankenberg und ich kandidiere für das Amt des politischen Geschäftsführers. Intention dahinter ist die Vernetzung für mich der kommunalen Mandatsträger, weil ich momentan hautnah erlebe, wie das ist, was da im kommunalen Parlamenten allein schon auf einen zukommt, wie schwer dort die Arbeit ist für einzelne Abgeordnete, wie gut es natürlich Fraktionen in letzter Instanz auch haben von SPD-Grünen, dass wir uns dort besser vernetzen. Andere Intentionen, die ich dort habe, sind, dass wir die AGs vernetzen, dass wir die inhaltliche Arbeit gewähren und dass wir dort Freiräume schaffen, kreative Freiräume, in denen die Leute arbeiten können und wir ihnen als Vorstand ihre Arbeitsmaterialien stellen und eben, wie gesagt, dort kreative Räume schaffen. Weitere Intentionen in dem Bereich sind natürlich, dass wir unsere Diskussionen auf Mailinglisten und in anderen Tools letztlich bündeln und zu Ergebnissen führen, dass wir besser vorankommen und unsere Ziele, die ja eigentlich für uns alle klar sind, wie gesagt, vorantreiben wieder, dass wir uns wieder als Einheit sehen, dass wir das, was wir gesellschaftlich verändern wollen, auch wirklich zusammen machen können. Und ja, ich habe ja eben schon von der Versammlung mitbekommen, dass es nicht gewünscht ist, dass ein Vorstand ein Mandat annimmt oder dafür kandidiert. Ich würde in diesem Fall auch direkt schon sagen, dass ich für kein Mandat kandidiere. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, war mir dessen aber auch noch nicht bewusst, weil es halt wirklich eine Umstellung des kompletten Lebens ist und würde aus diesem Grund auch direkt sagen, nein, ich tue das nicht, weil ich es für wichtig halte, dass wir unsere Kraft jetzt bündeln, um dann für die Landtagswahlen ordentlich aufgestellt zu sein. Es gibt genug Leute, die das super können. Wir haben viele Piraten, die für diese Mandate super geeignet sind und letztlich ist es doch so, wenn wir viele Mandatsträger haben, die gute Arbeit leisten, ist mir auch geholfen, weil wir unsere gesellschaftlichen Ziele umsetzen. Damit ist uns doch allen geholfen. Danke. Dann stellt sich André jetzt vor. Ja, hallo. André Hoffmann ist mein Name. Ich werde definitiv für die Landesliste kandidieren, da es bei den Meinungsbildern vorhin deutlich wurde, dass es nicht gewünscht ist, dass Personen, die für Mandate kandidieren, auch für Ämter kandidieren und ich deswegen nicht glaube, dass ich einen Rückhalt von der Basis bekommen würde, den ich bräuchte, um mein Amt so auszufüllen, wie ich es gerne hätte, ziehe ich hiermit meine Kandidatur zurück. Danke. Gut, das heißt, wir haben aktuell nur einen Kandidaten, mit Sascha Brandhoff, die, ähm, es gibt einen GO-Antrag. Es gibt einen GO-Antrag auf Wiedereröffnung der Kandidatenliste. Ich würde sagen, wir stimmen darüber schnell ab. Wenn ihr dafür seid, hebt bitte die blaue Karte, ansonsten die rote Karte. Damit ist die Kandidatenliste wieder eröffnet und ich gebe wieder an die Wahlleitung. So, dann bitte ich weitere, um weitere Vorschläge oder um weitere Kandidaten. Vorschläge bitte hier vorne am Mikrofon. Der Sebastian Greiner wird vorgeschlagen. Sepp. Sepp lädt ab. Gibt es weitere Vorschläge? Oder gar Kandidaten, die sich freiwillig vorstellen? Okay, dann bitte ich jetzt zum letzten Mal nach weiteren Vorschlägen. Dann schließe ich. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Also schließe ich wieder die Kandidatenliste und es bleibt beim Sascha und übergebe jetzt für die Fragerunde wieder an die Julia. Ja, ihr habt es gehört. Sascha ist der Kandidat. Ihr könnt jetzt euch vorne ans Mikro begeben und Fragen stellen an Sascha. Gibt es Fragen? Dann bewegt euch bitte gut sichtbar auf das Mikro zu. Ja, Sascha, du hast gerade in deiner Vorstellung gesagt, du möchtest viel für die Verknüpfung der Kommunalpolitiker machen. Das ist ja irgendwie die letzten zwei Jahre nicht passiert. Jetzt auf einmal pressiert die ganze Geschichte. Was ich dich fragen möchte, du kandidierst als politischer Geschäftsführer des Landesverbandes. Wie möchtest du den Landesverband politisch voranbringen? Letztlich habe ich das eben schon ausgeführt. Also erstmal ganz kurz zur Korrektur. Wir sind jetzt 1,5 Jahre in den kommunalen Parlamenten und letztlich, da zum Beispiel auch ich in einem kommunalen Mandat bin, musste ich mich erstmal darin einfinden. Ich meine, letztlich habe ich ja auch festgestellt, welche Probleme wir haben. Wie will ich den Landesverband inhaltlich voranbringen? Letztlich ist es nicht mein Job, den Landesverband inhaltlich voranzubringen, sondern mein Job ist es, kreative Räume zu schaffen, in denen unsere Mitglieder die politische Arbeit leisten können und ihre Ideen und Inhalte nach vorne bringen können. Das ist mein Job, das zu schaffen und diese Inhalte natürlich den Menschen draußen, die uns wählen wollen, zu vermitteln, beziehungsweise diese Ideen nach draußen zu tragen. Dabei bin ich nicht der Typ, der vor die Presse will. Das geht definitiv nicht für mich. Weil letztlich sollen auch die Leute, die ihre Inhalte erarbeiten, sie auch präsentieren. Ich definiere das bitte genauer, wie wir das machen. Räume schaffen oder was? Wie man Räume schafft, wir müssen Leute dazu animieren, dass sie eben mitmachen. Und das Animieren kann darüber nur funktionieren. Das fängt schon dabei an, dass Leute, wie soll ich es auch sagen, wenn sie in den Landesverband kommen, beziehungsweise Neumitglieder sind, dann sollten wir, glaube ich, zumindest ein Stück weit davon abkommen, sie erst mal mit Tools vollzuballern, sondern mit ihnen darüber reden, wie oder weshalb sie überhaupt in unsere Partei gekommen sind. Und dabei stellen wir ja schon fest, mit welchem inhaltlichen Schwerpunkt sie kommen. Und wir müssen natürlich auch unsere Kreisverbände dahin kriegen, dass sie dann vermitteln, tätig sind und die Leute entsprechende AGs und AKs vermitteln. Denn da wird die inhaltliche Arbeit gemacht. Und das muss in den Kreisverbänden passieren. Da müssen wir mit den Kreisverbänden reden, dass das besser aufgebaut wird und dass eben die inhaltliche Arbeit, die Leute, die neu kommen und inhaltlich arbeiten möchten, eben in unsere AKs, AGs etc. vermittelt werden. Sascha, haben wir Abgeordneten jetzt etwas mehr Ruhe vor dir oder kriegen wir noch mehr Stress, wenn du gewählt wirst? Ich glaube, ich kann ein ziemlich penetrantes Arschloch sein, um das mal ganz höflich zu sagen. Also ich werde im Zweifel auch hinterher telefonieren. Ihr könnt mir dann ins Gesicht sagen, hör auf mit der Scheiße, dann ist das kein Thema. Dann rufe ich euch auch nicht mal an, dann gehe ich davon aus, ihr kommt ohne uns, klar, also ohne den Rest der Kommunalpiraten. Aber so lange, bis ich zu jedem Kontakt hatte, werde ich penetrant sein. Ja. Ich habe im Prinzip zwei Fragen. Was machst du beruflich? Und zweitens, da du ja schon mal ein Dartträger bist, wie willst du das zeitlich managen mit dem Ganzen? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Okay, also ich bin beruflich selbstständig. Das heißt, ich habe meine eigene Firma. Die führe ich mit einem Kollegen zusammen, der Gott sei Dank mein Terminkalender ist. Der wird mich da schon koordinieren und das passend machen. Ich habe derzeit gerechnet, dass ich so um die 30 Stunden pro Woche dafür aufbringen kann. Momentan ist es so, ich verbringe meine Wochenenden eh nur mit Piratenpartei, meine Abende in der Regel auch. Aber ich möchte mir vorbehalten, dass ich meinen Rommi-Abend am Donnerstagabend zumindest größtenteils aufrechterhalten darf. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann übergebe ich an die Wahlleitung zur Durchführung der Wahl. So, da wir wieder nur einen Kandidaten haben, ist das Prozedere wie beim Schatzmeister. Auf dem Stimmzettel benutzen wir diesmal die Felder für Ja und Nein. Nein, gewählt ist er, wenn mehr Ja-als-Nein-Stimmen vorhanden sind. Ich gebe dir kurz das Rederecht. Entschuldigung, ich habe das vergessen. Ich bin noch Vorsitzender meines KVs. Ich trete hiermit sowieso zurück. Ich hätte das nächstes Jahr eh nicht weitergemacht, weil ich mein Projekt, die Kommunalwahl, da eh abgeschlossen habe. So, acht. Wir nehmen diesmal den Stimmzettel acht, weil bei der Abgabe wieder bei manchen der Stimmzettel sieben aus Versehen mit abgerissen und mit abgegeben wurde. Nehmen wir jetzt den Stimmzettel acht. Ich bitte um ein wenig Ruhe und ich bitte die Wahlurnen schon mal auf die Tische zu stellen und die Wahlleiter sich an die Urnen zu begeben. Die Wahlhelfer, Entschuldigung. Ich bitte Piraten, sich hinzusetzen, damit ich besseren Überblick über meine Wahlhelfer habe. So wie ich sehe, sind die Wahluhren leer und wir haben überall zwei Wahlhelfer. Das sind gute Voraussetzungen. Ich eröffne jetzt hiermit den Wahlgang. Bitte Musik. So, wir haben ein Ergebnis. Ich bitte die Versammlung sich zu sammeln und die Musik ruhiger zu stellen. Genau. Und den Sascha bitte ich auf die Bühne. So, ich verkünde jetzt das Ergebnis. Es gab 130 abgegebene Stimmen, davon 117 gültige Stimmen. Und Safa Brandhoff wurde mit 97 Ja-Stimmen als politischer Geschäftsführer gewählt. Bei 20 Nein-Stimmen ergibt das eine Zustimmung von 82 Prozent. Und nimmst du die Wahl an? Ja, danke. Ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Danke. Und für die Frage, ob wir jetzt Beisitzer wählen oder nicht, übergebe ich wieder an die Versammlungsleitung. Ja, also bevor wir weitermachen, müssen wir ja jetzt erst einmal klären, wie das Verfahren für die Wahl der Beisitzer ablaufen soll. Also wir haben in der Satzung die Möglichkeit, 0 bis 4 Beisitzer zu wählen. Es gibt dazu bereits zwei Vorschläge. Ralf, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr schon soweit oder sollen wir noch mal unterbrechen? Alles klar. Dann erteile ich Ralf das Wort. Ja, der Michael und ich haben, wie heute Morgen, schon bei der Satzungsänderungsantragsvorstellung diese beiden Wahlmodi für die Beisitzerwahl ausformuliert als zwei Geschäftsordnungsanträge zur Änderung der Wahl und Geschäftsordnung. Damit wir sie einreichen können, bräuchte ich noch zehn Freiwillige, die beide Anträge unterstützen. Dass wir festlegen können, wie wir die Beisitzer wählen können. Ich wäre euch verbunden, wenn sich zehn melden würden. Danke. Also wir haben jetzt zwei Vorschläge erarbeitet, wie man die Beisitzer wählen kann. Der erste Vorschlag sieht vor, dass zuerst die Kandidatenliste eröffnet wird, dass wir erst einmal sehen, was für Kandidaten sich zur Wahl stellen. Die Kandidaten sich kurz zwei Minuten vorstellen können und danach wir in einer separaten kurzen Abstimmung festlegen, wie viele Beisitzer überhaupt gewählt werden zwischen null und vier. Danach findet dann die eigentliche Beisitzerwahl statt. Das ist der erste Vorschlag. Der zweite Vorschlag ist, dass wir nicht separat abstimmen, wie viele Beisitzer wir eigentlich haben wollen, sondern wir eröffnen einfach die Kandidatenliste und die vier, die das 50-Prozent-Quorum erreichen und die meisten Stimmen haben, werden die vier Beisitzer. Oder wenn weniger als die vier das 50-Prozent-Quorum erreichen, haben wir eben weniger Beisitzer. Wenn zum Beispiel jetzt niemand 50 Prozent der Stimmen bekommt, haben wir null Beisitzer. Das sind die beiden Alternativen und es wäre schön, wenn sich dafür zehn Piraten finden würden, die die unterstützen. Dankeschön. Wir haben einen GO-Antrag auf Unterbrechung der Sitzung und Vertagung auf morgen. Ich würde sagen, wir stimmen den einfach schnell ab. Okay, der Antragsteller möchte ihn begründen. Dann komm bitte zum Mikro. Zum Mikro, bitte. Es geht faktisch darum, dass hier mehrere Piraten sind, die halt in Bad Bildung übernachten und wir können nur ein Hotel bis 20.30 Uhr einchecken. Der hat extra schon eine Stunde länger auf uns gewartet, dass wir noch einchecken können, dass wir jetzt weg müssen. Ich würde aber gerne auch Beisitzer wählen und die anderen, die da mit am Tisch sitzen, auch. Und ich finde es auch ein bisschen stressig, spätabends hier noch diese Beisitzerwahl zu machen. Deswegen würde ich bitten, es ist ein Wahlparteitag, dass wir das morgen ausgeschlafen machen. Deswegen stelle ich diesen Antrag. Danke. Dankeschön. Gibt es eine Gegenrede? Formal begründet. Gut, bitte. Andere, die jetzt nach Hause fahren, müssen dann morgen aber auch garantiert sehr früh aufstehen, wenn sie von weiter her kommen. Dankeschön. Ja, gut, bitte. Und ich wollte auch noch was fragen. Bedeutet das, dass wir die GO-Anträge jetzt aber trotzdem darüber abstimmen können? Das würde ich nämlich nur vorschlagen, dass wir wenigstens diese GO-Anträge jetzt, wo sie noch frisch sind, irgendwie abstimmen können. Ja, die können wir dann ab. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt das Meinungsbild. Quatsch, also wir stimmen über den Antrag ab, nach der Abstimmung über diese GO-Änderungsanträge zu vertagen. Wer dafür ist, hebt bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Der Antrag ist angenommen. Das heißt, nach der Behandlung der zwei GO-Anträge vertagen wir auf morgen. Dies ist ein Geschäftsordnungsantrag. Die werden grundsätzlich nicht ausgezählt. So, wir haben jetzt die beiden Anträge im System. Kannst du sie gerade mal auf den Beamer werfen, bitte? Gut, also wir haben den Geschäftsordnungsänderungsantrag 11. Ja, Ralf, wenn du ihn vorstellst, geht das schneller. Also die 11 wäre, dass wir erst die Beisitzerliste eröffnen, kurz uns anhören, wer die Leute sind, was sie möchten, danach entscheiden, wie viele wir davon wählen möchten und dann den Wahlgang machen. Die 12 dann wahrscheinlich ist als Alternative, dass wir alle aufstellen und dann einen Approval-Voting-Gang machen und dann einfach sehen, wie viele es schaffen. Und davon haben wir dann bis zu möglicherweise vier Beisitzer. Das heißt, bei dem einen wird es in den Wahlgang gelegt, die Entscheidung, wie viele Beisitzer wir haben. Und bei dem 11, der jetzt da steht, wird die Entscheidung der Versammlung gegeben, wie viele wir haben wollen. Danke. Ist der Unterschied allen klar? Wir machen erst mal eine konkurrierende Abstimmung. Das heißt, erst mal über den Antrag 11. In dem Fall entscheidet die Versammlung nach der Kandidatenvorstellung, wie viele Beisitzerinnen und Beisitzer es geben soll. Und danach über den Geschäftsordnungsänderungsantrag 12, wo Approval-Voting gemacht wird und bis zu vier Beisitzer gewählt werden, falls Beisitzerkandidaten über die 50-Prozent-Hürde kommen. Genau, die dritte Option ist, beide Anträge abzulehnen. Das geht selbstverständlich auch. Gut, wir beginnen mit der Zustimmung zum... Es gibt eine Verständnisfrage. Was passiert, wenn fünf über 50 Prozent kommen? Dann wären die vier mit den höchsten Ergebnissen gewählt. Gibt es weitere Verständnisfragen? Gut, dann bitte ich um die Zustimmung zum Antrag Nummer 11. Das ist der, wo die Versammlung nach der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten entscheidet. Nur die blauen Karten, bitte. Dankeschön. Dann die Zustimmung zum Antrag 12, wo bei Approval-Voting alle gewählt sind, also bis zu vier, die über 50 Prozent kommen. Dankeschön. Und jetzt diejenigen, die möchten, dass beide Anträge abgelehnt werden. Dankeschön. Damit ist der Antrag 11 angenommen. Das heißt, wir werden morgen früh als erstes... Ah, stimmt. Das war nur die Abstimmung, welcher präferiert ist. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsänderungsantrag 11. Wer dafür ist, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Dankeschön. Der Antrag ist angenommen. Das heißt, morgen früh werden wir als erstes die Kandidatenaufstellung für das Amt der Beisitzerinnen und Beisitzer machen und vertagen bis morgen früh 10 Uhr. 10 Uhr. Ich gucke noch mal auf die Tagesordnung, da ich euch nichts... 9 Uhr. Wiedereröffnung um 9 Uhr. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Bitte schön. Also nach dem derzeitigen Tagesordnungsentwurf ist es morgen 9 Uhr. Ich beantrage die Änderung der Tagesordnung und die Vertragung auf morgen 10 Uhr. Gibt es dazu Gegenrede begründet? Wir haben, wenn wir in die Tagesordnung schauen, noch relativ viele Sachen zu tun. Es sind sauviele Programmanträge ausgearbeitet worden und wir haben heute recht viel Zeit auch durch die technischen Probleme verloren und wir sollten den Leuten, die die Anträge eingereicht haben, also ich spreche jetzt nicht für meine Anträge, sondern alle anderen, die die Anträge eingereicht haben, die Chance geben, dass deren Anträge verhandelt werden. Dankeschön. Wir sind in zwei Minuten fertig. Ich bitte euch, so lange noch sitzen zu bleiben. Danke. Können wir die Wahlen nicht um 10 Uhr machen? Die Frage war, ob wir um 9 Uhr weitermachen können, aber die Wahl um 10 Uhr machen. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass die Wahl nicht sehr lang vor 10 Uhr startet, weil die Kandidatinnen und Kandidaten sich ja noch vorstellen müssen. Wir könnten Satzungsänderungsanträge von 9 bis 10 Uhr behandeln. Das bedürfte allerdings eines Antrags auf Änderung der Tagesordnung, der dann meines Wissens schriftlich eingereicht werden muss. Jetzt keine Diskussionen bitte. Also die Frage ist relativ klar. Es gibt einen Antrag, die Versammlung morgen um 10 Uhr zu beginnen. Wenn um 9 Uhr begonnen wird, dann können wir selbstverständlich nicht garantieren, dass irgendetwas Bestimmtes behandelt oder nicht behandelt wird, denn das obliegt der Versammlung. Also kommen wir jetzt zur Abstimmung. Bitte hebt die blaue Karte, wenn ihr morgen um 10 Uhr beginnen wollt und die rote Karte, wenn ihr morgen um 9 Uhr beginnen wollt. Der Antrag ist abgelehnt. Das heißt, wir beginnen morgen um 9 Uhr. Und damit vertage ich die Sitzung auf morgen 9 Uhr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.